Hallo, Willkommen bei Let's Play Pokemon Saphir. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokemon. Mein Name ist Birg, aber ne, ich bin nur Pokemon Professor. Das nennen wir ein Pokemon. Okay, das soll ein Pokemon sein? Was? Will ich mich verarschen? Was haben los als Pokemon im Spiel? Was ist eine Suche? Naja. Auf diese Welt leben alle Wesen, die uns als Pokemon bekannt sind. Die Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Oder als Arbeitskollegen. Naja, okay. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir Pokemon so nahe stehen, wissen wir noch nicht, da ist alles über sie. Okay, es gibt noch viele Geheimnisse über die Pokemon. Um die Mysterien der Pokemon auszudecken, wird mich der Pokemon-Geforschung genau so ruhig. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Nein, ich bin doch kein Mädchen. Oh, scheiße. Junge. Hä? Ähh... K... 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 Kf... Kiffin... Kevin. Kevin. Okay, ah ja, du bist also Kevin. Okay, jetzt habe ich den Blatt, du bist Kevin, du bist gerade nach Würzlheim gezogen. Gutes Wollte, ein längeres Abenteuer wird nur beginnen. Äh, das ist überspring, ich habe keinen Bock, das jetzt vorzulesen. Und wir sind hier in diesen... ...in diesem Truck auf dem Weg zum Haus. ...in Wurzlheim. Und da öffnet sich auch der Schultereingang. Und wir springen aus dem Wagen. Hup, ba. Da kommt die Mauer auf uns zu. Kevin, du bist da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unserer, sagen wir bestimmt, ermüdend. Nun sind wir in Wurzlheim. Wie gefällt es dir? Dies ist dein neues Zuhause. Äh, unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Kevin. Lass uns hineingehen. Siehst du, Kevin? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen uns für den Umzug. Räum alles ein und machen es sauber. Das ist doch sowas von etwas praktisch. Kevin, dein Zimmer ist oben. Schau es dir auch mal an, Spatz. Heute hat sie eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Das ist ein... ...Maschrock. ...Maschrock. Was hat das andere? Quacker, quacker! Ne, quava, quack! Das ist die Uhr. bei mir ist es momentan 18 uhr 8 ich stelle meine uhr ein das ist sehr cool ich stelle meine uhr ein ja so passt ich runde baufeil 18 und 19 wahrscheinlich ist so passt hey wie gefällt dir dein neues zimmer gut alles ist wunderbar aufgeräumt auch im märkten schoss ist das komplett eingerichtet pokémon umzugshelf ist nicht so praktisch wo du sollst prüfen ob dein schreibtisch vollständig eingeräumt ist okay dann mache ich das einfach können schalten mit c1 hier gibt es einen trank der ist gut für den rivalenkampf später aber das werden wir schon sehen okay wenn wir in schnell kommen ja schnell da 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 ist die erinnerung von blütenbox city ich glaube vati ist im fernsehen das unsere importage über die arena in blütenbox city epic fail oh schon vorbei ich glaube vati war im fernsehen und wir haben ihn verpasst schade ach ja einer von vatis freunden lebt hier professor bürgerstein er lebt gleich ne mann da solltest du hinübergehen dich vorstellen oh man ich hasse das ganze glück quatsch am anfang genau ich überspringe das jetzt einfach mal so richtig in dem geschneider mach auch alle wer bist du und das können so neuer nachbar wir haben ein kind in deinem alte meine so freut sich darauf mit ihr freundschaft zu schließen aufs meite hoch ups der gute gesundheit sind verstaut noch weht was was wer bist du denn ein bisschen bis heute hergezogen ich bin mal geschwindig kennenzulernen ich bin mit dem traum mit der ganzen welt freundschaft zu schließen ich hatte schon gehört mein vater profisburg hat mich von dir erzählt er hat gehofft dass du nett bist wenn man die freunde werden ist es nicht aber ich habe dich doch gerade erst kennengelernt hihihi oh nein ich habe das habe ich ja total vergessen ist also falls ich doch helfen ein paar wilde pokémon zu folgen können wir treffen uns später okay das mache ich doch nicht weil das ist ein bisschen schmutzig kann man sagen er ist immer noch zu schnell ich bin nur zu lange im emulator deswegen so ich kann am ende dieser straße jemandem schreien hören was soll ich tun was sollen wir tun jemand muss doch helfen hilfe um ein guter so eine poste und weg von einem pfiff hier ist er drüben mit der hilfe mann beutel findet sich im pokémon weißt du dass hier bürger bürger ich gehe mal nach hause bürger wo ist hin lassen wir nicht im stich um annehmen nämlich eben deine scheiß bälle mal schauen muss vor Ort mit ein wille das so zeit sehen und opfer aber willst du dieses pokémon geg aber nein nein kämpf denn ich nehme hydropi fischchen erscheint hydropi wie schwach level 2 tackle und das ist auch tackle dein dann mache ich es auch und wenn ich muss mir schluss machen bis zum nächsten teil hallo wir haben gerade dieses pfiff hier besiegt das den professor mit mord gedroht hat pfiff ich bin im hohen gras pokémon studiert ich habe im hohen gras pokémon studiert das ich angegriffen wolle bloß mich gerade vielen vielen dank oh hi du bist doch kevin das ist nicht der ort für ein schwätzchen kommt doch mit in meinem pokémon labor ok du bist okay blablabla blablabla ich kann es ja selber lesen ich habe auch erfahren dass noch kein eigenes pokémon besitzt aber wie du eben gekämpft hast dieses gelassenheit dein arm fließt wirklich das blut deines vaters alles andere für das wicke hat das möchte ich dir das pokémon schenken das du dabei benutzt hast das druck nein ich gebe den keinen kurse namen d hö habe ich Lust für mich zu suchen eigentlich nicht und ich muss es machen so ok stu professor bürger verbirgt seine tage in seinem labor rennt er plötzlich nach draußen um in die wildnis um in die wildnis um zu forschen mein professor wird eigentlich mal zu hause wenn du einen pc benutzt kannst du dort items von pokémon lagern die kraft der wissenschaft ist atemberaubend 101 rote und der erste wilde pokémon es ist ein zigzags der w3 männlich hydropi teckel jawoll oh nein heule ich habe solche angst senkt den angriff teckel willst du mich nerven oder wie senk ruhig warte mein angriff stört mich nicht warte stört mich eigentlich doch ja teckel oh man diese rumgeteckel hier das ist anfangs ständig so erst dann level 10 oder 20 wird es interessant aber anfangs ist es echt öde so was haben wir hier in rosa stadt willkommen pokémon sind wir in der pokémon zu wie du füß ok wir betillen den pokémon man hat sich vergessen zu speichern ja dann ein spielstand dann habe ich noch vorübergehend gemacht ok dann suchen wir mal maike in der roti 102 müsste es sein die 103 und es ist ein pokémon ein xixax ist es wieder die zwei topi teckel auch teckel heule ich hab solche angst ich muss mir gerade so richtig bequem auf meinem stuhl level 6 neben stelle eine boden attacke und da ist die maike sie möchte wahrscheinlich mit uns kämpfen mal sehen das pokémon von rote 3 besitzt oh rei kevin oh ich sehe schon mein vater dir über ein pokémon geschenkt wenn wir schon mal hin lassen lassen uns zu kämpfen ich gebe deinen vorgeschmack auf das leben als trainer oh mann ein eros von pokémon trainer maike ich aber mhm ich aber dann setzt sich lebensstelle ein oh gott nein nicht so diese taktik er will meine verteidigung senken und mich dann dezimieren aber ich hab da was besseres vor ich senk's an die genauigkeit ganz wie ich dachte ihr macht das was ich dachte eigenartiger kampfstil ich weiß aber ach scheiß drauf wenn eine attacke einsatz bin ich geliefert wobei ich kann heule einsetzen oh herr greiftarm trifft aber nicht höhe heule angriff sinkt nochmal heule ja dumm wenn man eine trifft ne ah jetzt hat er treffen ok das reicht zeckel und die attacke trifft wieder nichts oh meine trifft auch nicht oh mein gott das ist ja ein nietenkampf hier deckel kein volltreffer oh oh das könnte was werden und ich hab ihn besiegt es müsste viele ep geben 69 level up wow das erspitzte kevin du bist ein naturtalent 300 äh ich glaube ich weiß jetzt warum dein vater dich ausgesucht hat ich meine du hast deinen pokémon erst seit kurzer zeit und es mag dich bereits da wirst du es einfach haben dich im entzirat von pokémon anzufreunden nun wird es aber zeit zurück ins labor zu gehen hm aber Moment oh ich schaue mal schnell ob mein pokémon geheilt ist nein dachte ich mir dann gehe ich ins pokémon wenn ich so hier bin komm im pokémon immer der gleiche spruch ach immer der gleiche spruch von der heilen und abhauen das ist immer das ist im pokémon und abhauen ich bin hier entlang lass uns nach hause gehen und hop hop wir können da rüber gehen aber nicht hoch das sind so quasi so bergstufen eine stadt aus drei gebäuden das bringt es auch kaum oh hallo kevin ich habe gehört dass du du hast mike besiegt super das war der erste kampf gegen einen trainer mike helft mir schon sehr lange bei meinen forschungen mike besiegt eine respektable geschichte als trainer ich muss schluss machen bis später so ist immer wieder ups jetzt hier das hilft mir bei meiner forschungen aber ich denke du kannst mein pokédex den pokédex auch gebrauchen der pokédex ist ein hochentwickeltes technisches gerät das automatisch jedes pokémon das du siehst oder fängst registriert mike geht nie ohne ihn aus dem haus wenn mein kind ein seltenes pokémon fängt kommt es und zeigt mir den eintrag im pokédex während ich draußen forsche wow kevin du hast jetzt auch ein pokédex ist ja toll genau wie ich ich habe hier etwas für dich pokéball warum ne pokébälle die kann mir bälle geben kevin packt pokéball in die balltasche es macht unglaublich viel spaß alle die verschiedenen pokémon zu fangen ich schaue mich wirklich überall um denn ich will die unterschiedlichsten pokémon fangen sobald ich nicht die pokémon entdeckt habe fange ich sie mit pokébällen warte kevin hast du dich schon professor bürg vorgestellt? oh wow das ist ein hübsches pokémon was ist von professor bürg gehalten? du bist das kind deines vaters wunderbar du siehst gut aus mit dem pokémon chili klingt für seine abenteuerreise ich schnapp sie mir nicht vergiss es es sind hier wird 300 vierhundert vierhundertfünfzig glaube ich ok dann setze ich sie mal gleich ein ja jetzt renne ich hier plötzlich ob wampel level 2 käfer müsste ich leicht besiegen können tackle ein nicht ein nicht getroffener fadenschuss tackle das ist der schwerste gegend den wir jetzt hatten jetzt gehen wir nach links warte ich schaue es warte ich schaue mal nach ob es hier pokébälle kaufen kann äh gibt komm kann ich dir helfen kaufen wie viele pokébälle habe ich eigentlich das hätte ich noch prüfen sollen naja fünf habe ich da brauche ich gar keine aber das stand für einen pokéball plurals pokébälle also jetzt ist unlogisch pokéball ist einer pokébälle sind fünf und der erste trainer nach maike pokémonball jörg bist du oh bitte ein pokémon trainer daher kannst du meine ausfragen nicht ablehnen die ganze anska mit einem zick zack selber 5 mit nicht gut lebenschele ja wieder die gleiche taktik wie das gegaber vorhin ja jetzt versuchte meinen angriff zu verringern wenn ich versuche seine genäubigkeit zu stürzen lehmschelle oh man die gingen wieder daneben was ist denn das lehmschelle und das ist jetzt wieder roten schlag ein lehmschelle jawoll wieder verteidigung gesunken lehmschelle gehen daneben zum ersten mal geht eine daneben ne vorhin hat er schon eine nicht zu nehmen gegangen sobald ich weiß lebenschele ich greife ihn jetzt nur noch mit lebenschele an und senke seine verteidigung äh seine genauigkeit ich glaube ja es hat nur noch 4 ap oh fuck volltreffer scheiße so schnell kann es gehen ich werde es hier ist einfach und es ist wieder roten schlag ein nebenschelle jawoll und und ab ich habe verloren ich hätte vielleicht sogar trainieren sollen ja das hältst du aber doch was ziemlich gut aber nein der war nicht gut der hat ja nur ein folter verkauft und das ist ein käfer sammler haha unsere augen haben sich getroffen ich kämpfe mit meinem käfer pokémon gegen dich Käfersammler baldur wumpel hydropi ne ach fuck ich habe mich vertippt lebenschele ist nicht sehr effektiv bodenattacken sind gegen käfer nutzlos und er senkt meine verteidigung ey meine meine initiative dann setze ich tackle ein tackle setzt er auch ein aber mein tackle hat einen höheren angriff volltreffer sogar so und er hat noch ein pokémon einen wumpel gerade wie eben tackle nochmal volltreffer so das habe ich aber Glück jawohl level up ich habe den Käfersammler besiegt Aua besiegt und verloren Camelard 64 nicht viel naja das ist ja nur 2 Alter jetzt kommt doch irgendwie diese scheiß Meldung da ich weiß dass mein windows land registriert ist na und leck mich damit naja das soll mich nicht aufhalten sich ähm ja mal ich hörste mein vater arbeitet in der computerfirma und ich hab ihm gesagt wir sollen endlich ein gescheites betriebssystem code kaufen am anderen er hat mir immer noch keins gekauft nach dem tausendsten mal fragen wo soll statt ich muss jetzt mein Ding heilen mein hydropi komm jederzeit wieder vorbei jetzt spiele ich tatsächlich mit unregsierten windows pc das regt mich auf das ist kein trainer ich bin nicht groß ich versicke im hohen gras das ist krass ich meine nasa und ha achi und der trainer wieder ich bin sogar der trainer geworden da sind wir beide anfänger nein ich spiele schon seit 8 Jahren ohne scheiße ich spiele schon seit 8 Jahren Pokémon wo ich zum ersten mal Pokémon gespielt habe das war bei meinem Cousin der TDN die gelbe Edition damals habe ich mal so ein Gameboy gelegt und ein bisschen gespielt und er erhöht seinen Angriff und das hat mir sehr Spaß gemacht oh ja dann habe ich es mir auch mal selber gekauft der Messer und dann wurde ich Pokémon süchtig wenn nicht heute wahrscheinlich auch noch und Pfiffchen wurde besiegt und er hat einen Vogel Schwalbini jetzt kann ich Lehmstellen enteinsetzen weil Lehmstellen im Boden ist ne Bodenattacke ist und Schwalbini ist ein Flug Pokémon Hugo besiegt und was gibts rechts rechts sind Bären die kann man sich nehmen aber die werden vergammeln doch wenn man sie in der Tasche drin lässt irgendwie auch unlogisch Böses Bären Bären kann man auch Pokémon geben die setzen sich in deinem Kampf ein mein Ziel ist es gewinnen der beste Trainer als hätten zu werden hilf mir bei meiner Karriere die die eine ausfahrung von göre kathrin zigzags level 4 ihre Karriere kann ze vergessen mit einem zigzags kommen sie net weiter selbst mit einem gerardags die Entwicklung von zigzags kommen sie net weiter geodax ist schwach aber die fähigkeit mitnahme ist sehr gut mitnahme gibt er nämlich immer ein zufälliges item er kann auch sein dass es manchmal ein wasserstein oder ein blattstein ist neben stelle es sieht so aus kann man gut als pokerslave einsetzen also vor ihm halt und die droppe land eine wassertacke lässt man die gleich bei dem zigzags ein sie dass sie noch mal hat was meine droppe ist level 10 oha was fällt mir gerade ist jetzt auf neben stelle und ich habe einen trank gefunden ich glaube ich muss schluss machen jetzt machen wir sicherheitshalber schluss jetzt also bis zum nächsten teil wir kommen zurück wir sind hier in der route 2 r 102 auf dem weg nach 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 wie heißt die stadt egal fällt mir gerade mit ein hacker knarre hier blütenburg city als die stadt ok kommen pokémon sind während den pokémon sie wieder fit gewann eine pokémon ankelen ist so schnell machen warum müssen sie immer gleich ein roman draus machen was sie da so was sie den pokersende machen ich weiß ich habe schon mindestens ein ganzes voll von dir in einem buch voll dialekten von meinem gesicht bekommen macht so oft die im pokersende war in acht in acht jahren wo ich die kümmern gespielt habe längst zigzags level 4 ich versuche jetzt hier nur turzl zu fangen ich brauche ein pflanzen pokémon und was er schützt den pflanzen pokémon gleichzeitig vor feuerattacken es ist also die einzige schwäche nur die einzigen schwächen sind dann flug käfer und uns und ja und sonstiges und so tut es jetzt erstaunen ein jawohl jetzt versäße ich den ball ein bei mir spinnt jetzt irgendwie der sound gerade ich weiß auch nicht wahrscheinlich links an dem ahja ich war gerade in dem item deswegen gesporn ist 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 klick jawohl ja was so lindse tut es so einige zeit am land verbracht haben aber im wasser zurückgekehrt sein weil das blatt auf seinem körper zu groß und zu schwer geworden ist nun lässt es sich auf dem wasser treiben und jetzt wird trainiert ich trainiere lotuzl auf level level 10 hoch und hier hoch auf level 12 jetzt muss ich sehr heilen das mache ich dann mit der speed taste also mit dem speed halt geht es viel schneller ich will euch jetzt langweilen mit dem trainieren dann mache ich es gleich schnell euch interessiert ja auch nicht wie ich trainiere oder so sondern was ich mache ich alles und so also gut mache ich es mal auf 100 lotuzl tackle 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 also ich liebe sowas warum gibt es sowas nicht im gameboy spiel und der welt pfiffchen abknall tackle tackle hier gibt es aber viele lotuzl ich habe gedacht die gibt es so selten lotuzl einmal habe ich eine stunde gebraucht bis ich ein lotuzl gefunden habe und da ist schon wieder eins der wird zwölf ok jetzt wechsel ich das ganze alter scheiße ok ok jetzt müsste ich na und nicht typ ok jetzt muss ich wechseln ok das kannst du schaffen nein oh nein geht nicht ich muss sie wieder machen tackle tackle nix tackle trossler er wollte es ganz besiegen 5 neben stelle akkert nein was mache ich da nein kuris wöch 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 unsere wöch Wöch das schafft's erstauner erstauner Mein Lothurz ist erstaunend, dass es ein Lothurzel ist und es landt Absorber eine Pflanzenattacke. Fuck. Jawoll, Geradax, der hat Zickzacks besiegt. Nein, ach, wieder vertippt. Absorber, Absorber, Absorber. Boah, der Sound regt mich auf, zum Glück hört ihr den momentan nicht, das würde euch echt nerven. Na, Quatsch, was mach ich da? Erstauner. Aber sonst tut's mir echt leid, dass kein Sound zu hören ist. Ich mach dann später rein, dass ein bisschen Musik abgespielt wird, damit ihr mal was hört. Damit ihr nicht nur mein Gelaber hört. Absorber, ach, keine AP mehr. Hier auch keine AP mehr. Tackle, Tackle. Okay, ich glaub, das reicht mir zu trainieren. Ich mach jetzt mal Schluss. Aber dann bin ich wieder, wir haben jetzt das Lothurzel im letzten Teil trainiert. In der Speed-Funktion. Okay, Lothurzel hat das Level 9, Hidropi Level 12. Wassertempo, steinend Initiative bei Regen. Und Hidropi hat Sturzbach. Wie jeder Starter. Äh, mal speichern. Könnte nicht schaden. Eine Stunde und elf haben wir eigentlich noch nicht. Weil wir haben ja die Speed-Taste. Äh, warum sag ich Speed-Taste? Äh, Speed-Cheat. Ich hab's auch nicht gehabt, deswegen. Jetzt können wir mal in die Arena rein. Hm, na, wenn das nicht Kevin ist, dann habt ihr alles in den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Kevin. Das ist großartig. Das sind großartige Aussichten. Ich kann's kaum erwarten. Ähm. Ich... Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach, gut. Du bist Heiko nicht, wa? Ich werde meinen Verwandten in den Riesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch eins anführen, daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Kevin, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko, alle mal, ein Pokémon zu fangen. Heiko hier, bitte ich leite mein Pokémon. Heiko hat den Zig-Zachs erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Hm, ich gebe dir auch diesen Pokéball, dann leg los. Heiko hat einen Pokéball. Oh, wow, dankeschön. Kommst du wirklich mit mir? Mit? Das war grad die Musik. Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Oh, wow. Ein Trossler. Level 5. Zig-Zachs. Und das Zig-Zachs benutzt Tackle. Und er senkt den Angriff von Zig-Zachs. Zig-Zachs setzt wieder Tackle ein. Und das Trossler kann ja nur Heule, also muss das Heule einsetzen. Jetzt wirft er seinen Ball. Und was glaubt ihr? Kommt dabei raus. Hm. Ja, natürlich fängt er ihn. Oder glaubt ihr, er fängt ihn nicht? Hm. Wer glaubt, dass es nicht gefangen hat, skippt bitte einen Kommentar ab. Ähm. Ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Kerrin, danke schön. Lass uns... Ich hab doch gar nichts gemacht. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und, hat es geklappt? Ja, danke, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Kerrin, das... Du mit mir gegangen bist. Euch bangen habe ich jetzt zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich würde mich gut drum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, gehören. Nun... Wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Meteoros City, gleich hinter diesem Ort. Dort sollst du die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach suche die anderen Pokémon-Arena auf und besiege die Leiter. Zusammenle die Orden der Arenen. Nein, verstehst du. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter, aber auch hier, wenn eines Tages gegeneinander eintreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Kevin. Wolltest du nicht zur Pokémon erinnern in Meteoros City? Für mich ist es keine Herausforderung, gegen einen grünen Schnabel anzutreten. Ich möchte, dass du mich herausforderst, sobald du stärker bist. Ich werde gegen dich kämpfen, Kevin, sobald du vier Orden erhalten hast, ja? Also vier Orden brauchen wir dann kämpfen, gegen den. Ähm, ja. Komm, mein Pokémon-Sender, wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fit. Das ist das Haus von den Verwandten von Heiko. Oh, ne, das ist sogar Heikos Haus. Okay, gute vier, 304. Oh nein, ich bin kein Trainer. Aber es stimmt schon, wenn Trainer, wenn Trainer, die ich in der Lange stunde, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Wir müssen nicht kämpfen, weil ich hier ihren Blicken aus. Und da fällt mir gerade was ein. Dieser Trainer kann nämlich ziemlich hyperaktiv werden. Moment. Warte mal so. Und zwar so. Hehehe. Das ist lustig aus, gell? Ich wollte dich das mal nur zeigen. Okay, wieder normal. Gegen den kämpfen wir auch jetzt übrigens. Ey, Quatsch, nicht 100. Das ist immer noch zu schnell. So, lass mal den herlatschen. Sparen wir uns ein paar Zeit. Ein bisschen Zeit, mein ich. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Ja, deswegen läuft es auch wie ein hyperaktiver durchs Sand. Das ist meinetwegen. Samurzel. Ein... Ein... Das Gegenstück zu Loturzel, ein Pflanzen-Pokémon. Erstauner. und erhöht seine verteidigung mit hertha erstauner ich bin erstaunt dass der hat nach kann und jetzt hat sehr geduld ein setz ich heule ein geduld speichert nämlich die attacken der gegner und greift dann aber dann mit der doppelten kraft der attacken die der gegner so vor eingesetzt hat alles sommer zur geduld eingesetzt hat für die die sonst verstanden haben schreiben kommentar dann erkläre ich es euch ausführlicher angriffe unser mod zu sinkt und geduld kommt jetzt wieder wieder mich nerven komm schon erzeugt ruhig deine scheiße energie aber die wird immer fehlschlagen los erstauner man den nervt mit seiner scheiß geduld alter sich doch nicht ein dauernd dazu warten mit europi so heule ja ja das weiß ich schon jetzt brauchen diese scheiß war sogar nicht sehr effektiv also von daher und den schwalbini du zuerst es einzusetzen könnte es kann sein ich lasse das lieber weil du zuerst ist ein flug und schwalbi ist ein käfer äh quatsch käfer er flug und flugs den stark gegenüber k äh pflanzen pokémon er setzt sich wieder akku knare ein akku knare teckel oh man ruck zu kipp trifft immer als erste attacke und level ab noch drei level bis zur entwicklung geht sich habe sand in den stunden das ist vielleicht unangenehm kein gewinn 100 für 28 pokedollar so und jetzt weißt du hier stehen kapiert stehen bleiben stehen bleiben bis zum nächsten teil also dann bis später so als wir sind jetzt auf dem weg in den wald ach so muss ihn ausmachen also dann hat er meine stimme ein bisschen besser ok also hier haben wir den 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 sohn angler keine ahnung was er da will der labert euch nur voll ich hoffe man hört mich jetzt ein bisschen besser und hier sind auch bären ok wir empflögt die zwei sindelbären hirselfbären auch ganz gut moment muss ich mir kurz meine pokémon überprüfen weil ja ich habe vor vier stunden glaub ich letztens gespielt da vergisst man schon einiges also was haben wir hier hinter uns rutscher und die drogi ok aber jetzt weiß ich es wieder ok und das ist ein schnösel und natürlich nehme ich die herausforderung an ich habe eine menge geld denn geld hilft dir jetzt auch nichts der hat eine top genesung voll bonzig irgendwie bonzerene ist jetzt zigzags ach der hat doch besseres als ein zigzags der kann sich wahrscheinlich ein besseres pokémon kaufen wahrscheinlich ein komplett seltenes wie polygon oder sowas naja absorbe oh man das sieht nicht grad viel ab naja oh nein heule absorbe Energie abgesaugt nochmal absorbe zack im gegensatz zu seinen attacken heilen meine attacken mich oder mein lutur zuheben oh man das nervt jetzt setzt das ein top genesung ein ja das sage ich nur top nur schnösel können sich sowas reiches für schwache pokémon leisten voll der brunzel Energie abgesaugt nochmal absorber ja ja sink ruhig meinen angriff das hilft dir nichts ich zieh dir immer noch genauso viel ab wie vorher also bringt dir dein heuler überhaupt nichts so Energie abgesaugt oh man Routenschlag jetzt versucht das mit verteidigung senken so Energie abgesaugt noch mal absorber noch mal absorber noch reine attacke und das ist hin noch mal absorber noch reine attacke und das ist hin so weiss so weiss doch soweit ich weiß und so total recht level 10 durch diesen langweiligen kampf naja ok ab in den Blütenburgwald du 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 nööööö gehen wir erstmal nach rechts wie da geht es in item und ein pokémon kampf es ist ein ein langweiles pokémon das wir gerade wissige besiegt haben absorber ja ja Energie abgesaugt Oh man, der setzt genau gleich eine Attacke ein wie dieser Schnürzel. Naja, kann ihn nur Heuler, Rudenschlag und Tackle. Ja, dachte ich mir. Absorber. Noch eine Attacke und es ist hin. Wie das vorherige eben. So, Xig-Zax wurde gepawnt. Und weiter geht's. Ach komm, das letzte Gras, fick dich. Immerhin, kein Xig-Zax, Wumpel, Käfer. Kein Giftstache, soweit ich weiß. Ne, der ist mit Level 6. Glaube ich. Oder auch 5, weiß nicht. Ich hab noch nie einen Wumpel gehabt. Wobei, ich hatte doch schon mal einen Wumpel. Das hab ich nicht so trainiert. Das hatte ich nur vorübergehend. Erstauner. Oh man, deine Tackle regt mich auf. Erstauner. Oh man. Mach was anderes. Mach am besten gar nichts. Töte dich selber. Mach die Attacke Emo-Schnitt. Ah, gleich schon wieder Level ab. Das geht aber schnell. Ah ja, und hier gibt's auch einen Item-Trank. Ah. Ah, und hier ist auch ein Item. Das ist, was ich wollte. Ein Pokéball. Nicht gerade einleuchtend. Naja. Du bist ein gemeiner Typ, wenn du versuchst, Ass-Pokémon eines anderen zu stehlen. Du solltest deine Pokéballe nur auf wilde Pokémon werfen. Hey, äh. Label mich ruhig voll, Junge. Du hast mehr Haare auf dem Rücken als ein Wolfsjunge. Boah, der Song ist so geil, Mann. Und ein Kiefer-Sammler. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, 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 mein Kiefer-Pokémon-Team. Oh man, hoffentlich hat der nur wenig. Der hat nur... Sechs hat er wahrscheinlich. Ja, oh nee, das wird langweilig. Ich spule das vor. Das tue ich euch nicht an. Das vorhin mit dem Zick-Sachs war schon zu viel. So, Erstauner, 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 Level 11. Weg, weg, fick dich, fick dich. Oh, keine AP, fick dich, doppelt. Absorber, Wechsel, Hydropie, Tackle, Volltreffer, Tackle, Tackle, und gewonnen. So, weiter geht's. Oh, fuck, was ist das? Hier, hier ist das, genau. Oh nein, Paraheile. Was, wer bist du? Hm, kein einziges zu finden. Hallo, hast du nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen? Ich liebe dieses Pokémon, den hab ich nicht gesehen. Ich würd dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf Ewchen in den Blütenburgenwald herum, oder? Das warten macht mich ganz krank. Also, hier bin ich. Hier, du, Forscher von Devon. Gib mir sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Hoch, was machst du da eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemals, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpft wir gegen uns. Ja, das ist so ein Bösewicht, von dem Spiel hat, gibt's in jeder Edition. In der ersten Generation und in der zweiten ist es Team Rocket. In dieser dritten Generation Team Aqua Magma. In der vierten Team Galactic und in der fünften weiße Nonnet, weil ich hab die weiße Nonnet gespielt, oder die schwarze. Aber es kommt noch. Ich warte halt, bis sie auf Deutsch rauskommt. Dann schau ich, ob ich's irgendwo runterladen kann. Und dann mach ich vielleicht auch ein Let's Play draus. Naja, Volltreffer. Sehr gut. Ist die Lothürstel mag ich irgendwie? Absa, aber... Momentan hab ich die Pokémon, die Rocco hier hat. Keine Ahnung, warum das so ein Zufall ist. Naja. Weiß denn aus der Cphosie hab ich früher immer geschaut. Und da hatte der Rocco und Lothürstel und einen, ähm, den, ähm, wie heißt es, Hydropi. Grubber, du hast vielleicht nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Hm, das würd ich jetzt gerne sagen, aber ich hab keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaeross City. Heute lass ich dich geben. Oh, das war mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball. Dankeschön. Superball erhalten. Hat dieser Schiff von Team Aqua nicht gesagt, dass wir irgendwas in Metaeross City erlegen wollen? Oh, oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Schon daraus, dass wir wieder weggehen. Ohne Schiss zu sagen, wie unhöflich. Naja. Hildur, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich vom hohen Gras fernhalten. Und ein nettes Pokémon. Es ist ein manchmaliges Shiloko, den Kampf überspringe ich. Ich hab keinen Bock auf einen Shiloko. Shiloko kann nur Herdner und es kann lange dauern. Wenn du ein Käfer-Pokémon zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Nee, nicht meinerseits. Käfer sind scheiße. Und der hat ja einen Inkara, haben wir auch noch nicht gesehen. Boden-Typ ist Boden-Käfer. Und der setzt Herdner ein. Absorber. Bäm. Okay, ich muss jetzt mal dann stoppen. Bis zum nächsten Teil. Und hier bin ich wieder. Äh, Let's Play mit, äh, Pokémon Saphir, äh, Absorber. Gegen das Inkara. Von diesem Käfersammler. Und Volltreffer. Na super. Hätte ich im letzten Teil auch machen können. Naja, was soll's. Und wieder Level Up. Müsste sich, glaube ich, entwickeln. Das wär schön. Nee, ich glaube, das entwickelt sich doch Level 14 erst. Ja, und da ist wieder ein Ball. Kevin hat Aether gefunden. Aether regeneriert die AP. Von einer Attacke. Um die Hälfte, glaube ich. Und wir haben eine Arme, 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 Arme Renner, Arme Renner wäre. Und das ist wieder zwei Senel. Und da oben ist auch ein Fels. Da gibt's auch Items. Wie zum Beispiel diesen Pokéball. Und ein Pokémon-Kampf. Es ist, es ist, es ist ein... Ein scheiß Xig-Zax-Level. Ach, komm. Ein scheiß Xig-Zax-Level ist Level 4, ey. Das hat doch... Ist doch kein Gegner für meine Naturzülle. Ich bitte euch. Peggle. Das ist schön. Den ersten Arena-Leiter müssen wir... Ach, das hat jetzt auch keine AP mehr. Jetzt hab ich keinen Bock drauf. Also den ersten Arena-Leiter müssen wir leicht besiegen. Wir haben einen Pflanzen und ein... Wasser-Pokémon. Beziehungsweise noch ein Wasser-Pokémon. Und Boden wie ein Hydropi. Na. Boden wird das später, wenn es sich entwickelt. Ein Trank gefunden. Naja, immerhin. Besser als nichts. Und ein Super-Trank. Das ist sogar besser als ein Trank. Er wird die... K.P. um 50. Gehen wir mal in dieses Gebäude. Was steht auf dem Schild? Blütenburg-Blumenladen. Äh, Blumenladen. So Blüten-Traum-Blumenladen. Oh mein Gott. Das klingt ja noch schwuler als es schon ist. Was willst du für eine Nutte? Hallo, dies ist der Blüten-Traum-Blumenladen. Verwandle die Welt in ein Blumen. Wie heißt du, Kevin? Blablabla. Äh, ich glaube ich krieg ne Bäre, wenn ich das mach. Mach ich mal, ja. Blablabla, die labert mich voll. Die Tonte labert mich voll. Oh Mann, die gibt mir gar nicht so eine Hure. Hallo, je mehr du dich um Blumen kümmerst, desto blablabla. Ich hab' ich scheiß auf Blumen. Weil man kann. Gib mir nur die Items und dann verschwinde ich wieder. Müsst euch nämlich nicht volllabern. Das hätte ich kein Leben. Die gibt mir aber ne Bäre, das weiß ich. Blablabla, ne Arm-Renner-Beere. Na super, die hab ich draußen schon bekommen. Ah, Maschine. Da fällt mir ein, es gibt hier Kugelsaat so in der Nähe, soweit ich weiß. Wo ist denn hier Kugelsaat? Ah ja, der Typ hat Kugelsaat, genau. Der gibt euch Kugelsaat, der Typ. Gut, dass es mir eingefallen ist, das hätte ich jetzt komplett vergessen. Also die TM9 ist, ist Kugelsaat. Der Schicksal hat uns zusammengeführt, darf ich um einen Kampf bitten? Nein, darfst du nicht, aber ich muss dich bekämpfen. So. Auch so ne Bonze. Bonzen, oder wie das auch heißt. Oh Mann, wieder gleiches Pokémon wie dieser Stößel. Oh Mann, diesmal hab ich ne Dropi, das geht schneller. Aqua-Knarre. Tackle. Top-Genesung, ah doch nicht. Gut. Spar ich mir Zeit. Und die Dropi kriegt EDP. Oh meine Güte, Kermine gewinnt 1400 von Bonzen. Und was bist du für eine? Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Versuch's doch, aber du wirst nicht weit kommen. Die hat ein... Ein, ein, ein Samurzel und ein... Luturzel, genau. Ein gutes Team eigentlich. Naja, aber nicht gut gegen Mainz. Oh Mann, wieder diese Heuler-Taktik, ey. Ich hasse sowas. Tackle. Tot. Und jetzt kommt's... Ah, doch kein Samurzel. Nur ein Knilz hat sie. Oh scheiße, Knilz kann... Absauber wahrscheinlich, ne? Gut, gegen meinen Hidropi. Ach, zum Glück. Jetzt seh ich echt ein Problem jetzt, ey. Und gegen meinen Luturzel hättest keine Chance. Naja. Ey, Luturzel hättest... Hättest keine Chance, ja. Fällt mir da rein. Oh nee, jetzt kommt die Absorber. Es muss auf 8... Ah, doch nicht. Hab ich mich gehört. Naja, egal. Jetzt ist es Put. Put, put, put. Und Level ab. Level 14. Noch zwei Level bis zur Entwicklung. Hätt ich doch nicht kämpfen sollen. Ja, das hab ich dir schon gesagt, glaub ich. Und hier gibt's ein Item. Da braucht man bitte die Vm1 zerschneide, um da durchzukommen. Und das ist ein Doppelkampf. Da muss ich gleich mein Ding bereit machen. Ein Luturzel. Äh, Absorber. So. Und ein Trank gebe ich Hidropi. So. Noch mal einen gescheiten Doppelkampf. Kevin hat sich Spiegel gesichert. Ja, ja. Äh. Achso, die muss man ansprechen. So, beim Doppelkampf kämpfen vier Pokémon gleichzeitig. Zwei gehören mir, zwei gehören den Tunden da vorne. Oh ja. Samurzel, Luturzel. So ein Nachmacher. Ich hab auch einen Luturzel. Egal. Egal. Tackle auf Samurzel und Luturzel greift jetzt Luturzel mit Absorber an. So. Volltreffer sogar. Na ja. Das heißt, es hat nicht viel abgezogen. Und er versucht seinen Angriff zu erhöhen, um mich zu plätten. Aber es wird ihm nix bringen. Oh man, Erstauner. Egal. Erstauner ist nicht stark. Kann halt nur zurückschrecken. Aber sonst ist die Scheiße die Attacke. Blutsauger genauso. Blutsauger ist auch scheiße. Und Absorber setzt Luturzel ein. Okay, was mach ich jetzt? Er setzt Herden ein. Das bringt ihm gar nichts mehr. Ähm. Tackle, Pots und Absorber. Der Motel wurde ge- I repeat-ed. Und Absorber müssen... Oh, leider nicht. Naja, hätte es sehr schön gewesen. Erstauner. Erstauner. Erstaunt mein Luturzel, dass es noch angreifen kann. Aber bald ist es nicht mehr so. Na, scheiße. Ackerknall ist sehr effektiv, aber... Ah, Volltreffer. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann weiter geht's. Und da ist auch ein Angler. Wo soll ich ein Keimnis draus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht? Boah, wenn er nur Carpodos hat, dann übersprich ich das auch. Ach, drei Stück. Das geht eigentlich. Carpodol Level 6. Carpodos ist die schwächste Pokémon. Er entwickelt sich zu Garados. Garados ist stark. Hat einen irren Angriffswert. Oh Mann, ich glaube, ich wechsle. Und er setzt die Nutzlose-Attacke-Platsche ein. Platsche ist die Nutzlose, sie von allen. Noch vielen Nutzlose als Blutsauger und Erstaune. Platsche macht nämlich überhaupt nix. Es sinkt weder Angriff-Verteidigung noch irgendwas anders. Ist einfach nur eine Attacke, die nichts macht. Oh, ja, ja. Platsche riecht weiter rum. Ich glaube, ich mach das jetzt schnell. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Und was hat er hier? Noch ein Carpodol. Hey, wer hätte das gedacht? Und noch eins. Oh, hat überlebt. Sehr Respekt, aber jetzt nicht mehr tot. So. Normale, wie eine normale Geschwindigkeitsarm einer Haltparalyse. Was ist das? Yonago. Keine Ahnung, was sie macht. Ich glaube, gegen Schlaf. Die gibt doch echt auch ne Bäre. Marron. Die hält gegen Schlaf. Dann halt die andere wahrscheinlich gegen was anderes. Okay. Wir sind im Metaros City. Wir sind im Metaros City. Oh, scheiße. Jetzt hab ich ein vierter. Das ist nicht gut. Ich wollte eigentlich ins Poké Center. Da geht's rein. Jawohl. Okay. Jetzt heil ich meine Pokémon. Und dann geht's beim nächsten Teil weiter. Also dann bis irgendwann mal. Okay. Und hier sind wir wieder mit. Let's play Pokémon Saphir. Und wir sind gerade in Metaros City reingekommen. Ah, scheiße. Ich hab meine Pokémon noch geheilt. Ach, fick dich, du Nutte. Ja, ja, ja. Meine Pokémon sind wieder fit. Leck mich am Arsch. Das weiß ich doch schon. Und hier ist eine Arena. Gehen wir gleich hinein. Der Kampf wird nicht so schwer sein, weil wir haben alle Magie das Zeug gegen Gestein. Pokémon. Und hier ist ein Pokémon. Lutotze müsste alle one-hitten. Unterschätze die Trainer einer Arena nie. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Na, das glaube ich dir nett. Mein Lutotze setzt zweimal Absorber ein und das war's. Oder egal, wie viele Pokémon hast. Drei Mal. Dann eben dreimal Absorber. Interessiert mich nicht. Solo-Totze. Absorber. Tot. Ah, scheiße. Okay, da hat er recht. Ich soll's denn jetzt unterschätzen. Egal. Sein Poch rein. Feinstein ist trotzdem Kau. Bäm. Stirb. Und Level ab. Noch ein Level bis zur Entwicklung. Naturkraft. Sehr schön. Naturkraft in der Arena ist Sternenschauer. Oder Erdbeben vielleicht. Ich schau mal. Was soll's denn mal Naturkraft sein? Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Ah, doch, Sternenschauer. Okay, da hab ich mich gehört. Sternenschauer trifft aber immer. Ist eine Attacke, die immer trifft. Amgegenstecke Steinattacken ist er nutzlos. Und Absorber. Das müsste ein Hitkill sein. Ja, ganz wie ich's dachte. Und die KP wurden wieder aufgefrischt. Sehr schön. Und Kleinstein setzt sie ein. Er oder Er. Ich dachte, ich kämpfst du gegen Arena, Alter. Nein, das wäre ein bisschen zu leicht. Kleinstein, Absorber. Level 6, das müsste ein Kill sein. One-Hit-Kill. Yes. Kleinstein, Gegner wurde besiegt. Wieder EP, Level up. Ich hab ein Kappaloris. Ich... Ich hab ein... Oder ist es ein Kappaloris? Ne. Was ist die Entwicklung? Kappalos ist... Äh... Luturzel. Was ist die Entwicklung von Luturzel? Das fällt mir grad nicht ein. Doch, Kappalos, oder wie? Ne, Kappalos ist die Endentwicklung. Ich weiß nicht. Ah, Lombrero. Lombrero heißt es. Genau, jetzt hab ich ein Lombrero. Kappalos kriegt man es, wenn man es einen Blattstein gibt. Oder einen Wasserstein, weiß ich grad nicht. Ich glaub, ein Wasserstein. Ne, Blattstein, Blattstein. Ach, ich weiß auch nicht. Das schau ich später im Internet nach. Ah, gespeichert. Immer speichern. Und schon wieder einer mit Gestein, Pokémon. Warum bauen die überhaupt eine Arena auf? Das gibt doch keinen Sinn. Die setzen doch alle nur Kleinstein sein. Ich finde, eine Arena lohnt sich erst, wenn die... Wenn die Mitglieder einer Arena mehr als 5 Pokémon haben, mindestens. Aber nicht einen Pokémon-Typ wie Kleinstein. Das ist doch scheiße. Nicht einmal einer hat einen Onyx. Okay, Onyx gibt's hier in der Edition, glaub ich nicht. Außer wenn man Nationaldeck hat, aber da... Ey, Deck. De... Decks. Oder muss man die Liga erst durch haben? Okay. Gespeichert, so. Und... Oh, Felicia. Jetzt geht's an den Kragen. Du wirst geponnt. Ich hol mir erst den Gestein-Orden. Angriff! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Pff. Leiter, Felicia. Kleinstein. Level 14. Ziemlich hoch, aber kein Gegner für Lombrero. Absorber. Bäm. Bäm. Noch mit Bäm. Bäm. Oh, kein Kill. Naja. Und Steinwurf. Oh mein Gott. Immer eine gescheite Attacke. Oh Mann, jetzt setzt sie wie ein Scheiß-Tranke ein. Naja, das bringt ja auch nichts mehr. Absorber. Bäm, Bäm, Bäm. Heile. Jawoll, und jetzt die KP auffrischen. Yes. So mag ich's. Und Böre, erhält so viel und Level 15. Oh mein Gott, jetzt hat sie mein Ding überholt. Jetzt setz ich mal das andere ein. Die Trophy. Und die Trophy. Bäm. Und soeben ist es 0 Uhr geworden. Schönen neuen Tag. Ich spiele jetzt nämlich um 0 Uhr am 13.02.2011. Das heißt, dieses Video mache ich schon seit gestern. Oh mein Gott. Lebensstelle. Kann man auch machen. Boden sind ja auch stark gegen Gestein und Hacken. Und es bringt seine Genauigkeit. Sehr gut. Genau so habe ich's mir gewünscht. Und nochmal Lebensstelle. Seine Scheiß-Naske nutzen im ersten Scheiß. Oh Mann, die hat zwei Tränke. Scheiß Hure. Egal, dann. War ich's eben doppelt kaputt. So, und die Genauigkeit singen nochmal. Herdner setzt die Schlampe ein. Und Aquaknarrie. Das müsste ein Kill sein. Na ja, doch nicht ganz. Na ja. Normal Aquaknarrie. Bäm. Oh, fuck. Leck mich, du Scheiß. Na ja, scheiß drauf. Dann mache ich's eben jetzt K.O. Och, komm, nerv nicht. Die setzt nicht einmal Felsgraber ein. Oh mein Gott. Was wäre denn denn eine Schlampe? Und Erfahrungspunkte. Yes. Level 9. Äh, Level 15. Und Geduld. Geduld ist eine gute Attacke. Heule ist scheiße. Weg mit Heule. Heule setzt sich gar nicht ein. Habe ich höchstens beim Kampf gegen Maike eingesetzt. So, ich habe verloren. Es scheint, du musst noch eine ganze Menge lernen. Also, ich muss eine ganze Menge lernen. Also, sie meine. Meinst du? Ach so, so dachte ich mir, sonst wäre sie echt ne Note. Ich verstehe schon, wie ihm der Pokelige schreiben. Vorher, dass Trainer, die einen Arena-Leiter bezieht haben, dies erhalten. Bitte, bitte nimm den offiziellen Pokémon-Lieger Steinorden ein. Und Kohle. Und ich habe den Steinorden von der Nut erhalten. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nur in der Lage, die V-M-Zerschneider außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Diesen möchte ich dir auch noch geben. TM39. Das ist Felsgrab. Er richtet, ja. Senkt die Initiative und hat Schade dem Gegner. Ja, 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 ja. Leck mich am Arsch, Streberin. Nutzige Streberin. So nicht hier, so. Und was ist das? Geh weg aus dem Weg! Warte, warte, warte doch bitte! Der tut den Duzen, oh mein Gott. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Der tut den Duzen. Kennen sie sich etwa? Egal. Wahrscheinlich sagt er zu allen, tu. So, heim meine Pokémon. Schneller, schneller, schneller. Komm schon. Ich muss einen Typ von Team Aqua verfolgen. Wer so scheiße aussieht und er geduzt wurde. So, und Team Aqua kommt im nächsten Teil. �pass im nächsten Teil. So, ich weiß, was der Typama von Team Aqua verfolgen. Ich bin der Typama von Team Aqua. So, ich bin bei dem Wasser. So, ich bin der Typama von Team Aqua. Wo soll ich die Typama aus dem Wasser tun? So, ich bin der Typama von Team Aqua. Und da, wie wir nicht, es kann sein, wir nicht, dass ich her da. Und ich bin der Typama von Team Aqua. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Wie heißt hier diesen Edition nochmal? Habe ich komplett vergessen? Egal Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Typen da aus Team Aqua In Blütenburg, ne Quatsch das ist anders Ich mit meinen scheiß Blütenburg Der heißt, der heißt, der heißt Wiesen, ne Metaflur, äh Quatsch Wiesen, ach scheiß drauf In irgend so'n Tunnel Finden, bekämpfen, seine Waren zurückholen Und ja, dann kriegen wir ne Belohnung Welche aber, das werdet ihr dann schon sehen Aber erstmal müssen wir dieses Nerver Xixax zerstören Oder Pornen, oder wie man das auch nennt Xixax ist so scheiße, ich ficke es in den Arsch, weil es so scheiße aussieht Weg mit dir, weg mit dir, ich hasse dich Dein Augenblick macht mich krank, du stirbst jetzt Und mach holo, immerhin das gescheitste Kampf-Pokémon Aber Kampf-Pokémon sind nicht sehr effektiv gegen Blood-Pokémon Oder Pflanzen Fuß Kick, naja Oh fuck, Volltreffer Okay, das hab ich jetzt unterschätzt Hydropi Scheiße Dass es ein Volltreffer ist Das ist Pech Okay, mach alles gut Okay, dann setz ich gleich Geduld ein Oh man, er versucht auf'n Volltreffer Ah, überleb, 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 ja Naja, ist nicht viel im Rimmeln 12 Kp Schaden Und er setzt wieder Silberblick ein Hackbar Knarre Bäm, bäm, bäm Du bist geporned Oh, ein Kratzer Ich brauch dringend einen Verband Nein, stirb lieber Welch dich am Boden und grüpp hier Sind wir alle zufrieden Du musst du mir nicht mit deinem Scheiß nach holo Eines auswischen Und ein wieder nervbar Pokémon Oh mein Gott Ich hab solche Angst Meine Käfer-Pokémon sind stark Lass uns kämpfen ... Dü-dü-dü-dü... Düstará-dü-dü-dü-dü-Dü-dı-Dü-dü-du-dü-dü- du-dü-dü-dü ... Ich höre die Musik zwar nicht, aber ich mache es trotzdem gerade. Oh nein, naja, immerhin. Jetzt, scheiße, was mache ich da? Ich kämpfe da mit einem geschwächten Pokémon, bin ich verrückt geworden. Super Trank. Und sie setzt Tackle ein, nicht gerade stark. Naturkraft. Sternschauer, Sternschauer. Und Kill. Was kommt jetzt? Ninkada. Naturkraft. Sternschauer, Sternschauer. Oh, nichts, Kill. Oh nein, Blutsauger. Naja, nicht stark. Oh, das ist bloß meistens eine Pflanze und Blutsauger ist eine Käferattacke und Käfer sind stark gegen Pflanzen. Aber scheiß drauf, Sternschauer. Bäääää. Oh Mann, nervt mich halt weiter. Oh Gott, nervt mich nicht. Ich streb dir sowas von in den Arsch, dass du blutest. Ach, fuck, falsch, vertippt. Naja. Hey, Crash, das war sogar noch besser, was ich vorhatte. Held sogar, kapier. Oh mein Gott, nicht ist alles los, kein Schaloko. Schaloko, der scheiß, nervt mich. Schaloko, Schaloko, Schaloko. Jetzt wirst du in den Arsch gepunt. Ach, Quacknarre. Ach, Quacknarre. Und tot. Ich dachte, dass es überlebt, weil Schaloko hat normalerweise eine hohe Verteidigung. Und holen wir uns dieses Item hier. Schutz, könnte hilfreich sein. So, hier eine Trainerin. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Und das Pokémon, das wir perfekt ownen können. Ein Wasser-Pokémon. Mariel. Blattattacken sind sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Und er setzt einiglein, versucht seine Verteidigung zu erhöhen. Boah, ich bin gerade so müde, ey. Ich glaube, ich gehe nach dem Fan. Hopp, dann tue ich es dann erst morgen. Und Level 16. Ich glaube, ich wechsle die Position, damit mein Ding sich entwickelt. Mein... Ich kann gar nicht mehr klar denken. Meine Dope, genau. Boah, hat Level 15. Warum entwickle ich den Scheiß nicht? Wie viel EP? 160, super. Das hätte ich gleich machen sollen. Na ja, hier gibt es keine Items, wie es aussieht. Na, aber ein Wanderer gibt es hier. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klette ich eben über den Berg. Und ein Wanderer. Liuzius, Liuzius. Mit wieder mit einem kleinen Stein. Hydro-Pi. Ja, kein Knarre. Wie in der Arena. Und aus Nachdempaar spielst du kein Hydro-Pi mehr. Dann bist du ein Moor-Rabbel. Und noch mal ein Scheiß-Kleinstein. Wieder ein One-Hit-Kill. Toot. Du bist noch toter als Michael Jackson. Und wieder ein Scheiß-Kleinstein. Was mache ich da nur? Wieder ein Quickschnagel. Ganz abends natürlich. Und Kleinstein wurde gefistet. Und hier haben wir sie besiegt. Aber das Wichtigste kommt ja noch. Hydro-Pi entwickelt sich. Moor-Rabbel. Moor-Rabbel. Und Lehm-Schuss. Lehm-Schuss ist geil. Da vergesse ich gleich Lehm-Schelle. Ich gebe dir keine Schellen mehr, sondern Schüsse. 1-2-Rund. Schwupp. Moor-Rabbel hat Lehm-Schelle vergessen. Und Moor-Rabbel erlernt Lehm-Schuss. Gut. Was ist du für einer? Naja, geil. Holen wir uns erstmal diese Z-Tem. X-Spezial, okay. X-Spezial verwende ich eigentlich gar nicht. Der Schurke hat mir mein Liebling Peko geklaut. Oh, ah, Peko. Oh, mein Gott, so ein Idiot. So ein Schwuchtel. Ach, scheiße. Das sieht man hier, glaube ich, nicht. Geh. Naja, scheiße. Jetzt muss ich es blind machen. Okay, mal schauen. Ah ja. Beim Kampf sieht man das einigermaßen. Es ist ein Flurmel-Level 6. Da setze ich Aquaknarre rein. Flurmel entwickelt sich zu Gravums. Das ist eigentlich ein gutes Normal-Pokémon. Aber ich will jetzt kein Gravums haben. Gravums ist... Ja. Ein Pokémon, das kann man im Team haben. Aber ich hole es jetzt nicht im Team. Alter, wann taucht es endlich eins auf, damit ich es sehe? Ah ja, jetzt sehe ich es. Ich werde es im Video später sieht man das, glaube ich. Oder ich weiß auch nicht. Ja, das werde ich ja dann sehen. Das ist echt scheiße, wenn ich da später im Kraterberg bin. Oder wie diese... Diese Dinge da, wo die Geist-Pokémon sind. Da sehe ich an der Spitze überhaupt nichts. Und wieder ein Flurmel. Ich glaube, da gibt es nur Flurmel. Ich habe da, glaube ich, auch mal ein paar... ein paar Zubass gesehen. Was? Du willst gegen uns antreten? Na komm, na hol dir eine Tracht-Pügel. Grrrr, man solltet sich alle Kiel holen. Das... Das als geiselgenommene Pokémon hat sich völlig wehrlos erwiesen. Und dabei habe ich nun eine Fluchtwege in diesen Tunnel nach irgendeinem irgendwo gegraben. Ey du, fordest du mich etwa raus? Und es ist ein Team Magma. Mit einem Fehlfieren. Was wir schon im Blütenwurgewalt gesehen haben. Aquaknarbe. Bäm. Und Sandhörbe. Versucht meine Genauigkeit zu senken. Das wird mir aber nichts bringen. Lehmschuss. Oh Mann. Das regt jedem auf, wenn ihr eine Attacke nicht trifft. Lehmschuss, verdammt. Ja also, geht doch. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles was ich zu tun hätte, war da ein Paket von Devon zu stellen. Tze, wenn du es so dringend wiederhaben willst, dann nimm's halt. Devon-Warn halt dann. Devon... Naja, der bringt uns dann nach Faustauerhafen. Und das war's. Ich geh noch schnell aus der Höhle und dann war's das für diesen Teil. Naja, Flurme. Flucht. Ich hab jetzt keine Zeit. Ich muss aus dieser Höhle raus. Ach, scheiße. Ach, gut. Okay, das war's mit dem Teil. Bis demnächst. Ciao. Verdammt verdippt. Okay, ciao. Hallo, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Saphir. Hehe, jetzt weiß ich's wieder. Also wir haben uns gerade diesen Team Aqua Typen bezieht und dem Schwuchtel seinen Peko wieder befreit. Nächste Aufgabe ist hier oben den Zerschneider da einzusetzen. um die ganzen Trainer zu bekämpfen und ja. Und unser erstes Pokémon ist ein Schwalvini. Und der ist überlebt, die Tackle-Attacke, aber es wird es halt überleben, den nächsten Tackle-Angriff. Perfekt. Level Up. Und weiter geht's. Und wieder ein Pokémon-Kampf. Und ein langweiler Pokémon. Aquaknarril. One-Hit-Kill. Und weiter geht's. Hier will man nach oben. Gibt's hier irgendwelche Items. Hm. Nein, hier ist keins. Oh Mann, die Pflanzen gehen hier schon ein. Seht ihr? Scheiße. Muss ich schnell machen. Momentum, ich muss richtig chat-geordnet, meiner Cousine. Ähm. Ja, jetzt drückt er uns zu seinem Chef. Und er gibt uns erstmal wieder einen Superball. Hier ist die zweite Etage von Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Blablabla. Blablabla. ok ich bin Mr. Trum ich muss ja das mit wie wir sprechen du hast uns mitarbeiter nicht nur einmal sondern zweimal aus der klemme geholfen du bist zu außergewöhnlich dass ich dir gerne um einen gefallen bitten möchten ich weiß dass du ein paket zum werft in grafetport city bringen willst könntest du auf dem weg nicht auch im forsterhafen halt machen in treu im forsterhafen ein griff von mir überbringen wie verhalten ja nun solltest du wissen dass ich ein einflussreicher präsident bin und daher würde ich dir nie um einen gefallen bitten ohne einige gegenleistungen zu erbringen das kriegt mit einem poké navigator das ist ziemlich gut da ist alles drücken karte das zeige ich euch gleich ja also gut hier ist der zustand der pokémon glaube ich also das heißt der pokémon wettbewerb da werde ich einmal mal ein wettbewerb machen ja hier kommen sie sortieren das ist auch wieder wettbewerb das sind die trainer die mir begegnen ja da kann man rückkämpfe auch machen hier ist die karte kann ich euch gleich zeigen wo wir hin müssen das finden jetzt hier und hier liegt fausterhafen und hier ist grafetport city danach geht es nach oben nach wiesenflur und da wieder durch zurück dann nach oben je nach laub wechselfeld dann nach unten dann hier hin dann müssen wir zurück weil wir dann den fünften in den vierten orten haben also hier dann geht es hier weiter hier nach oben hier das ist hier eine nebenroute hier ist aber nicht von großer bedeutung hier bloß das hier ist von großer bedeutung geht es hier weiter und später geht es hier lang dann da nach unten und hier nach xenerville und dann ist hier die pokéliga in brachpolis city ähm momentu muss man wieder shitten okay ja da gibt es auch so einen typ der weg pro fossile moment ich schau grad wo die b-taste ist damit ich rennen kann moment 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 wo ist ist heute hier jersey als was du bist du mich für ah 2 ok oder hier ist 2 also es ist weder 2 noch irgendwas anders alter scheiße das ist mein ice cube jetzt werde ich auch wieder voll gespammt ok weiter gehts mein gott sorry dass ich das jetzt so scheiße mache aber ah jetzt habe ich die betasse und da ist die meike oh mein gott so eine freak hin ah ja wir wollten ja den zerschneider da machen moment ich muss wieder chatten ok also zerschneider muss ich gerade schauen hier glaube ich krieg eher haus den zerschneider ist hier kriegt man den zerschneider diese entschlossenheit ist die wirklichkeit die hingabe für pokémon du bist wirklich ein talentiert zu trainern nein warte sagt jetzt nichts ich brauche dich nur anzuschauen ich bin besichert dass du mit dieser vorhin sehr gut umgehen wirst ok jetzt brauche ich nur noch ein pokémon das zerschneider kann ich habe da auch schon eins ich versuche mal in den kader zu fangen hier gibt es den kaders ein flurmel moment ich nehme kurz speed damit wir es schnell kriegen deckel deckel tot fand ich auch gleichzeitig noch ein bisschen ah ja perfekt scheiße es wird zu überleben und der rio ist auch zu stark hmm haka knare ja ne lehmschuss gut ja das ist pokémon naja dann begleiten superball scheiße scheiße was mache ich da ok also zusammen bis zum nächsten teil also ja ja Jetzt kommt er zurück. Wir wollten gerade... Ja, den Kader. Muss ich jetzt zerschneiden dabei bringen. Ja, ähm... Kader... Er lernt zerschneiden. Und wieder ein Pokemon Kampf. Ein Thrall Beanie. Level 7. Knall. Und wieder ein Pokemon Kampf. Ein Zickzack. Ach, Moment. Jetzt auch. Morabel. Ach, kein Knall. Und tot. Hier ist... Hier seid's für die Vorhinein. Möchtest du da schnell einsetzen? Ja. Ich hier so gleich ein Trainer. Mit... Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will... Ich will hier einiges jetzt mal ausprobieren. Schulkinder Orlando. Trussler. Ned Stark. Kann nur Heuler wahrscheinlich. Lehm Schuss. One-Hit-Kill. Nein, du hast verloren weil ich zu stark bin. Oh Gott. Die Pflanzen. Scheiße. Zwei hat die Knills. Ein Pflanzen Pokemon. Das ist der Typ der von Demonen so gerne haben wollte. Oh nein. Stachelspore. Stachelspore. Ja, ja. Oh Mann. Absorber. Scheiße. Oh Gott. Töck. Äh. Jetzt wächst jetzt glaube ich. Und Rero wäre jetzt das Beste. Und er ist ja gleich wieder voll gespammt. Ich sehe das schon. Ah, doch nicht. Ah, jetzt fängt sie wieder an. Ah, was machst du? Was ich mache? Äh. Hm. Hm. Okay, Moravelli, und das übliche, jetzt noch ein Schreihalsflummel. Naturkraft, hält sie mir ein, Sternschauer, Sternschauer, oh man, Aufruhr, jetzt ist es sauer. Ja, Sternschauer. Und Kerstin besiegt. Weiter geht's. Äther. Maron blüht auf. Ja, ist nicht so schlimm, ich habe schon eine Maronbeere. Die kann ich glaube ich flücken, ja, Sanana, Bären. Gehen wohl nicht so schnell ein. So, wieder eine Sanana. Und jetzt zurück. Was mir einfällt, wir haben diese Route noch gar nicht gemacht. Da ist auch eine Trainerin. Na, die nicht. Das ist so eine Kämpferin, glaube ich. Ja, doch keine Trainerin da. Aber hier gibt's einen super Trank. Weiter, 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 schneller, schneller, schneller. Wir müssen Pokémon-Meister werden, deswegen schneller. Pappappappappapp, renn um dein Leben. Und hol dir dieses Item hier. Ein X-Treffer. Na ja, besser ist nichts. Ähm, zuck. Moment, ich muss die Route chatten. Okay. Drei Buchstaben. Hab ich geschrieben. Na ja. Und die, jetzt fängt mit L, O, L an. Wundersaat. Stärkt Pflanzenattacken. Und hier ist auch wieder ein Item. Wir haben wieder einen Pokémon-Kampf. Zickzacks. Superball. Jetzt haben wir zwei jetzt, glaube ich, wieder. Und hier ist auch ein Item. X-Angriff. Hier ist, glaube ich, auch eins. Ein Panik-Korn, oder? Nee, Schaloko. Mann, mein Vorhaber ist immer noch paralysiert. Ach, komm. Nee, das fühl ich mir nicht an. Jawohl, Mini-Pilz. Und da wieder ein Pokémon. Ein Scheiß-Wampel-Level 5. Männlich. Flucht. Ist hier auch 1.8, das haben wir schon kurz. Und hier sind wir wieder Rote 4. Und hier ist das Haus von dem. Warte, Mädchen. Nimm mal Angst an Pekko. Hm. Du bist Kevin. Du hast mein Liebling Pekko gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wir verdanken dir sehr viel. Wir müssen mit mir segeln. Blablabla. Ja. Ja. Schneller, 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 sieh-jung! da wo wir gerade vorbei waren da ist ein da ist regis das ist die küstenhöhle das werde ich auch später in let's play machen wenn ich das spiel durch habe hier ist das pokécenter von faustorhaven willkommen pokécenter wir heilen blablabla ok jetzt muss ich die chat um zu chatten was mache ich denn ach egal ok ich mache dann wieder schluss moment ok meine cousine hat geschrieben dass ich lernen muss da können wir es gleich nutzen die zeit und wir sind in faustorhaven aber zuerst gehen wir in diesen berg rein in diese hülle was machen angler niemals blablabla glaube mich voll junge du hast mir auf dem rücken heißen wuss junge und ein tentara ein wasser gift pokémon lehm schoss es müssten hitkills sein one hitkill ja wohl ganz wie ich dachte und level ab level 18 ich habe verloren weil ich nicht auf die toilette gegangen bin dann bis ins dann bis ins meerwasser das macht doch jeder hier ist wieder ein angler moment ich muss mein mic wieder richtig ätter und ein schweiß carbadour nutzlos da wechsle ich es gleich 그럣kenschutz man benutzt platsche x absorber zum komm 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 im komm 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 ... 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 ähm... Warte mal, ein Mikrofon verschiebt sich dauernd, ich glaube, ich kaufe mir ein neues. Naja, man muss auch zugeben, mein Mikrofon ist ja besonders teuer. Hab ich nur für 5€ gekauft. Oh, Giftstachel. Nicht vergiftet, nicht vergiftet. Och, komm! Schleck mich am Arsch! Lebensschuss! Lombrero. Und Carpadora. Absorber. Oh, Mann. Nervt mich halt weiter. Moment, die Kamera ist nicht... Genau gezentriert. Sowjeta. Spieler besiegt... Äh... Angler. Okay, dann gehen wir mal in die Höhle. Oh, Mann. Vergiftet, jetzt habe ich komplett vergessen. Okay, wir gehen zuerst ins Poké Center. Wenn das so macht, dann heißt das ein Pokémon vergiftet ist. Wir kommen in den Pokémon-Center. Wir haben ja eine Pokémon... Wir kommen in den Pokémon-Center. Wir haben ja eine Pokémon... Hm? Und der Typ gibt euch... Und der Typ gibt euch... Vm... 7, glaube ich. Blitz. Ne, Vm 5 heißt die. Da braucht ihr aber den Orden von der Faust zu hafen. Wobei das eigentlich nicht viel bringt, weil ich kann sogar ohne dieses Blitz rein. Das können glaube ich viele. Das ist aber ziemlich nervig. Ein Makovita. Ein Kampf-Pokémon. Nebenschuss. Naja. Aber ich will nicht darauf rumhauen. Und es euch schnell zeigen, sondern... Ich mach's schon richtig. Und hier ist auch ein Item. Falls ihr das... Nicht wisst. Hier auch. Sternenstaub. Auf der Hafenhalle. Die Informationsverse für jedermann. Gehen wir mal rein. Was innen ist. Nur mit Sicherheit einfach aussehen. Also. Wir haben ja nur 2 Minuten. Was kann man denn machen in den 2 Minuten? Ähm. Ähm. Äh. Äh. Keine Ahnung. Hehehe. Immer mal in die Höhle rein. Wieder. Ein bisschen trainieren. Weil die Arena leitet. Es ist ziemlich stark. Speedtaste rein. Und los geht's. Tackle. Tackle. Oh, geht daneben. Oh Mann. Sandwirbel. Okay. Tot. Kleinstein. Ackerknarre. Tot. Maguita. Alpha Knarre. Oh Mann. Triff doch endlich. Ätzer. Tackle. One Hit Kill. Ach. Scheiß. Egal. One Hit Kill. One Hit Kill. Na doch nicht. Jetzt. Einmal. Mal. Ich hab mal. Bei der. Feuerrot. Da hab ich mal. Sechs Monate. Da hab ich zu. Bis. 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 Die. Liga. Machen. Ich muss. Ich muss. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh man Prozessor Protzener oder wie die auch heißt Absorber Volltreffer, oh mein Gott, so wenig Karateschlag, nicht sehr effektiv Volltreffer Scheiße Morable Lebensschuss Töte, töte, töte Nein, ach Naja, immerhin Überlebe, überlebe, überlebe Ach gut Ach komm, nicht Superdrank Leck mich Leck mich am Arsch Ich verkack schon bei dem Acholo Meine Fresse Ja, ja gut Volltreffer Makuhita Oh nein Äh, Geduld Oh nein, nein, nicht noch Komm, scheiße Jetzt war er reckig Jetzt müssen wir jetzt der Protze ein Ja, ganz wie ich dachte Scheiße Naja, null Angriff Naja, oh nein, oh nein, oh nein Scheiße Scheiße Okay, jetzt muss ich ein Item einsetzen Ähm Superdrank Erhöht seinen Angriff weiter nach oben Geduld Setz Armstoß ein Nein Nicht, kein Sandwirbel Ach komm Oh nee Ich werde so verkacken Ja, das war klar Ja, das war klar Nochmal Geduld Ja, endlich Überleb Zwei Drei Überleb jetzt Ja, super Nein, oh 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 fuck Okay, ich muss Riese retten Scheiße Das ist ein harter Brocken Okay, bis zum nächsten Teil, dann werden wir diesen jetzt äh 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 angreifen äh 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 in den Arsch fisten Amen Vielen Dank. Okay, hier sind wir wieder. Wir haben den letzten Kampf vielleicht auch verloren, aber jetzt kommt das Rematch. Ja, und hier kommt wieder in der Mitte mit seinem Mach-Holo. Setz ich mal was anderes ein. Absorber. Moment, jetzt werde ich wieder voll gespammt. Oh Gott, Geo, äh, Ding, äh, wie hast die? Naja, egal. Oh, fuck, verzippst. Ah, so. Absorber. Oh, 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 jetzt habe ich zwei Optionen, ich wächst besser. Ja, jetzt schlägt er, mein Morabel. Lebensschuss. Jawoll. Also, es läuft besser wie im letzten Kampf. Das sehe ich schon. Und jetzt kommen wir zu einem Makovita. Lebensschuss. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das nicht vor. Sandwirbel. Lebensschuss. Jawoll, super. Okay, wir haben gewonnen. L21. Ui, du hast eine größere Welle produziert, als ich, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt, nimm den Orden dieser Arena. Endlich. Jetzt wird auch die restliche Arena aufgedeckt. Knöchelorden. Für 30 geworden, kann ich jetzt alle Pokémon, die ich durch Tauscher halte, aber ich tausche eh nicht. Geht hier auch nicht, weil ich über Emulator spiele. Hotz, ne? So, jetzt gehen wir mal raus aus dieser Arena. Dann gehen wir nach in diese Höhle rein. Kann den Kader überhaupt blitzen? Ich schaue jetzt mal schnell nach. Und eine Blitz, 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 es kann Blitz, sehr gut. Ich vergesse, was vergesse ich denn, was vergesse ich denn, ich vergesse immer Herdner. Okay, jetzt gehen wir in die Höhle. Aber zuerst ins Poker Center, weil wir sie heilen müssen. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, sag ich. Gut. Ja, deine Pokémon machen sie wieder fit, okay, bla bla bla. Das sage ich wahrscheinlich immer, wenn ich meine heile. Okay, deine Pornos sind wieder fit, ich nenne meine Pokémon immer Pornos. So, ähm. Ab in die Höhle. Wir müssen da treu finden. Wir bleiben treu. Wir bleiben treu. Treu. Naja, okay. Blitz, Blitz. Jetzt wird ein Teil aufgedeckt, aber nicht alles. Das ist der Bullshit. Und es ist ein Zubatz. Der will neuen. Äh, ich glaube, das wird zu Erdbeben. Ich schaue mal nach. Spukball. Eine Geistattacke. Und Blutsauger. Absorber. Absorber. Äh, da kommt man nur mit Fahrrad hoch. Und hier ist wieder ein Item. Zubyris Geist Unlicht. Hat kein, ähm, kann durch keinen Typ sehr effektiv besiegt werden. Also wenn das Pokémon Wunderwache hat, dann ist es unbesiegbar, aber es kann, hat keine Wunderwache. Und Spukball hat, ah, ist nicht sehr effektiv, glaube ich. Ah, normaler Schaden, okay. Mal erst gleich nochmal. Und Kratzer. Naturkraft. Spukball. Spukball. Und Kill. Pokéball. Ok. Wann taucht denn jetzt? Ah, ja. Wenn man schon vom Teufel spricht, kommt er auch zu Bieris. Nicht hohes Level, nur Level 12 haben wir gerade gekämpft. Naturkraft. Spukball. Spukball. Früher habe ich dir mal Spukball gesagt. Aber jetzt sage ich Spukball. Silberblick. Verteidigung sinkt. Sinkt aber nichts. Weil jetzt gepornt wird. Hm. Lombrero bekommt die P. Ähm. Sobier ist wieder. Level 10. Hoch. Spukball. Spezialverteidigung sehen kannst du dich. Spukball. Hehehe. Nochmal. Spukball. Spukball. Oh ne. Nachtnebel. Minus 10 KP. Spukball. Spukball. straps signed. Egalo gibt es. Auf, auf, auf. xd und weil jetzt das ist hier ein ewig stein mann mann wieder ein pokémon aber es ist die teleporter einer so fliege hat flucht ermöglicht aber es ist teleport ein es bringt doch kaum nein du fliehst jetzt nicht ich fliege die leute dummes aber flucht nichts hier ist nichts ich dachte hier wäre ein item ok hier sieht man jetzt was naja und ich muss wieder schluss machen bis demnächst tschau ja Und hier sind wir wieder. Wir fliegen gleich wieder, weil ich keinen Bock habe gegen das zu kämpfen. Und es ist wieder ein Pokémon. Ein Markoheater. Das Pokémon, das Kamilo und Ceriseo auf den Sack gegangen ist. Spukball. Ah komm, was soll ich Spukballen? Nicht sehr effektiv. Nein? Okay, ich dachte, das wäre nicht sehr effektiv. Hab ich nicht gehört. Dieses Ding, das du da trägst, ist ein Poké-Navigator. Wenn Trainer einen Poké-Nav besitzen und Gegner ankämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Entschuldigung, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle setne Steine. Daher gehe ich immer wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich. Und hier übergeben wir den Brief. Jetzt kriegen wir Stahlflügel. Jetzt kriegen wir Stahlflügel. Jetzt kriegen wir Stahlflügel. Okay, naja, okay, ich hab upchitted. Ich werde dir diese TM geben. Stahlflügel. 47. Der Champ der Poké-Liga. Müssen wir aber erst den Champion besiegen. Der Champion, der ist ziemlich stark. Der hat hier so... Sagen wir mal... Ja... Massive Pokémon. Ne, das sag ich aber noch nicht. Ein Abra W8. Flucht. Du, 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 du. Okay, jetzt gehen wir ins Poké-Center. Ja, in deine Pokémon machen sie wieder fit. Komm, jetzt kommen die Zahlen vorbei. Sooo... Ahoi. Für dich wirklich zu jeder Zeit über hin. Nur mein Freund, wohin soll's gehen? Gravid Paul City. Gravid Paul City soll es sein. Anke gelichtet Pinko Manch zu singen. Die sitzen Segel. und hier ist oben gleich wenn man da vorbeifahrt warte hier jetzt die schiffsruhe in die schiffschiffswrack da werden wir auch später hingehen Ahoi wir haben in Gravit Pod City angelegt und vermutlich ist es zu Captain Rickle bringt sie mir die Devon Waren äh wat ahja genau ich habe mein Anker in vielen Heften der Welt geworfen aber Gravit Pod City ist der schönste Hafen din 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 ein Pokemon Kampf ein Matrose Bombero Naturkraft Erdbeben geil oh so wenig naja nochmal Erdbeben Matrose Ich weiß dass ich der beste bin wir bauen den Gang öh wir bauen äh wir brauchen ganz lange um unsere Sandbook zu bauen Das schenke ich dir Bruder Sand Danke Ja 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 Erlabe mich durch voll Junge die die Tanks das schreibe ich meine Cousine Leute öhm 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 Platscher-Günther-Günther! Oh nein, ZIGZAX! Moment, ich chat wieder! Okay, Lombrero-Absorber! Oh nein, Surfer! Okay, das vergessen wir am besten ganz schnell, das war echt peinlich! Okay, okay! Ah, hier ist es, hier ist es, es müsste sein! Jawohl, Superball! Hochball kämpfen! Mit mir! Jawohl, mit wem sonst? Eine Herausforderung von Matrose Monty! WINGAL! Ich mach jetzt mal Schluss! Bis zum nächsten Tag! WINGAL! 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 heute nur ein kleines Zwischenvideo und zwar habe ich folgendes auf meinem Kanal entdeckt gehe ich mal auf Einstellungen jetzt ah, ähm wo ist denn das? ähm, ich glaube das ist bei Datenschutz ne Quatsch, das ist gleich hier Deine Videos enthalten möglicherweise Content, der Eigentum einer anderen Person ist bitte überprüfe diese Videos und zwar ist es dieses Video Part 16 meiner Saphir-Edition Treffe für die Urne Urheber Dritter aber was soll daran bitteschön sein es ist hier in diesem Part kein Sound also keine Musik quasi was unheberrechtlich geschützt werden könnte alles legal ich weiß noch was YouTube Part falls äh ich muss das leider jetzt löschen sicher geht vor, sicherheitshalber geht's äh, sicher geht, Sicherheit geht vor, sorry ähm ja, deswegen wundert euch nicht, falls Part 16 nicht verfügbar ist das liegt alles an YouTube ich, oder ich, ja also ich weiß noch was da mit YouTube los ist Urheber rechts da ist nix, habe ich alles selber erstellt ich weiß noch was sie haben aber sicherheitshalber werde ich das jetzt löschen Moment wie, achso ich muss es jetzt sicherheitshalber muss ich das jetzt löschen das mache ich aber nach dem Part ja ja ich weiß noch was YouTube ist YouTube ist wie eine eine Zicke ok dann sag ich mal tschüss ne ja willkommen zurück bei let's play Pokémon Saphir ja und wir machen grad diese Strand aus wenn du Lust auf einem heißen Kampf auf hoher See hast findest du keinen im Lohne denn Trainer ist mich oh nein, drei Pokémon, das dauert Lombrero Level 20 setz dich ein und wieder Mowgli patscht 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 schreckt zurück Absorbers müssen killen Winger ist ein Wasser und Flug daher ist Absorber normal viele Leute die sich grad fragen warum die Attacke nicht sehr effektiv ist er nicht nicht sehr effektiv ist oh, Tentara Tentara muss ich wechseln Tentara kann Gift attacken oh, Rabble dem Schuss oh, ein Hit Kill hat er auch 10 Level mehr Macholo ein Kampf Pokémon Lebsschuss Lebsschuss entfernt entfernt weil es zu lang ist du bist brandheiß die Kerne verglühen geradezu ich bin mehr als zufrieden du und deine Fähigkeiten deine Fähigkeiten äh, Quatsch, du hast deine Fähigkeiten bewissen zum Dank schenke ich dir etwas es sind 6 Flaschen Sprudel und hier kann man auch schwul kaufen aber ich will jetzt keine und jetzt gehen wir mal nach Grafenport City eine große Stadt aber ohne Arena ja ja, deine Pokémon machen sie wieder fit ja, ja erkunden wir mal die Stadt hier ist bestimmt was wir bekommen können das hieß die A.E.S. das Pokémon Wettbewerb Hyperklasse hier ist der Dog glaub ich jawoll gehen wir mal da rein ähm eine Reise zum Meeresboden ich frag mich wie es dort wohl ist eines Tages möchte ich auch mal einmal so tief unter Wasser reisen naja äh Quatsch, du meinst auch wie wäre gern ich wäre gern mit Captain Brick auf die Expedition des Meeresboden gegangen aber das U-Boat ist zu klein für mich ich könnte mich ja rein quetschen aber dann hätte der Kapitän keinen Platz mehr so siehst du auch aus verzeihung suchst du noch einem Schiff oh, das tut mir leid aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung ist hier, hier ist nichts nur ein Ladebereich aus dem Namen bewertet Bewertung für Pokémon Kosen also hier kann man die Pokémon Namen um ändern falls man das nicht gemacht hat Pokémon Fan Club wir rufen alle Fans der Pokémon hier kriege ich bestimmt ein Item ähm ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fan Clubs als Vorsitzende bin ich hier natürlich die wichtigste Person hier keiner kann mehr mit im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen keiner doch ich in jedem Wettbewerb bin ich natürlich der Sieger aber dadurch enthalte ich denen anderen ihr Vergnügen vor und deshalb beschränke ich mich darauf die Pokémon der anderen zu beurteilen jetzt ist es toll zu sehen wie andere ihre Pokémon aufziehen in die zu wenigen Gesichter der Pokémon die gut behandelt werden für die Fürsorgliche und Liebe Art der Ehre Trainer mein Herz glüht über die Feuer da gibt es so viel Glück oje entschuldige ich schwärze hier die ganze Zeit vor mich hin bitte laube mir einen Blick auf deinen Pokémon zu werden Pokémon zu werden jetzt wäre ein wenigstens gewachsen und ich verstehe bla 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 da wird sich lang in deinem Pokelius gehen ach leck mich am Arsch man ich hasse dich jetzt fick dich ins Knie ach nein mein Gott Hurensohn was bist du und du bist auch ein Hurensohn alle die mich voll schätzen sind Hurensöhne gibst du mir einfach Items ein Poketil ah bla Sampfglocke ok du bist kein Hurensohn oder keine Hurentochter ok der ist ein Hurensohn nein oh du bist ein großer Hurensohn nein Hurensohn Club meine Wisse Moment ich muss wieder chitten וט 열sohn hm 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 Okay, das war's. Kennst du die TM Geheimpower? In unserer Gruppe möchten alle die TM Geheimpower. Ein solcher Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Sie werden dich dann als Mitglied aufnehmen und unter der Hand tolle Sachen verkaufen. Horscheid ist an dir Seger, denn diese Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht so aus, als könnte es dich aufrichtig richten und angreifen. Ich bin der Statuswertiguru, ich werde dir verkaufen, was du brauchst. Moment, ich muss wieder chatten. Okay, da will ich aber momentan nichts haben. Das habt ihr euch schon gesehen, während ich da chatten habe, was der da verkauft. Oh, dein Lombeiro, du musst dich mir anstrengen. Dann gebe ich dir und dein Pokémon ein schönes Geschenk. Willkommen, kann ich dir helfen. Oh Gott, Puppen, sehe ich auch so wie ein Kleinkind. Okay, ich glaube ich habe alles erkundet. Ah, ich habe meine Pokémon schon kalt, oder? Ja. Okay, das war die Expedition von Grafitport City. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen sich auf. Alternativ evenly, wenn du keinen Schleuchstum begleerm greasy. Darum kein Laseat ist. Wir freuen sich immer gut. Auch ein paar Diebe Schleuch難ely. cohester打приao. So exiguta sind sicher. Und was duうわartstrohe. König mal. Dieция habe mich besser gesagt. Hier sind wir da und wie ihr gemerkt habt, es sind hier ziemlich viele Team Aqua Rüpel. Ja, und die den Weg zum Museum hier versperren, da kommt man nur hin, wenn man da kommt man hier diesen Typen hier anspricht. Ähm, nein, das hier gehört und das da hin, wo gehört dieses hin, und was ist in diesen Linksbums? Ah, ich werde da was einfach nicht schlau. Hm, hallo, ich bin Botmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das, da sind das Devon-Bahn? Äh, aber, ähm, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo gegangen, er sagt, er müsste was erledigen. Kann ich die bitten, blablabla. Okay, ich muss wieder chatten. Hm. Okay. Und jetzt sind diese Rüpel da weg, jetzt kommt man hier rein. 50, okay, hier kann man, wenn man hier keine 50 hat und auch kein Geld mehr bekommen haben kann, dann kann man das Spiel nicht mehr durchspielen, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Was machst du hier? Ich bin beim Team Magma, du hast mich in den Boden gestarrt, veränderst du dich? Hier, das ist es für dich, vergeben und vergessen. Oh, danke. Oh, verdammt, du hast unsere Pläne zu nütig gemacht. Als Ausgleich wollte ich dir etwas mitgehen lassen, aber du bekommst deine Belohnung auch noch. Und da rennt er weg. Das hat er uns gegeben, ich schau mal schnell nach. Na, fuck. Jetzt auch. Beutel. Raub. Ah, ja. Okay. Raub. Das erklärt alles. Ich hätte keine 50 Pokedolle, ich hatte keine 50 Pokedolle. Oh mein Gott, so ein Obdachloser. Daher habe ich Ewigkeiten gebraucht an der Rezeption vorbeizukommen. So ein Obdachloser, ey. Na, da konnten wir erstmal ins Museum, bevor wir den Namen sprechen. Das ist ein Fossil mit vielen Furchen. Das Erdreich des Meeresbodens wird durch die Gezeiten abgetragen, die Bewegungen des Wassers zeichnen, Rillen und Wellen in den Meeresboden. Wenn der Meeresboden versteinert wird, ein Bodenrelief sichtbar. Ein Rotterball hilft in dem Glasgefäß auf und ab. Dies ist ein Experiment, das eine künstliche Kaskalle mithilfe des Ballauftriebs erzeugt. Wir dem Aquaman bestehen zum Besten für alle. So dass eine blaue Flüssigkeit bewegt sich spiralförmlich in einem Glasgefäß. Dies ist ein Experiment, das einen künstlichen Whirlpool mithilfe von Vintage erzeugt. Und uns wurde befohlen, uns hier zu versammeln. Das hatten wir aber. Unser Boss, der Geigenvogel, ist nicht hier. Ja so, wieder dieses Obdachlose, okay. Dies ist eine Probe vom Meeresboden. Über viele Jahre haben sich die Spuren alles Lebens... Ähm... Viele Jahre haben sich... Moment, ich muss wieder chatten. Auf dem Grund des Meeresboden abgelagert Analysen dieser Probe gegeben einen Einblick ins längst vergangenes Leben. Was ich hier lerne, kann ich für meine beruchtlosen Taten gut gebrauchen. Das Grunde Fakt 1 vom Meeresboden ist das Meeresboden blau... äh, mehr blau. Lichtsetzen... Let's setze ich auch für sie in die Schienenfarben zusammen. Scheint das Licht durch Wasser, so gehen einige Farben verloren. Der blaue Anteil des Lichts bleibt aber erhalten, das Wasser erscheint blau. Wenn dieser Idiot die Sache im Madhouse City nicht vermasselt hätte, wären wir jetzt nicht hier. Meeresboden fragt 2. Warum ist das Meeresboden salzig? Meeresboden enthält gelöste Salzionen in Form von Natrium und Chloro... Chloroid. Diese Ionen wurden durch den Regen aus Gesteinsschichten herausgespült. Die Konzentration des aufgelösten Salzes macht es mehr salzig. Wenn ich diese ganzen Sachen an mich reißen würde, dann wäre ich reich. Das konnte ich Fakt 2 erst, was haben wir schon gelesen. Fakt 3. Was ist größer, das Meer oder das Land? Ja, desto 70% von Wasser bedeckt der Rest des Land. Das Meer ist doppelt so groß wie das Land. Was ist das? Eine seltsame Vorrichtung rotiert unter einer Glaskopie. Vielleicht misst sie die Tiefe von irgendwie. Moment, muss ich wieder chatten. Was ist das? Tauchboot. Ein Replikad eines kompakten und unbemannten Spezialupots zur Erforschung des Meeresboden. Die Fähre der MS Tide. Ein mausgestopptes Bordell, der eines Schiffes unter Konstruktion in der Burg werft. Moment, ich hörte wieder. Modell der Höhenregion. Ein Diorama der Höhenregion. Wo liegt hier Wurzterhalm? Jetzt nehme ich das Kanto Wasserqualität steht auf dem Schild. Anscheinend ist das Eisgehalt in jeder Region anders. Okay, ich habe gerade wieder chatten. Dies ist eine Anzeige der Meeresströmungen. An der Oberfläche sind die Strömungen abhängig vom Einfluss des Windes. Dies ist eine Anzeige des Meeresboden. Bei uns sind die Strömungen abhängig von Faktoren wie Temperatur und Salzgehalt. Ein Gummiball größer und kleiner im Meer sorgt das Gewicht des Wassers für ständigen Druck. Im Zeichenwasser ist der Druck nicht sehr hoch. Im extrem tiefen Messern kann der Druck zehntausende Tonnen innerhalb eines kleinen Bereiches betragen. Moment, chatte wieder. Okay, was ist das hier? MSN, eine Reflexat eines Luxusleines, der über den Globus kreuzt. Ja, wenn du Brick suchst, der bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trump von Devon begestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Oh, Moment. Okay, ich muss stoppen. Bis zum nächsten Teil. bestimmt für'saun. Eist zu fangen. In Karlsruhe, ich unterbebe mal, puede sein. Sie neol Duoden M Members. Firmen! B sourcesen. точigerweise 모�figant. Okay, wir kämpfen jetzt gegen diese Team Agfa, Idioten. Nee, warte, das ist doch viel zu schwer für euch. Nee, wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Agfa. Der Boss will diese Dinge haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile überwachsen. Na Team Agfa-Rübel. Karnawana. Ein Wasser-Pokémon. Moment, ich hatte wieder... Okay, echt. Einfach, einfach zu besiegen. Absorb und das war's. Na echt, neulich der Kampf. Oh, geschlagen von einem Kind. Kevin gewinnt. 300. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Boah, du wirst schlamm, ich werde das Ding schaukeln. Ein Ausgang von dem Aquarium bezubaut. 14. Lobriero. 20. Mogel-Tieb. Pschschschruch. Schreck zurück. Ach, komm. Ach, komm, komm. Mhm, hm, 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 hm. Lobriero kriegt EP. Und wir setzen Carnivana ein, gilt euch zu besiegen durch Absorber. Und noch mit Absauber. Sehr viel tief, keine Wanner, wo die Energie gesorgt. 21. Was, ich habe auch verloren? Ja, das hast du. Nun, und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Oh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass uns ernährendes Kind meine Nerven nervt. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idiot, dann lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Asien von Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die ehrenbaren Pläne von Team Aqua einmischt? Ähm, warum kann man Menschen alles leben? Passiert auf die Kräften des Meeres? Da ist jetzt in Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Weißt du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Du bist wahrscheinlich noch zu klein, bla 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 bla. Ich bin nicht zu klein, ich bin 17. Da bin ich nicht mehr klein. Du bist, aha. Du bist Kevin. Oh, das war aber eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. So, ähm, Kevin übergibt Devon fahren. Moment, Gun. Oh, Jetta, okay. Ach, scheiße. Jetta, haha. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Messgrund aufbringen. Danke, du entschuldigst du mich. Okay, dann verlassen wir mal dieses Museum. Gehen nach Norden. Und da ist eine Trainerin. Ich würde überall hingehen, um meine älystischen Pokémon zu präsentieren. Eine Herausforderung von Poké-Fan Isabel. Bloßel. Ein Elektro-Pokémon. Muggel-Heap. Bang. Naja, schreck zurück immerhin. Hehe. Und Naturkraft. Oh nein, Donnerwelle. Ich hasse es. Das hasse ich dann bloß. Ich setze eine Donnerwelle ein. Urgzug-Heap. Urgzug-Heap. ähm äh nochmal ne kann man ihn dann nochmal einsetzen Absorber so okay meine Cousine ist jetzt auf okay jetzt kann ich mich wieder voll auf Pokémon konzentrieren Absorber oh nein Ruckzuckie Fick dich Alter Alter sterb doch endlich Sternenschauer so tot Miminum naja okay okay jetzt ist auf ja dann geh ich jetzt auch auf weil ich hab jetzt kein Bock dass mir noch einer voll labert Alter ja da seht ihr wieder mein ICQ Profil okay Minum Lehm Schuss Put ach komm nerv mich Euler Lehm Schuss Lehm Schuss stirb alles alles wenn ich da rein lasse dann oh schön hat recht nicht da aus du bist ja auch nicht schön du bist hässlich so weiter geht's das ist das rätsel aus das mache ich auch später wenn ich es durch habe zeige ich euch das was das rätsel aus ist spürst du nicht die wohl wohlige Berührung eines wohltuenden Mundgeruches äh wohlgeruches epic Mundgeruch scheiße geil alter Mundgeruch scheiße die hab ich jetzt genüsst und Lombrero Moro Rebbe Giftstache naja gibt bessere Attacken Lehm Schuss Toxin zum Beispiel Toxin ist die beste Giftattacke finde ich Toxin fügt in jeder Runde mehr Schaden zu bis es irgendwann down ist das ist Pokémon du hast dich vom Duft nicht ablenken lassen äh bin ich schwörde was ich schluss mich doch nicht von so nem scheiß Öko scheiße da ablenken Jo wie kämpfe als Team wieder Doppelkampf Zwillinge Nora und Jo Schlossel und Minum Mogel und Lehm Schuss ja rechte Hand hab keine Ahnung was rechte Hand macht aber egal naja leitet die Attacke zu dem anderen weiter sehe ich gerade ähm absorber game schuss jaja senk ruhig meine an mein angriff ich glaub wenn ich das hier hab dann lasse ich mir Zeit und lade die ganzen Teile erstmal hoch ich hab gerade erst mal ein Teil hochgeladen aber wenn ihr das seht dann werden wahrscheinlich schon mehrere Teile hochgeladen sein also wo ich das jetzt mache dann wenn ich das hier jetzt mache also momentan hab ich jetzt nur ein Teil hochgeladen weil ich zu viel mit Spielen beschäftigt bin und ein Pokelfilm mit einem Eneko Niko ist gut oh man weiblich er wird bestimmt Anziehung einsetzen oder sowas ja schreck zurück super und jetzt Naturkraft ja dachte ich mir Anziehung die Schuhe ist der Sack im Spiel höh höh ich setz Anziehung ich bin männlich auf ein männliches Anziehung im Pokémor rein höh höh oh man nein ach komm verzieb ich mich halt Mauerrabbel Duplex Heap Volltreffer Lehm Schuss Tod Oh und sowas aber auch mein geliebtes Pokémon was ist das ach mein eigentliche Schnur hat sich wieder verheddert das ist ich bin jetzt bin ich frustriert und wütend so und du darfst es ausbaden Hälte hat er irgendwie Probleme oder was ich bin nur hinter ein Opfer er ist ein Opfer er hat ihn kaputt auf Level 5 Absorber Pfff Pfff das hätten sie weglassen können Alter diese Paralyse regt mich auf Absorber nichts geschieht Absorber nichts geschieht ich hasse mein Mikrofon so da hat man vor allem geatmen es riecht einem voll auf hab ich recht Pfff Pfff tut mir leid aber ich habe keine möglichkeit gefunden den Sound ans abzuspielen ja Carver da wurde ihr könnt ja neben so Musik oder so laufen lassen wenn dir das anschaut oder sowas oder ich tue Musik einfügen ins Video wenn du von hier das Meer überquerst nimmst du eine Abkürzung nach Rosalstadt hahaha das ist doch kein praktischer Tipp äh ein praktischer Tipp ok dann bis zum nächsten Mal im nächsten Teil da tue ich Musik rein tschau tschau hallo willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Saphir so ähm hoffentlich kennt man den Sound jetzt ein bisschen besser ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht so also müsste man jetzt ein bisschen mehr hören so ja das werde ich doch schon sehen also wir sind hier in der Route 102 und hier ist ein Zerschneiderweg da kann man durch natürlich möchte ich Zerschneider einsetzen zack nochmal zack 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 und jetzt haben wir uns dieses Item Megablock naja geht's und hier sind die Bären Yonago das andere müssten Citro-Bären sein nee Armrenner oder Armrenner-Bären naja was ist das auch wieder was ist das auch wieder das erkennt man ja das erkennt man ja bum 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 so hier ist der Ritzelmeister mache ich später ein wenn ich's durch habe ein Special über den das gehen jetzt gehen wir erstmal hier nach Osten hier gibt's auch ein paar Alten soweit ich weiß Angriffs plus hier ist momentan kein zu sehen hier ist ein Trainer und ein Pokémon Kampf Schlupuk Gift Pokémon da müssen wir leider wechseln Morabe und ihr versucht äh meinen Morabe einzuschläfern mit Gaina Nebenschuss sehr effektiv sehr effektiv ok und hier ist ein Item Pipaheiler und der will jetzt mit Garmus kämpfen ich habe hier im hohen Gras einige coole Pokémon gefunden es müssten Teenager sein Jawoll Teenager Frieder Pfiffchen Dombrero Absorber Naturkraft naja Schlagespore ok und er versucht seinen Angriff zu erhöhen dann senken wir seinen Angriff gleich wieder hehehe und jetzt setzt das Handwirbel ein war ja klar jetzt müssen wir angreifen auch sauber ganz wie ich dachte geht daneben oh nein ok jetzt muss ich komplett wechseln damit die Genauigkeit wieder normal ist ja jetzt setzt sie wieder die Ulle ein setze ich einen Lebsschuss ach komm jetzt aber jetzt aber Triff na also geht doch Stoll oben hier Stahl Stahl und Gestein müsst ihr mit Akorknarre kennen können Akorknarre Vortreffer Vortreffer L23 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 gegen die habe ich schon ein paar Mal verloren das erkennt man hier schon am Weimar Level 18 aber Absorber wird den schon hitten müsste der effektiv sein eh roll auch zieht wenig ab das liegt dran da er immer viele Kp hat ja super ja super Platsche eh egal das vergessen wir am besten gleich schnell Absorber Absorber und jetzt setzt eine Gesteinattacke rein Walzer Walzer wird immer stärker aber Absorber aber Absorber prompt ihn schon und Weimar wurde besiegt und jetzt kommt ihr Reptil jetzt wirds ernst scheiße jetzt muss ich Lombero draußen lassen Level 20 ok versuche ich das mal zu paralysieren ach komm jetzt ist es kein Stachelsporer mehr naja Sternstahl ist auch gut und der setzt eine Verfolgung ein Sternenschauer Sternenschauer trifft zum Glück immer aber sein Pokemon äh ihr Pokemon ist mehr Angriffslustige einmal noch und deshalb Tennis Kau außer sie setzt einen Trank ein Absorber KILL 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 Jawoll Volltreffer und level up ele 23 jetzt kommt ein ein Feuer Pokemon jetzt kann man leicht Morable Aquaknall Pau nen Kamaup gut dann wirds die Aquaknall und das war's schon Kamauobes Bodenfeuer ist daher vielmehr effektiv Kamauob wird auch später eins unserer Team Pokémon sein Ach du Shun, du bist besser als ich dachte Kamen, du hast auch vielleicht das Turnier nicht da Ich denke, du verdienst eine Belohnung Hier, das ist von mir für dich Detektor Damit kann man versteckte Items finden Ja und ihr habt ein Fahrrad Fahrrad kriegen wir dann später auch Wenn wir in der Stadt sind Ja, aber das erst muss ich beenden Bis zum nächsten Teil, ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon 4 Wir sind immer noch auf dem Weg zur Route Und hier hat man erstmal einen super Trankball gefunden Und hier ist auch wieder ein Trainer Und wieder Pokémonkampf Es ist wieder, ja ganz wie ich dachte Ein Schluckuck Und wieder müssen wir wechseln Ach, scheiße Wechseln, ich hab jetzt auch Flucht gemacht Weil ich keinen Bock hab, das jetzt zu wechseln Jetzt muss ich die Position verändern Da Lombrero geschwächt ist Ja, ich... genau, ich setz nur ein Spudel ein Die haben wir ja vom... von diesem Ding vom Strandhaus Zeigst du mir dein Pokémon nur ganz kurz, ja? Muss ich wohl Ein Sammler Lombrero Willkommen im Club der Lombrero Sammler Äh, Besitzer Scheiße, sein Lombrero Wir wissen ja, was Lombrero für ein Typ ist, ne? Wasserboden Und seiner ist Pflanze Daher wäre mir Eine Pflanzenattacke Sehr stark gegen meinen Gegen meinen Morabel So Lombrero gegen Lombrero Und jetzt kommt wieder die Stachelspore Und Lombrero ist paralysiert Das heißt, es kann wahrscheinlich auch Naturkraft Der, ganz wie ich dachte Und er... ja, es macht das gleiche wie ich Ähm... ja, ich könnte Absorber einsetzen, da Lombrero teilweise in Wasser ist Naja, hätte mehr erwartet Ah Und wieder Absorber Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen Aber das werde mich so klein kriegen Naja Heule bringt es sehr viel Der Absorber eine Spezialattacke ist Ach, Paralyse Nervt nicht Und seines kann auch Erstauner Das wundert mich Unseres kann schon Mogelieb statt Erstauner Ha Absorber Jawohl Weg Planas Das Gegenstück zu Lombrero Ebenfalls ein Wasser Äh, ein Blatt Pokémon Unter und unten Das ist kein Sonnenlicht, aber Nee, lass jetzt mal Morable ran Und jetzt wird's ernst Wasser gegen Pflanze, ey Hoffentlich kann Planas noch keine Pflanzenattacke Ich glaube, das ist nett, dass es eine kann Ja, müssen Tackle einsetzen Ja, Pfund Dachte ich mir, kann keine Pflanzenattacke Tackle So, Kau Nee, ich möchte meine Sammlung vollständigen Und weiter geht's Und hier ist Hier ist auch ein Trainer Ich habe deine Absichten vorhergesehen Daher werde ich nicht verlieren Die hat ein Abo, soweit ich weiß Oder der Haha, das ist ein R Sorry, das hört aus wie ein Mädchen Naja Ein Abo, ganz wie ich sagte Ähm Dieses Abo kann Kraftreserve Also setze ich Akkuchen einmal ein Naja, Kraftreserve ist normal Kraftreserve ist eine Taki, die ihm ist effektiv Und nicht sehr effektiv Oder Ja, wie hier zum Beispiel Es ist auch normal, dass er effektiv sein kann Das liegt an Pokémon, wie stark Kraftreserve ist Und Abo ist Kau Morable 24 Zwei Fläbel noch bis zum Pex Und weiter geht's Wir sind auf dem Weg nach Ähm Mal Eventbruch City Und hier bis Sein Viertel Blitz Morable Neben Schuss Bääb Und weiter geht's Weiter geht's Und wir sind durchs Gras gegangen jetzt ist hier noch ein angler wahrscheinlich hat er auch ein kapador also auf jeden fall hat er zehn tage das weiß ich der wird zwölf ist nicht besonders stark lebenschluss ponten mit sofort mit einem one hit kill ein mehr der zweimal haben wir ja schon vorhin schon gesehen das hatte die meike viele kp wasser pokémon wie dasselbe taktik lumbrero und absorber naja platzschart meike auch eingesetzt weil wir weil es ein sehr gutes team pokémon habe ich auch mal in meinem team gehabt aber für hier für dieses let's play will ich hier kein weimar heim drin haben da ist sonst so viele wasser pokémon in meinem team hätte weil umbrero ist schon was zum pex ist ein wasser wenn hier noch ein weimar dazu kommt dann ist die hälfte einer team pokémon aus wasser und elektro werden dazu er wird sehr effektiv gegen meinen team deswegen will ich jetzt keinen weimar mein team haben ja und wenn man so schön über weimar reden dieses weimar ist gerade drauf gegangen und jetzt schon wieder ein tentacher wieder ein gift wasser also ich mag kein tentacher tentacher ist echt so nerver nerver wie zigzags oder carbadour gehört äh gehört tentacher dazu weil das begegnet man sehr oft wenn man serft den tox ist aber schon eine andere liege und wieder ein tentacher und war neckel ich habe verloren verflixt ihr kriegt man irgendwo eine gratis bär soweit ich weiß jawohl von dem hier oder ne doch nicht nana bären ok würde das nicht spaß mit einem fahrrad die volle pulle den radweg entlang zu düsen ja ok und wir sind hier malwin frohe city gehen wir jetzt mal ins pokécenter bekomme pokémon sind die beiden der pokémon und man sie wieder fit bla 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 und dieser typ kommt mir ein bisschen seltsam vor ich bin eine geschichte erzähle ich erzähle dir die geschichten von legendären trainern soll ich dir etwas erzählen ja aber ich weiß nichts über die hinterher habe ich keine geschichte auf dem lager wo findet man wohl einen trainer der einem leben der legende gleicht bist du ein trainer dann sag mir ob du geschichten für mich hast die legendär sind was ist du du hast du im pokécenter äh im pokédex nachgeschlagen einmal ja super ok das hätte man uns sparen können holen wir uns erstmal das fahrrad das gibt es nämlich hier damit kann man durch den radweg erstmal hat hier die wahl zwischen ein eil und ein kunstrad du kommst den ganzen weg vor dem blabba da wenn er einfach so einen jeden im fahrrad gibt der so weit weg ist dann wäre er schon arm ich nehme jetzt mal das eilerrad ok soll ich das als select markieren hier ist das eilerrad wählen moment jetzt brauche ich die select taste wo ist denn die ah ja ich hab sie oder moment ich hab sie noch nicht ganz ah ja hier ok weißt du ob es cool ist blablabla und hier ist ein item x tempo oh gott hier auf der tastatur zu spielen ist sehr schwer also gut im nächsten teil machen wir hier diesen radweg wir kommen zurück bei jetzt pokémon safir und wir wollten diesen radweg jetzt machen da wir jetzt ein rad haben können wir da auch jetzt rein das ist wahnsinnig schwer dass so schnell dass halt warte also viele die es nicht wissen hier gibt es einen versteckten weg und hier ist auch ein versteckter trainer haha ich werde dich nicht mit meinen wundern verwirren der hat ebenfalls ein aber der hat ebenfalls ein aber wie die letzte flieche gegen den wir vorhin gekämpft haben kann auch kraftlos er wäre so quasi der gleiche trainer wie auf dem radweg äh wie auf dem fußweg meine ich moment ich muss hier noch mein mikrofon richtig zurück tun ja ok so passt dem schuss und aber gekillt so schnell geht's ok dann gehen wir mal nach unten aha quatsch mich voll stehe ich zudem stehe ich zur heilerin im pokes center da gehörst du hin und eine athletin oder triathlet magnetilo stark stahl ähm elektro es wird auch später eins unserer team pokémon aber dann brauchen wir erst zu damit wir eins bekommen können bodenattacken sehr viermal so effektiv lebensuhle 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 vergesse im artikel lebensuhle kann ich gegen eine erinnereite vielleicht brauchen und der nächste erinnereite setzt elektropokémon ein hey du kannst du mit mir mithalten mit einem magnetilo wieder mit einem magnetilo wieder und lebenschuss im moment ich schau mal kurz welches level umdreo rattle 23 ok passt und wieder magnetilo und da setze ich wieder lebensschuss ein ein aber moment ist so karten zettel da stehen die pokémon drauf die ich fangen will ähm naja also finde ich gerade nett aber ist nicht so richtig ich habe es in meinem kopf glaube ich wenn ich es sehe dann sage ich es euch also dann wir holen uns später noch ein ähm wie heißt das libeldra holen wir uns noch also knacklion brauchen wir dafür und kamorp habe ich ja schon gesagt kamorp ähm magnetilo sumpex kapaloris halt und eins fehlt noch glaube ich mhm fällt mir gerade nicht ein naja ist auch egal oh hey hast du da äh du hast ein rad von radler oh das ist mir jetzt offensichtlich hier steht ja dort geschrieben badler hadler ratter hat Zu maßen ich holste es nicht vor so und die hier eine trainerin oder trainer ist die ich ganz das zieht aber nach einer trainerin aus jawohl und wie soll es anders sein mag der tülo lebensschuss es wird mir in letzter zeit jetzt öfters sehen oder in nächster zeit mein deutsch selbst besonders aber ich den tag nicht zwei in deutsch habe sprechen besonders gut deutsch obwohl ich selber deutscher bin aussprach fehler beim let's play machen manchmal und so habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt volto ball endlich mal kein magnetilo pokémon nummer 100 ein wenig ist die lektoball der w7 ok das hat man auch mit aqua kanal geschafft aber egal und level ab wieder 10 level noch pass auf ich kann ich glaube du kannst keine übungen im rad rennen ach ja übrigens die zeit wird gemessen die wir gerade im radweg verbrauchen und es wird uns dann am schluss gesagt also momentan müssen wir bei zwei minuten legen wegen den ganzen trainer kämpfen und so aber das ist scheißegal weil das hat keine auswirkungen und wieder ein volto ball auch level 7 jetzt kann man schleichen er mag ein kilo ganz klar wahrscheinlich mit dem normalen der wir alle 15 sagt also gut dann gehen wir mal hier ist noch einer oder ne das ist kein trainer ok dann gehen wir mal runter ein zähler zusammenstöße zehn mal zeit eine minute und ausrufezeichen ich sage den talent zum radfahren ist einfach miserabel du brauchst wirklich noch viel mehr übungen im radfahren ja dann fahren wir mal zurück und versuche ich mal das wieder zu verbessern kann sein dass ich ein bisschen schlechter bin als im gameboy weil im gameboy kann man das besser steuern und die zeit beginnt ab jetzt das sind jetzt vier zusammenstöße fünf glaube ich fünf zusammenstöße ne doch vier elf sekunden er geht für den emulator ziemlich gut die zeit ich hab das spiel ja auch im gameboy also von daher ok dann warte wir ketten wir im nächsten teil gehen wir nach moment nach nehmen wir uns diese route vor jetzt sind zwar wenig trainer aber immerhin müssen wir machen ja ja und wir kommen zurück zuletzt blick wo kann man so viel wir wollen jetzt diese route hier machen diese von blumen hat die magische kraft er reine körper und geist ach verdammt ich bin in den pokessender gegangen aber das ist nicht so schlimm knürz ich brauche echt was gegen pflanzen pokémon pflanzen sind bereits mehr probleme naja nicht sehr effektiv weil es ein pflanzentyp ist sinkt immerhin die initiative ja stachelspore das ist typisch an knürz knürz das immer irgendwelche status veränderungen ein und meistens ist es entweder die fähigkeit gifthorn was knürz hat oder hieß wie jetzt gerade die stachelspore ja und es ist jetzt schon eine pflanzen attacke mit einem volltreffer verdammt das muss ich mal morabel wechseln ja regel samen hat keine wirkung ähm naturgraft mal schauen was da rauskommt sternschauer die geilste attacke von naturgraft war immer noch das app am strand das war echt wird der burner ja stalspore das sind alle meine pokémon paralysiert bis auf den kader bis in den kader setze ich nicht ein na super was du kannst kann ich auch na das ist wahrscheinlich nicht so ah doch hat sie haben und leip punkte ich wollte schon level ups sagen aber so weit sind wir noch nicht und schon wieder ein pflanzentyp naja muss ich wieder naturgraft einsetzen scheiße sehr effektiv naja nicht so viel sondern ich paralyse habe kann das nicht vergiftet werden und er versucht seinen spezialangriff zu erhöhen naturgraft sternschauer und tot er wird 24 und sie wurde gefistet ok jetzt müssen wir erst die paralyse entfernen ach komm labbe mich nicht vor junge du hast mir haare auf dem rücken als ein wolfsjunge ich finde den satz so geil der ist so geil und immer wenn ich den sagen muss ich anfangen zu singen aber scheiß egal für angler ist die ausrüstung entscheidend aber für trainer sind natürlich das herz und die pokémon entscheidend und jetzt könnten wir erdbeben einsetzen mit lumbrero ein pflanzen äh ein wasser pokémon carnivana fähigkeit wenn man wenn morabe es berührt kriegt morabe schaden also mit tackle und so und hier ein gitarrist ja ganz wie ich dachte wieder ein magnetilo neben schoss das nächste müsste ein dodo sein oder dodo oder sowas oder wieder ein magnetilo ich glaube das nächste ist ein dodo ne flummel ne flummel naja ok haben wir ja schon im metaflo tunnel gesehen und flummel wurde gefistet ja nieder magnetilo ganz wie ich dachte zwei magnetilos ein flummel lebenschuss irgendwie trifft lebenschuss nicht so oft muss ich nach dem kampf die genauigkeit kontrollieren oder ich mache es am besten jetzt gerade wenn es geht lebenschuss ja 95 ok dachte ich mir bei 100 müsste es normalerweise immer treffen außer wenn es geschwächt wurde durch sandwirbel oder sowas und oder wenn ein gegner doppelteam oder so einsetzt oder kommt primator und es müsste erdbeben sein jawohl ist viermal so effektiv eigentlich kann man gar kein erdbeben soweit ich weiß kapalos kann aber erdbeben unglaublich ok die rute hätten wir jetzt auch oder halbwegs das ist ja nur ein teil von der rute die rute jetzt gehen wir nach westen moment genau schnelles pokestunter willkommen pokémon sind wir haben deine pokémon machen sie wieder fit wenn deine pokémon sind wieder topfit kommen wieder das zeit wieder vorbei blablabla dann und es ist heiko bitte ich möchte in dieser arena antreten und zum selbe gut ich bin bitte darf ich bitte hör auf heiko seitdem du mit pokémon zusammen bist bist du viel stärker geworden aber du überfordest dich wenn du es plötzlich in eine arena antritt Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Trussler kombinieren will, besiege ich jeden. Oh, Herr Kevin, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Später ist er viel stärker, aber momentan hat er nur noch seinen Trussler, als er damals gefangen hat. Mit einem ziemlich guten Level, Level 16. Dem Schuss. Also Trussler ist ein Psycho-Pokémon. Naja, dachte ich mir One-Hit-Kill. Level 27, Morables, der wird ganz schön gut. Ich habe verloren. Okay, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Herzlichen Dank, Trainer zu, äh, Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man will selbst nicht einfach nur Pokémon zu kämpfen lassen, wenn man nicht der Trainer zu sein braucht, man mehr. So, und jetzt gehen wir zurück nach. Oh, Mann. Laber mich nicht voll, Junge. Du hast mehr Haare auf dem Rücken als ein Wolfs, Junge. Setz dich mal Lombero ein, damit es nicht so alleine ist. Und im nächsten Teil besuchen wir, gehen wir nach Wiesenflur, Rote 17, äh, 117. Okay. Und im nächsten Teil besuchen wir, gehen wir nach Wiesenflur, Rote 17, äh, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, So, wir sind jetzt an der Route 170. Und hier ist wieder ein Doppelkampf. Ich wähle mit jedem meiner Super-Senior-Studente verbinden und siegen. Ida. Ein Herausforderung von Senior und Junior, Irm und Ida. Xig-Zax und Makuhita. Makuhita gut, Xig-Zax scheiße. Mogul-Heap auf Xig-Zax und Lehm-Schoß auf Makuhita. Hoffentlich habe ich mir nicht vertippt. Ich habe das ziemlich schnell. Ja, gut, ich habe mir nicht vertippt. Und die P-Punkte. Ja, Xig-Zax schlägt aufgrund von Mogul-Heap zurück. Ich setze ihn in Naturkraft ein und Aqua-Knall. Aber bei Aqua-Kern eigentlich den Schuh packen musste, jawoll. Und sie wurden gefüstert. Und hier gibt es viele Bären. Nebelbären. Ja. Ja. Ja, möchte ich pflücken. Ja. Ja. Ja, möchte ich pflücken. Ja. Ja, inzwischen habe ich schon mehrere Teile hochgeladen auf YouTube. Das müssen so um die 18 Stück, glaube ich, sein. Ich habe in letzter Zeit gar nicht weiter gespielt, sondern nur hochgeladen. Aber jetzt versuche ich wieder einige Video weiter zu spielen. Ich spiele jetzt bis zum... Bis ich es geschafft habe, den Elektro-Einhalten und dann lade ich auch wieder das ganze Zeug hoch. Wobei, ist das eigentlich unnütz, was ich da sage. Denn wenn ihr das seht, habe ich schon hochgeladen das Ganze. Ja, und ein Dodu. Ja, jetzt war ich so beschäftigt, mich voll zu labern, anstatt mich auf den Kampf zu konzentrieren. Das war ein Dodu, ein Flug-Pokémon ohne Flügel. Kann aber Fliegende lernen. Oh man, die hat sechs Pokémon. Also, volle Anzahl an Pokémon. Dafür haben sie ein niedriges Level. Das erste ist ein Winger-Level 12. Nicht besonders berauschend. Das kann man mit Absorber-Pornen. Ah, doch nicht ganz. Naja. Und eben jetzt. Wir müssen sogar wieder vollständig heilen, aber doch nicht. Sechs, sechs KP fehlen für komplette Heilung. Und ein Goldini. Das können wir one-hitten. Es ist nämlich ein Wach-Zock-Pokémon. Seit der ersten Generation. Doppel-Kill. Doppel-Kill. Naja, Volltreffer. Vierfach-Kill. Ja, und Lumbrero hat wieder seine volle EKP-Anzahl. Oh nein, jetzt kommt Roselia. Naturkraft. Roselia entwickelt sich zur Roserade, aber das gibt's in dieser Edition nicht. Da Roserade ein Pokémon der vierten Generation ist und das Spiel eines der dritten Generation. Sternschauer. Kill. Der wird 25. Weiter. Oh, Kratzfurie. Kratzfurie ist gut. Ist aber sehr ungenau. Aber besser als Heule. Setzen wir die gleich bei dem nächsten Pokémon ein. Kniss. Was? Naja, Giftohren müsste mein Lumbrero vergiften, aber das ist scheißegal. So sieht der Tacke aus. Ah, doch, kein Giftohren. Und die Steuersprache ging total sogar daneben. Aber es lässt sich Naturkraft ein, da ich jetzt nicht mehr will, dass Lumbrero vergiftet ist. So. Lumbrero vergiftet sich erst, wenn wir ihn in den Wasser steigen gehen, habe ich auf Pokewiki nachgeschaut. Und auch ein Knarger. Die Attackgeber nutzlos. Total nutzlos. Sie ist ein AKP, den frischen wie Eels wieder auf. Und Mary ist down. Eneko. Ein normal Pokémon. Kratzfurie. Charmebolzen. Ach gut, den Charmebolzen verlässt mein Lumbrero von das Eneko verlieben. Aber das ist auch egal. So, jetzt habe ich eine 6 Kills. Und hier ist wieder eine Athletin diesmal. Mist, ich glaube, ich sollte mal wieder speichern. Egal. Naja, die hat ja eh nur ein Dodo. Geht schnell. Level 18. Okay. Setzt sich Naturkraft ein. Setzt sich Naturkraft ein. Sternenschauer. Sollte man eigentlich nicht einsetzen. Ein Pflanzen gegen ein Flug-Pokémon. Da Flug-Pokémon sehr effektiv gegen Pflanzen sind. Aber mit Level 25 kann man das schon machen. Und weiter geht's. Ein Pokémon-Sammler. Der hat einen Parfinella und einen Pudox. Und einen Encada, glaube ich. Ja, das ist immer ja Encada. Erstmal will ich die KP wieder auffrischen. Mit Absorber. Ja, um Kratz vorher kann dieses Pokémon. Genau wie Lumbrero. Absorber. Ach, ganz knapp. Ja, zur stärkste Teil der Verteidigung, das bringt ihm nichts. Äh, Naturkraft. Sternenschauer. Sternenschauer. Putz. 100% Jawoll. Jetzt kommt sein Pudox. Kann teilweise in ein paar Psycho-Attacken. Das kriegt man, wenn sich ein... Ne, ein Panikon entwickelt. Genau. Ja, ohne Psycho-Attacke. Konfusion. Nicht verwirrt, auch gut. Na ja, Kratz vorher zieht viel zu wenig ab. Kann nur hoffen, dass es jetzt mehrmals trifft. Ja, dreimal, ganz wie ich es mir dachte. Ja, eine Flugattacke. Das müsste jetzt viermal treffen, schätze ich mal. Eine Intuition. Ah, doch nur zweimal. Und wieder Windstoß. Dann setze ich Naturkraft ein. Tod. Level 26. Und jetzt ist Papinella. Das kriegt man, wenn sich ein Schalocco entwickelt. Kann auch Psycho-Attacken teilweise. Und ein paar Puder-Attacken, wie... Starrspur oder sowas. Und auch wenn du einen Stoß kannst. Scheiße. Okay. Wollte ich zwar nicht bangen, aber jetzt muss ich es wechseln. Ah! Viermal so effektiv. Hä? Für viermal effektiv ist es aber wenig. Naja. Abbrückknarre. Naja. Windstoß bringt dem nichts. Abbrückknarre. Tod. So. Und jetzt speichere ich. Fünf Stunden schon. Naja. Wir haben auch ein paar Mal die Speed-Funktion da eingesetzt. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. hier. 0 Schaaf. Dann Seni. 5 20 Willkommen zurück bei Let's Play Pokemon Zaphir, wir sind gerade auf dem Weg zur Wissensflur, aber ja, was machen wir uns dieses Item? Belebe, halt besiegte Pokemon, bis zur Hilfe seiner KP, oh, und das letzte Grasstück ist ein Kampf, Meryl, Level 13, entwickelt sich zwar zu, Meryl, kann auch Walzer, Na ja, gute Tag, gut, um Lombrero jetzt mit Absorber mal wieder zu heilen, ach, ich hab mich grad gestreckt, ach, okay, da setzt ein Nagle ein, das ist jetzt sicher ein Absorber, Boah, ich bin froh, wenn ich Surfer hab, dann kann ich Lombrero beibringen, Zoompacks, alles mögliche, außerdem kann man da ein Magnetilo und so fangen, Nein, die sind nicht wunderhübsch, die sind scheiße, schlechte Arbeit, ich trampel es gleich nieder, siehst du, siehst du, das halte ich von deinen Blumen, Schlampe, aber dein Item mag ich, ich lege es mir mal, super bei, Was ist hier, ist hier auch ein Item, ich setz mal den Detektor ein, Ja, hier ist ein Item, Ein Schutz, Lacht ihr mir, weil die Macher würden das nicht umsonst verlängern, Das müssen Pokémon sammeln wieder, Er hat ebenfalls sechs Pokémon, Ey, jetzt züchte mein ich, Ein Flummel, Normal Pokémon, Kennen wir, Naturkraft, Sternschauer, Schwalbini, Kennen wir auch noch, Ist ein Flug Pokémon, Wenn ihr seht, werdet ihr es wieder kennen, Sind wir, Bei Meteoros City, Um dem Gegenrum begegnet, So sieht es aus, Kennen Sie ja, Und, 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 das muss ich schon wieder, Tschüss sagen, Boah, ich glaube ich hatte noch nicht so ein hohes Level jetzt, Um diesen, Um diesen Spielort, Mein Rekordlevel hier an diesem Ort, War Level 25, Aber jetzt haben sie 27, Das liegt daran, Weil ich nur zwei Pokémon habe, Da leveln sie auch besser, Und, Was ich schon immer machen wollte, Nur mit einem Pokémon das Spiel durchspielen, Habe ich noch nie gemacht, Wollte ich aber immer machen, Abraknare, Ich wette, wenn man es mit nur einem Pokémon durch hat, Am Schluss Level 100, Oder 80 in der Liga glaube ich, Weiß nicht, Auf jeden Fall wird sehr stark, 4 vieren, Und tot, Und ein Kampf Pokémon Makuhita, Keine große Sache, Lebensschluss, Und es hat sich ausgegeben Makuhita, So, Und hier ist Wiesenflur, Gämmertschluss von Troy glaube ich, Oder von Troy ist Eltern, Heikes Haus, Kommen wir mal rein, Hier wohnt Troy, Ah, Und hier ist er auch, Ich habe gegen die verloren, Blablabla, 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 Und den wirst du verlieren, In den neuen Kampf, So, Boah, Die Musik mag ich gar nicht, Hier ist auch eine Pokémon Wettbewerbshalle, Wettbewerbshalle, Gehen wir mal rein, Wir kommen Pokémon Center, Ja, 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 Gehen wir mal in den Metafluh Tunnel wieder, Und hier ist ein Wanderer, Wanderer, Naja, und hier sehen wir nichts, Müssen wir wieder blind machen, Zum Glück ist er nicht so lang, Also wir hätten jetzt echt Problem, Wenn das so lang wäre, Wenn das so lang wäre wie, Keine Ahnung was, Der Fels Tunnel zum Beispiel, Boah, der ist ätzend, Encounter zum Beispiel, Bei der roten Edition, Durch den Fels Tunnel, Boah, Das ist so ätzend, Da durchzukommen, Da bin ich schon mindestens 20, 30 Mal durch, Und das hat mich jedes Mal genervt, Da und da Blitz einzusetzen, Oder es blind zu machen, Aber das ist ein anderes Spiel, Jetzt spielen wir hier erstmal als A4, Macho, Macho, Mit Druckhaft, Ja, Spukball diesmal, Eine Geistattacke, Und nochmal, Der Spukball hat mich irgendwie überzeugt, Und tot, Der einzige Trainer in, Metaflow Tunnel wird besiegt, Das ist der einzige Trainer, Mehr Trainer gibt's hier nicht, Okay, Jetzt müssen wir wieder blind machen, Ich wünschte ich hätte einen blinden Stock, Oder sowas, Okay, Alter, Dann kommt ein Pokémon, Naja, Okay, Hier ist ein versteckter Punkt, Der Typ da sucht sein Schattenglas, Oder seine Brille, Und auf jeden Fall ist ein Schattenglas, Das können wir einen Detektor einsetzen, Aber ich mach das jetzt ohne, Weil ich mir Zeit sparen will, Anscheinend ist es hier irgendwo, Ja, hier ist es, Na, super Beutel voll, Dieses Problem hat man in der, Neuen Edition nicht, Okay, Jetzt muss ich irgendwas geben, Ich geb da ein bisschen Sanfglocke, Gebe ich Lombrero, So, Das tue ich dann im PC alles ausmisten, Ich hab mir meine Brillen fallen lassen, Kannst du mir suchen, Äh, helfen sie zu finden, Deine Brille darf ich sie mal kurz ausprobieren, Hm, das ist ein Schattenglas, Das hab ich nicht gesucht, Vielleicht ist meine Brille hier gar nicht zu finden, Und hier ist ebenfalls ein Item, KP Plus, ja, Na klar, kann man so nehmen, Was hab ich denn alles, Pudersand, genau, Das kann ich Long, äh, Ding geben, Morable, KP Plus, Gebe ich gleich ein Pokémon, Damit wir Platz haben, Erhöht die KP eines Pokémon, Gebe ich Morable, Da hat sie mir 73, Sondern, Äh, doch 73, Ne, 79, Wow, KP Plus ist aber effektiv, Das wundert mich jetzt auch, Nein, Die Edition ist das nicht so effektiv, Das KP Plus, Okay, jetzt bist du wieder blind durch die Metaflu, Äh, durch den Tunnel, Okay, hier lang, Und da ist schon der Wanderer, Hier ist gleich der Ausgang bestimmt, Jawohl, hier ist er schon, Ah, dann hab ich's gut gemacht, okay, Ja, und das ist, das war von Wiesenflur, So, Jetzt fahren wir erstmal mit einer Linie, Zurück, Man könnte hier mit dem Fahrrad, Hier, direkt durchfahren, glaub ich, irgendwo, Ja, hier genau, Hier war's, genau, Hier kann man einfach weiterfahren, Und dann spüren wir später runter, Okay, am nächsten Teil machen wir die Arena, Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Ja, walze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay, das war's. So schnell geht's. So schnell geht's. So schnell geht's. Okay. So schnell geht's. 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 So schnell schnell. So schnell. So schnell. Yeah. Okay. Okay. So schnell Sens... So schnell. blatt pokémon merrill wasser pokémon noch mal meryl kaiuk letztendlich ein bisschen trainieren ach keine hp mehr okay das lombrero mal wieder ran rosse rosselia ich wollte schon rosserade sagen aber es ist die weiterentwicklung gibt es hier erstens gar nicht ich habe keinen bock fliegen wolbert zigzags zigzags verdammt zum ersten mal wünsche ich mir dass dann zigzags auftaucht zigzags keine wolbert schwuchteln meine güte gib mir das auf den sack ja 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 nerv ruhig soo ich fühl hier einen zigzags verfickte scheiße moment war grad ein bisschen lauter jetzt passt glaub ich ich hab das eh ich hab ewig lang nicht mehr gespielt aber ich muss mir erstmal die ganzen dinger wieder hochladen naja na endlich nehm ich den kader oh naja egal naja das war nicht so gut hm ja überlebt gut jetzt wollte ich nur noch fangen ah ja oh superball jawohl jetzt musst du nur noch zertrümmeren können so so zumal ja ich sehe das ganze zumal ach Kopfnuss binnuss ich jener das so ist ok ok jetzt mach ich es wieder normal jetzt mach ich es wieder normal ok ups maus weg ok und wieder sind wir in der blinden höhle aber die person können wir sehen und ein flummel ich habe ausgefahren in der höhle gibt es fast nur flummels begegnen man zu 95% aber ich glaube hier gibt es auch zigzags habe ich glaube ich schon mal erwähnt naja spielt aber momentan nicht die richtige rolle also wenn wir denen jetzt da helfen indem wir diese jetzt zertrümmern wird ein weg von meteoros city zu wiesenflur freigeschaltet und der typ gibt uns jetzt vor ihm vier das ist stärke ja jetzt geht er mit seinem mit seiner frau oder was das auch ist seiner freundin nach wiesenflur jetzt zertrümmer das noch auf zur vollständigkeit ok und da ist wohl ein pokemon sauer dass wir das zertrümmer haben es ist ein flummel level 7 ziemlich hoch für diese höhle mako knarre level up level up level up level up oh schade naja ok Nivea müssen wir da rein ups wo ist mein fahrrad ich habe es ganz vergessen ah ja ok ach die musik ist so schön ja ja heilen ja 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 rein ach ja so kann man es ja auch machen ok jetzt sind wir auf hier auf dem weg wieder nach Norden was ist hier ein haus das sind vier trainer die wollen hintereinander gegen einen kämpfen das ist quasi so eine familie oder fünf trainer sind das soweit ich weiß ich weiß nicht genau also auf jeden fall ist das der erste ja es sind vier ok ok pokéfan ziggas oder wie die auch heißen aqua knall keine chance mein morabel hat level 30 6 level noch bis zum oder zum ok mal austauschen damit nicht immer nur morabel kämpft ja zick zack das pokémon das wir gerade gefangen haben zack 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 bäm zack zack bäm mag ich das ist das geile an kratzfugel und level 27 du bist stärker als ich dachte hey ich habe einen starken trainer gefunden oh meine güte du bist jung du musst ein sehr guter sein wenn du meinen mann besiegen konntest nun bin ich an der reihe ach mist mist ich wollte vorspunnen das muss ich noch ein bisschen üben und ein pflanzen pokémon der antigegenmann morabel und paralysiert scheiße egal ich versuche es trotzdem erhöht sein spezialeingriff mit wachstum oder sie stern schauer acht trägt eine beere sinel wahrscheinlich nein giftstarre sehr effektiv naja vergiftet werden kann es eh nicht mehr das ist das gute an paralyse aber auch das einzig gute nein da gibt es noch eine gute mit einer attacke weiß nicht genau wie heißt ja genau wenn es fassade kann und paralysiert ist dann zieht fassade mehr ab ach komm das rüssel 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 geht mir auf den sack alter 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 jetzt bin ich aber sauer ja komm fick dich alter naturkraft du scheiß lambrero ja also geht doch was war daran so schwer scheiß teil ich glaub das war mein erster ausraster gerade bei dreimal hintereinander paralyse du bist stärker als mami wau aber ich bin auch stark wirklich ganz ehrlich so das ist die tochter mit drei pokémon mary hm ich glaub da kann ich mein ding heim ein lombrero weil das ist ja wasser wasser wobei das kann ich mit dem trank eigentlich auch hm hab ich irgendwas gegen paralyse eher hyperheiler aber hab ich ja ne hab ich nicht okay ich muss hyperheiler einsetzen routenschlag und wir sehen uns im nächsten teil und wir sehen uns im nächsten bis zum 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 nächsten wir kommen zurück bei let's play pokemon Saphir wir machen gerade diese familien lehm schuss ach keine ap was ist das okay naja genau ich wollte das ding heilen so setzt sich wieder ein sprudel ein das ist glaube ich das beste das allerbeste sprudel trinkt das bright spot ist das beste jetzt mache ich hier noch werbung fürs breit dabei hat sich eigentlich werbung naja routenschlag kannst du auch was anderes ab so aber ich habe ein bisschen vorgespürt gerade also wundert falls ihr euch wundert ja ja routenschlag guten schlag vielleicht kriegst du einen schlag von meiner route dann stehst du aber nicht nur so schnell auf tot knills pflanze na super dass ich lombe drin ist das ist hier und ich muss mal kurz unterbrechen kb wieder da hab dort gestern okay weiter zum kampf knilz ok kratz furie hoffentlich ist es wieder so mörder wie folgen na schade stachelspore stachelspore nervt mich nicht mit paralyse wehe ich raste aus gut 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 ach komm die paar kp noch gut dafür kostet gerade vor ihm nur 85 genauigkeit ist es ziemlich trefft sich hier bei mir und come up unser zukünftiges pokémon team pokémon come up gibt eines zu meinem lieblings pokémon keine ahnung warum boden feuer deswegen ackerknarre vierfache stärke one hit kill volltreffer also mal 8 quasi bei volltreffer was habe ich verloren das ist gemein schluch oma wie konntest du meine enkel hin zu weinen bringen schämen dich dafür werde ich dich in den grunden boden stampfen mach dich auf was gefasst ich habe hier gar nichts getan sie ist bloß nicht leicht zu verlieren also lasst mich in ruhe o meni die psycho kampf haben ja schon in der arena von fausterhafen gesehen alle das muss ich mir echt merken dass neben schluss keine p mehr hat aqua knarre meditation erhöht den angriff wert noch mal ach komm nervt nicht scanner schützt sein pokémon aqua knarre ja der scanner aqua knarre und bäm ok ich habe die tonte besiegt waa du bist stark mein enkelin hat er recht wenn du es nicht einzulig hast besucht uns doch bald wieder ja ja verpiss dich ruhig in eine scheißhütte ok speichern wo ist denn das fahrrad ja hier genau und zuck ab ins pokémon center und bis zum nächsten tage kommt zurück weil es bei pokémon so 4 wir wollten gerade ins pokémon pokémon center gehen und die pokémon zu heilen die durch pokémon schaden durch einen pokémon kampf durch andere pokémon trainer in einem pokémon kampf was ich schlecht gesagt habe erhalten habe ok jetzt sind wir auf dem weg nach laut wechselfeld ist ein weiter weg und ein heißer weiter weg dann muss man nämlich durch eine heiße brise durch eine an eine wüste vorbei aber erstmal müssen wir diesen felsen hier zertrümmern wenn du deine pokémon nicht ein bisschen besser trainierst wird es schwer sich hier durchzukämpfen ich habe gehört dass die top 4 der pokémon liga um einige schwerer zu besiegen sind als die erinnerländer das sind interviewer die nerven uns im verlaufe des spiels hey guck mal stark aussehen der träne und das hier an diesem moment kam ab die die der oder die die haben magneto und magnetilo und flurmel wirken jetzt die spiele zu gravums und magneton so doppelkampf jetzt kann ich wieder lehm schuss einsetzen wie schön und absorber äh quatsch mogulieb taunt sag ich absorber naja lehm schuss so one hit kill vielfache stärke ja schreck zurück war zu erwarten haufe knall und das wars notfalls noch absorber wir haben tatsächlich einen starken trainer entdeckt das ist unser durchbruch oh nein 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 das könnt ihr vergessen vergesst es ich gebe euch kein interview nein nein abbruch so erst jemanden andern ich weiß ja nicht woll hin willst du aber ich sag lawyde zu einem kämpfchen oder so ähnlich du dürür d ý d d ý d d brief schnitz aerol moment moment ist noch leise sonst beschwert sich mein vater ein bisschen leise gemacht neun reicht glaube ich wohl neun ja nein vierfache stärke naja so wenig okay muss ich zwingend wechseln zum glück fange ich mir gleich ein feuer pokémon deckel ja 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 mal sehen was bei naturgraft wahrscheinlich wieder sternen schauer typische grasrute kommt immer sternen schauer wenn wir in der wüste sind kommt erdbeben oder am strand in der wüste kommen sandsturm so würde ich mir sage ich weiß auch nicht am strand kommt er eben das wissen wir ja maryll haben wir schon oft genug begegnet also muss ich euch nicht kommentieren was es für ein pokémon ist absorber doppelte stärke ja ja verteidigung das bringt dir nichts absorber eigentlich wollte ich jetzt nur ein teil machen aber irgendwie mal jetzt drei teile keine ahnung warum irgendwie macht es süchtig ein picknicker müsste das sein ich bin voller schwung und elan und beim pokémon nicht minder die ersten generation ach vertippt ich wollte einfach knarre einsetzen das hat auch schon sehr viel abgezogen ich glaube ich wechsle mal die position noch nie hatte ich an der stelle ein pokémon level 30 es ist jetzt wirklich ein malik bei mir es ist mir echt noch nie passiert dass ich hier ein level 30 pokémon schon hatte ein pokémon hat ausgeschwungen ok jetzt muss ich die position verwechseln ach fuck wie meint das eh genau sombrero erst 27 ok in klammer äh erst ok hm eigentlich will ich mir jetzt lieber ein kamaup fangen die gibt es hier jawohl kamaup hm moglib hoffentlich wird es dann gepaunt ach gut gut sehr gut äh was ist jetzt ein ähm moment hier naja da kann man es verwechseln das wusste ich gar nicht naja ach komm ich suche die b taste wo ist denn die b taste ja hier und man merkt dass ich ewig nicht gespielt habe so super war misst reichen und es wird spannend achtung jawohl kann man mit 14 und so hohes pokémon top heutz ok jetzt muss ich gar nicht wechseln müssen spiel vorhin auf jeden fall setzen wir jetzt an erste stelle und trainieren es gleich wenn wir schon hier sind natürlich mit speed so und ein come up wächst sich besser ist mir ein bisschen diskant ja brenn ruhig ja genau ach komm alter ah man aqua knare okay lombrero kämmer her aaah 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 naja absorber 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 so come up absorber 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 mach holo kampf pokémon absorber 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 level up Immer noch Level 14 Mist Dombrero, Mogelheap Absorber Absorber Und weiter geht's Absorber 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 Level 15 Ich trainier's bis 20 hoch Das müsse für Trainer reichen Wann denn's Intensität? Ja, brenn ruhig Ach, kein AP, leck mich doch Ja, Stahlsparre, bringt mir auch nichts Krats 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 Oh man, die Musik hat sich so behindert an. Nein! Angewohnheit. Oh. Angewohnheit. Ich laufe da immer so blind durch. Ich hatte 31 schon. Bodycheck. Geduld. Na, Lebensuchle hätte ich auch vergessen können. Okay. Moravell. Locker Knarre. Oh, irgendwann hat sie zu Level 40. Oh mein Gott. Hab's aber. Jetzt können wir eigentlich schon gegen Norman antreten. Ich glaube, das Training überspringe ich. Wir sehen uns im nächsten Teil. 时bycers. Ich bin cart сюда. Ich bin cartege Michael. Wir sehen uns im nächsten Teil. Okay, jetzt können wir unterscheiden. Aber der Ist dann,ику wir das na lesen. Vielen Dank. Okay, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon 4. Ich habe mir jetzt das Kamaube auf Level 19 hochgetrainiert und außerdem habe ich mir den EP-Teiler von der Devon Corporation geholt. Hier, könnt ihr das sehen, EP-Teiler Level 19. Okay, ja, beim Training ist mir ein bisschen was passiert, dass meine Pokémon verbrannt wurden durch viele Kamaube-Angriffe. Aber das können wir jetzt mal schnell... ...wiederherstellen. Ja, und wir sind wieder in MalmphoCity. Yes! Okay, deine Pokémon sind wieder bla 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 bla. Ach, komm, was mache ich da? Ja, genau so hast du dich ankürzt beim Training. Okay, klasse, ist besser. Das nervt euch wahrscheinlich nur. Und hier ist die Wüste, da kommen wir noch nicht hin. Da brauchen wir ein spezielles Item. Und wir waren hier... Jetzt waren wir schon geschlachtet. Ups. Und ein Wanderer, was hast du zu sagen? Meine Päne sind durch das Krettern in den Bergen richtig muskulös geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. Wanderer, am meisten Kleinstein und ein Macho-Macholo. Ja, ein Kleinstein gegen Kamaube. Und ihr seht, Kamaube kann Intensität. Hat's gerade mit Level 19 erlernt. Das stellen wir wahrscheinlich. Doch nicht. Naja. Zum Glück. Und nochmal Intensität. Intensität ist eine Sache, die zählt je nach... ...nach... ...hohe Zahl... ...hohen Schaden. Intensität 10 zum Beispiel war sehr hoch. Intensität 11 ist das Höchste, soweit ich weiß. Und Intensität 4 ist Nötigste. Intensität 6, naja. Ein Igler. Nur eine Verteidigungserhöhung. Na, ja, das ist jetzt das Nötigste. Zieht nicht so viel ab, wie ihr seht's. Und er hat ja auch ein Igler eingesetzt, also von daher... Und nochmal Intensität. 7, das ist hoch. Und tot. Ja, hat denn nur Kleinsteins, oder wie? Na komm, fang doch mal andere. Fang zum Beispiel einen Nassknit oder so. Oder wenn du ein Wanderer bist. Da kannst du dir auch ein Zubat reintun. Warum nicht, das ist doch mal eine Abwechslung. Im Gegensatz zu diesen Kleinsteins. Und fast Level 20. Ja, komm. Langweiliger Kampf, nur Kleinsteins. Ja, Steinwurf. Ja, 4, aber das ist egal. Das hittet ihn trotzdem. Und Level 20. Alle Kamaube zu verdanken. Wir sind weiter. Hier ist die Seilbahn. Wo bleiben nur die anderen, die im Laufwechselfeld waren? Sie sind spät dran. Die bewachen hier die Seilbahn. Die haben hier irgendwas vor. Was aber werdet ihr schon später wissen. Hahaha. Wie wäre es, wenn wir kämpfen? Und du? Und ich? Hahaha. Wanderer. Ah, der hat auch einen Kamm. Kann man auch ein Seilbteam haben als Wanderer. Gute Wahl. Kann aber auch noch keine Intensität. Nur meins, keine Intensität. Ha, Volltreffer. One-Hit-Kill. Oh, Kampf. Da wächst ich besser. Kampf zieht viel ab, immer. Lombrero. Ja, Macholo. So ein Team kann man als Wanderer eben nicht nur kleinsteilen. Das ist langweilig. Eine Kampfattacke? Ne, eine normale Attacke. Warum das eine normale Attacke ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich von der ersten Generation gab es doch keine Kampfattacken. Deswegen ist Mega-Hip und Mega-Kick zum Beispiel keine Kampfattacke. M-m-m. Und das ist ja ungefähr auch die gleiche ungefähr. Fuß-Kick. Ich habe verloren. Das lasst aber auch wegen alles. Oh mein Gott. Ich sterbe. Okay, und wir gehen jetzt durch diesen Tunnel. Volliger Pfad. Hier gibt es viele Gift- und Feuer-Pokémon. Und hier haben wir einen Kamau-P-Kämmeier. Intensität 7. Wie viel haben wir noch? Drei Minuten? Okay. Das reicht noch. Eieieiei. Kürtel. Ein Feuer-Pokémon. Sehr selten. Nein, nicht sehr selten, aber... Begegnet man... Kann man nur hier, glaube ich, begegnen. Eine Feuer-Attacke. Intensität 6. Oh Mann, dieses Quirtle hat viele KP. Auch, auch, Reuke. Ah, komm, darauf kann ich verz... Nee, ich kämpfe noch weiter. Bandele and Lombrere. Eigentlich eine Wasser-Attacke. Jetzt kann er vergessen. Feuer bekämpft man am besten. Mit was? Mit was? Äh, mit was? Feuer bekämpft man mit was? Rrrr. Was reicht jedes Kind? Und hier braucht man Stärke. Stärke haben wir zwar, können wir aber noch alles verwenden, weil wir den Orden auch nicht haben. Level 16. Ah, Macholo. Ich kämpfe unbedingt gegen Macholos. Und ich muss schnell machen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. So. So schnell geht's. Und da ist auch schon das Ende. Und hier gibt's Bären. Fragier Bären. Pürsif Bären. Die sind auch Pürsif. Und was ist das? Ja. Boah, hier. Hab ich vergessen. Und ich glaub, hier gibt's ein Item. Na doch, Hans. Aber hier gibt's ein Item. Was? Nee. Hier muss es ein Item geben. Ey, Moose-Gucker. Nee, okay. Also dann bis zum nächsten Teil. Okay. Vielen Dank. So, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon 4. Wir sind jetzt auf dem Weg immer noch nach Wechselfels. Jetzt müssen wir noch weiter. Immer nach unten gehen. Ja, ich gehe mal wieder auf das Fahrrad. Und hier ist die Wüste. So, wo wir nicht weiterkommen. Aber hier können wir auch nicht so was. Aber wir können doch hoch, oder? Ja, können wir. So, also geht doch. Wir prüfen noch Pokémon. Ja, genau, komm auf. Ich trainiere ganz individuell. Ich fordere alle Trainer, die ich sehe, heraus. Schwarz-Gott Kenji. Mach hallo. 19. Komm ab. Na, geschwächt, aber egal. Da vorne gibt es eh ein Haus, da kann man sich heilen. Also, ist es nicht schlimm. Dann kann man auch draufgehen. Ich glaube, es wechselt es besser. Boah. Ich will den Level Up schon noch kriegen. Na ja, das ist ein normaler Tag. Muggelieb. Schreckt zurück. Naturkraft. Steinhagel. Hat man noch gar nicht. Nicht sehr effektiv. Energie, Fokus. Okay, Absorber. Und tot. Meine, zu schwer. 21. Ich gebe auf, ich gebe auf. Ja. Okay. Ist der runter? Hier kann man seine Pokémon halten, aber ich hole zuerst die Bären. Hemi-Bären. Moment, ich kann meinen Mic noch gescheitern. Okay, damit es passt. Hemi-Bären. Ja. Das sind auch wieder Hemi-Bären. Und das links sind Sine-Bären. Sine. Und wir haben jetzt unsere Pokémon in diesem Haus. Hotel-Daten-Dame. Komm, Ruth, euer müden Knochenhaus. Oh, meine Güte, sind deine Pokémon nicht erschöpft. Wenn du magst, hol dich doch hier aus. Das ist auch eine gute Idee, oder? Genau, nimm dir Zeit um ruhig aus. Oh, meine Güte, deine Pokémon sind immer noch müde, dann solltest du noch länger hier raus. Oh, was meinst du? Nein, willst du mich belästigen? Damit kann man eine Blondine beschäftigen, wenn man dem Blondinenwitz glauben schenken sollte. So, wir gehen da durch. Jetzt gehen wir mal da unten. Was ist das, was ich hier mache? Ich überlege, ob ich mir hier ein eigenes Refugium in der Hilfe einer Pokémon-Attacke einrichte. Genau, ich gebe dir diese TM. Richte dir damit auch dein eigenes Reich ein. TM43, das ist Geheimpower, glaube ich. Ja, Geheimpower. Ja, ich mache mir keine Bosses. Kann ich vielleicht im Special machen. Aber jetzt mache ich mir keine. Zeig dir, wie stark deine Pokémon geworden sind. Ein Ass-Trainer. Pascal. Fritzelblitz. 18. Einfach Intensität und zwar. 7. Curl. Sehr effektiv. Walma. Wasser Pokémon, da wächst ich. Absorber. Ja, mhm. Okay. Platscher. Das hätte sich sparen können. Und der nennt sich Astriene und setzt Platsche ein. Also wirklich. Okay. Der will mich doch verarschen. Okay, das ist jetzt lustig. Das ist jetzt ein Supertrinke ein. Ja, ich glaube, das war's für Walma. Das müsste es viele EP geben. Ja, geht. Okay. Makuhita. Makuhita. Da ist es nicht wie der Kamau-Kämpfe. Ich brauche, um Kamau-Bus weiter trainiert werden. Makuhita. Kampf Pokémon. Geloot. Ich hoffe, er verbrennt. Na ja, schade. Aber man kann immer hoffen. Pfff. Überwurf ist stark. Okay, 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 okay. Intensität. Neun. Das zweithöchste. Ich habe da auch geschaut auf PokéWiki und habe gesehen, dass Intensität 10 das höchste ist. Es ist aber nur zu einem Schuss um 5%, dass Intensität 10 kommt. Gibt es hier ein Item? Ne. Okay, gehen wir gleich wieder da rein. Bringt es zwar kaum, aber sicher ist sicher. Müssen wir schon ausnutzen, wenn da ein Haus ist. Das Pokémon halt. Nein. Ich habe meine Pflanzen sehr oft gewässert. Sie sogen viele Blüten und dann wuchsen auf einmal viele Bären. Hier bitte, die schenke ich dir. Himi-Bäre. Oh, dein Pokémon macht den Eindruck, ernsthafter Schauspieler. Ich möchte sie gerne arrangieren. Weronika. Wiengeu. Lange nicht mehr gesehen. Wasser. Flug. Und das Wasser muss ich aufpassen. Lombrero. Mogelheap. Patschu. Absorber. Ja, geil. So mache ich es. So ist es super. Ah, das ist gar ein Flügelschlag. Sternschauer müsste rauskommen. Ah, die hat auch einen super Trank. Sternschauer. Sternschauer. Boah, heißt das Schlag. Naja, den will dann immer überleben. Und wieder super Trank verschwendet. 22. Rosalia. Perfektes Opfer für meinen Kamaub. Ein Pflanzen-Pokémon. Wie jeder weiß, sind Pflanzen anfällig gegenüber Feuer. Deswegen setze ich Glut ein. Yes. Ich bin ein Pänsch und180. Oh, mein Kram. Dimm positiv. Hell 마지막. ל sowa boh- Rückkehr. Vielen Dank. Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon 4 und wir müssen nur noch eines killen. Es ist ein Kamau, das schaffen wir noch. Intensität. Oh, das Höchste. One-Hit-Kill. Ironika, besiegt. Okay, weiter geht's. Route 113. Sandan, ein Boten-Pokémon. Kann mir bei euch besiegen. Intensität. Ein Igler. Okay, Glutnusses. Fucken. Na, also geht doch. Speichern. Wie ihr sehen könnt, hier ist das Gras, wo wir durchlatschen, wird grün. Das heißt, wir sammeln hier Vulkanasche. Die kann man dann später sammeln. Und dann gibt's da so einen Typen, der macht leer Gläser oder sowas, woraus für Flöten. Knacklion. Das wird unser Team-Pokémon später. Ich finde, eine Unlicht-Attacke. Trifft immer. Nochmal. 92. Höchste. Bäm. Gerardax, die weitere Entwirkung vom Zick-Zack. Lombrero. So sieht's aus. Der wird 20. Mugl-Heap. Schreckt zurück. Hat viele KP, sehe ich gerade. Mal schauen, was bei einer Tuckhaft rauskommt. Wahrscheinlich die Erdbeben. Jawohl. Und nochmal Erdbeben. Ja, jetzt kommt Routenschlag. Naja. Aber es bringt mir auch nichts mehr. Gerdax wurde getfistet. Der wird 23. Und da ist ein Ninja-Junge. Aus dem Asch herbe ich mich. Kea! Herauffordern tue ich dich. Kea! Die setzen Gift-Pokemon ein, die Ninja-Jungen. Wie ein Smogon. Ich weiß noch, ob es Finale kann. Hoffentlich kann es kein Finale. Das wäre heftig. Der will setzen für Finale. Intensität kann ich nicht einsetzen, da Smogon die Fähigkeit Schwebe hat. Und Schwebe wird Bodenattacken ab. Okay, jetzt wechsle ich besser. Jetzt wird mir ein bisschen zu riskant und zu heftig. Bäm, komm mal hau. Morable. Und Smogon. Und Smogon ist tot. Nein. Acqua knarre. Und du tot. Eine Ehre von dir besiegt zu werden. Ah ja, wegen dem letzten Team-Pokemon, also. Ja. So, wir haben ja schon drei. Kalmarob, Sumpex und... Kapaloris. Aber dann kommen noch drei Pokémon, die wir brauchen. Das eine ist ein Magneton. Und das andere wird ein... Ein Libeldra sein. Ich hab mich schon gefragt, ob ich zusätzlich... Und ein Sechstes brauchen wir noch. Ich weiß aber nicht, was ich ein Sechstes nehmen soll. Ich hab mich schon gefragt, ob ich ein Lipomentas nehmen soll. Aber da hätten wir vier Boden-Pokemon. Und das wäre nicht so gut. Ach, scheiße. Ähm. Deswegen wollte ich... Frage ich mich, ob ich vielleicht ein... Brutalandra nehmen soll. Brutalandra ist auch ziemlich... Ja, ich glaub, ich nehm doch ein Brutalandra. Hätte ich vielleicht mehr Aufrufe, würde ich euch diese Frage stellen. Aber ich hab nicht so viele Aufrufe. Ich hab pro... Pro Video im Durchschnitt 10 Aufrufe. Nur. Naja. Deswegen kann ich das halt noch nicht machen. Also muss ich jetzt selber entscheiden. Also nehm ich jetzt... Lipomentas oder... Brutalandra. Brutalandra. Ja, ich glaub, ich nehm Brutalandra. Brutalandra ist ein Drachentyp. Und dann hätte ich zwei Drachentypen. Das wäre sehr gut. Weil Libeldra ist ein Drachen-Pokemon. Naja. Aber da kann man erst später... Erst müssen wir hier nach Laub-Wechselfeld. Schirm Dame Saskia. Komm up. Mal schauen. Tot, tot, tot. Oh, diese paar KP. Ach, bitte. Oh, ho, ho, ho. Das ist knapp. Ne, ich wollte Tackle einsetzen, aber okay. Das geht auch. Ein KP. Das ist... Mein Kamau ist ein bisschen toll für das Kerl. Und Doppelkampf ist hier, aber ich hole mir zuerst dieses Item. Pandir. Hat immer verschiedene Flecken. Hab ich vergessen zu sagen. Hier, das Pandir ist einzigartig, laut dem Pokédex. Nombrero. Aufruhr. Aufruhr. Na doch nicht. Munglieb. Wenn der Gegner Aufruhr einsetzt, kann man den nicht mehr einschäfern, solange er Aufruhr einsetzt. Starre Spore ist jetzt... Wahrscheinlich, weil wir nicht mehr in diesem... Obwohl, es immer doch... Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist es irgend so ein spezieller Abschnitt. Oder sowas, keine Ahnung. Äh, Absorber. Ja, dein Aufruhr bringt dir nichts. Absorber. Das könnte ich theoretisch fangen, aber ich will keinen Pandir. Deswegen... Kratzfuri. Und Level Up müsste das sein. Na doch, es ist nur 45 EP. Top, Äther. Und ich glaube, die schaffen nicht mehr, aber ich mach's trotzdem. Mal speichern schnell. Okay. Jo, wir beide sammeln Arsche, wir kämpfen auch mit Pokémon. Jetzt können wir wieder Erdbeben einsetzen. Don't miss, wenn wir Erdbeben einsetzen, wird das Moorrabe getroffen. Ja, ich glaube, ich wechsle meinen Kamm auch besser. Oder? Ne, ich kämpfe. Kämpfe! So. Erstaune, erstaune ein, die Geistattacke. Beide setzen erstaune ein. Okay. Augeknalle. Zack. Okay, und bis zum nächsten Teil. Bei mir dann. Augekau. Vai. Iräje. Tord. Taune. Ich laske weiß. Ich laske weiß. ой acquести. Ich laske einhmsенно. Ich laske weiß. Willkommen zurück bei Saphir Edition Ja Und das hätte ich eigentlich im letzten Teil auch noch aufnehmen können, aber egal Ja, verlor mir ist langweilig, daher sammeln ich jetzt Asche Ja, wir erkennen hier unseren Weg an den grünen Dingern In der grünen Asche Und hier ist ein Ninja, Junge Danke, dass du mich gefunden hast, aber jetzt müssen wir kämpfen Ninkada Glute Ist ein Käfer-Pokémon, sehr effektiv Von mir aus können alle Ninkadas haben Und hitze ich sie eben, alle mit meinem Kamaube Und jetzt die Weiterentwicklung von Ninkada Ninyask Ah, Sandwirbel Wenn sich ein Ninja, äh, Ninkada zu Ninjas entwickelt und man einen Pokéball hat Und eine, äh, äh, Team, Teamstelle, also eine Stelle im Team frei ist, dann kriegt man einen Ninja-Tom Ninja-Tom ist ein Geist-Pokémon mit einem KP Darauf hat es die Fähigkeit Wunderwache Und Wunderwache bewirkt, dass es nur durch einen sehr effektiven Schaden besiegt werden kann Ich werde mein Ninja zugegen nicht einsetzen Vulkanaschen-Wirbler Was, ist ja schon vorbei Okay, wir gehen jetzt mal da rein Diese Region ist mit Vulkanaschen bedeckt Ich habe ein besonderes Talent Ich mache aus der Asche Glas und stelle daraus Items her Hier kannst du Asche sammeln Aschetasche Nimm diese Aschetasche und lauf durch die Asche Damit füllst du die Aschetasche mit Asche Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir Erstmal speichern nochmal Okay, ein bisschen Fassball auf Wechselfels Welches Pokémon behindert unseren Weg? Es ist ein Pondier Ja, das könnte ein Level abgeben nach dem Kampf Tackle Glut Level 25 Energiefokus Ja Ja Euler Energiefokus erhöht die Volltrefferquote Hingiefokus erhöht die Volltrefferquote Und weiter geht's Ein Teenager Stolurnia Level 20 Geloot Kopfnuss Naja, okay Ach, Katze, hör auf! Meine Katze kratzt wieder gegen meine Tür Das machst du ständig So, und wir sind in den Laubwechselfeld Geh mal hier rein Ich bin Attackenhelfer Ich kenne alle Attacken, die ein Pokémon lehrt Aber ich kann sie ihm beibringen Naja, der gibt uns Also wir müssen ihn in eine Herzschuppel geben Dann bringt er eine alte Attacken, die wir verlernt haben Bei einem Pokémon wieder bei Und hier ist ein Nugget In diesem Krater drin, das weiß ich Gibt es hier noch irgendwelche Items? Ich weiß Nee, ich glaube hier gibt es nichts Halt, warte Ah ja, genau die hier Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Kevin, ich sehe schon Du bist ein Trainer Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem Das ich entwickelt habe Ich bin durch simple Destruktion zu diesem Entschluss gekommen Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst Ach, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt Ich bin Lanette Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt Und so weiter und so fort Jetzt gehen wir mal hier lang Und hier ist ein Haus Mein großer Bruder ist ein Fossilmaniekt Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt Der gibt uns jetzt Schaufler TM28 Oh, der ist aber fleißig Und viel gegraben Ich bin der Fossilmaniekt Ich bin ein netter Typ, der Fossilien liebt Ja, äh, der ratet uns Der sagt uns, wo es Fossilien gibt in der Wüste Aber in der Wüste kommen wir noch nicht hin Okay, gehen wir nach links Der gibt uns gleich Brüller Alles, was mein Pokémon von sich gibt, ist Brüller Niemand wagt sich nah heran Wenn du magst, dann nimm mir diese Brülle, äh, diese TM ab TM5, das ist Brüller, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich Brüller ist nicht so gut, finde ich Außer man kombiniert es mit Panzer, Aeron und Stahler Amadeus, 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 Amadeus Ah, Quatsch, was mach ich da Bombrero Lehm Sula Ich hab aber keine Elektro-Pokémon Absorber 1-Nit-Kill 1-Nit-Kill Level Up wahrscheinlich Ne, doch nicht Hier ist ein Wasserfall, da kommen wir mit Cascade später hoch Wenn wir angeln wären, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich Also zeig dir mal deine Pokémon Also zeig dir mal deine Pokémon Angna Anzen Goldini Lombrero Ich hab ein bisschen schneller gemacht, weil, ja Weil wir nicht mehr viel Zeit haben Routenschlag, Sinkmann Verteidigung Und Goldini ist tot Und Und er hat noch ein Goldini Oh, der hat vier Pokémon Fällt mir gerade auf Okay, dann machen wir schnell An schon wieder ein Goldini Wieder so ein einfallsreicher Trainer Nassmacher Vielleicht Feuerattacken Schmerbe Naja, immerhin ein gescheites Okay Okay, und weiter geht's Noch eine Nach dem Essen muss ich Sport treiben Also lass uns kämpfen Meryl Intensität Sieben Lombrero Bodycheck Bam 26 Und 32 Noch vier Level bis Thumpix Und hier ist ein Haus Gehen wir mal erst mal außen rum Oh, Kellen Entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht Immer wenn ich hier forsche Vergesse ich aufzuräumen Da bist du nicht die Einzige Das ist echt peinlich Erzähl das bloß niemandem Ich gebe dir auch dies hier Äh, he, he Was will ich mit der Lothurzelpuppe Naja, auf jeden Fall Wir sehen uns im nächsten Teil wieder Ciao Jetzt ist der Höhung Und hier ist es hier so chaotisch Und hier ist es hier laur Wir sehen uns im nächsten Teil wieder Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder Vielen Dank. Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Saphir. Erstmal müssen wir so schnell wie es geht diese Bären holen, sonst gehen sie ein. Weil die anderen Bären, die wir nicht geholt haben, die sind sofort eingegangen, habe ich gesehen. Turzell Level 16. Deswegen müssen wir sie schnell holen. Bären sollte man so schnell wie möglich holen, sonst gehen sie ein. Ein Wablu Flug-Pokémon wird so Altaria. Persim-Bären. Noch eine Persim-Bären. Und noch zwei Persim-Bären. Das muss ich wieder speichern. Okay. Machen wir erst mal diesen Doppelkampf hier. Natürlich, ich bin der Richtige, in der Richtige Stimmung. Ich werde dir etwas über Pokémon beibringen. Ich weiß doch schon alles. Ich bin ein Profi. Ich weiß alles. Und ich weiß auch, wie man eure Pokémon fertig macht. Mit zwei Attacken. Einmal. Zweimal. So. Ah, nein. Na, doch keine zwei Attacken. Daneben drei Attacken. Ist mir auch egal. Tja, was für ein Atemberaubender Kampf. Campen macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen braten und andere mit Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon-Kämpfe. Ein Picknicker. Nee, Camper. Ist auch egal. Intensität. Oh, zwei Töchste. Ah, Kratzer. Intensität. Intensität sieben. Und Tod. Blanas. Ein Pflanzen-Unlicht-Pokémon. Glut. Voltreifer. Und Tod. Level 27. Mal ein paar Level. Dann haben wir ein Kamerupt. Und hier brauchen wir ein Trümmerer und das haben wir auch. Und das war kein Stein, sondern ein Kleinstein, also ein Pokémon. Das ist sauer und greift uns an. Identität 8. One-Hit-Kill. Protein. Ah, Beutel voll. Leck mich doch. Was? Achso. Okay. Das Problem. Müssen wir hier beseitigen. Schatten-Glas gebe ich mal spontan. So. Okay. Und das Protein. Protein gebe ich gleich. Hm. Komm mal. Haben wir denn auch irgendwann ein Item? Ähm. Nee. Okay. Bei Platin und so, da. Bei Platin Diamant und Pearl, Soul Silver und Herz Gold hat man, ist der Beutel unendlich groß. Da hat man dieses Problem nicht. Und wahrscheinlich ist hier wieder ein Item. Nee, Geheimbasis. Wenn du ein Lagerfeuer entzündest, muss immer was in der Nähe sein. Na ja, hör auf mit deinem Haus klugscheiße zu spielen. Schneckmark. Feuer-Pokémon. Intensität. Sehr effektiv. Da Schneckmark ein Feuer-Typ ist. So. Oh nein. Das wird wohl sein Wasser sein, was er gemeint hat. Na ja. Lombrero. Äh. Mogelib. Mal zu erwarten, dass es zurück schreckt. Absorber. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Spiel fast halb durch und es macht mir sehr, sehr Spaß, das Let's Play zu machen. Ja, deswegen mache ich auch eine rote Edition, da werdet ihr demnächst noch ein Video von mir sehen. Dann werde ich das genau beschreiben. Ich werde das Let's Play Pokémon rot machen, ohne irgendwie Pause zu machen oder so. Nein, ich würde das einfach so fett durchspielen. Also ich werde hier nichts, ähm, so wie, ja, so Pausen machen, wie zu speichern und beenden. Nein, ich werde das an einem Stück spielen und filmen und so. Ja, das könnt ihr euch dann anschauen, aber erst mal jetzt ist er viel fertig und, ja. Wäre auch vor, wenn ihr mich abonnieren würdet, das wäre, ich würde mich sehr freuen dafür. Ähm, ja. Aber jetzt müssen wir uns mal jetzt da viel fertig machen. Und wir kommen ja auch gut voran. Wir sind ja schon fast beim Kraterberg. Ja, diese kleinen Scherz überlebt. Hm, ach, was soll's. Kommt dort. Diese Berge sind unerbitterlich. Und hier ist noch einer. Holleridieel. Du musst jetzt mit Holleridieel antworten, da es hier kein Icho gibt. Januar. Mach Holler, kennen wir ja. Geloot. 19 Kp. Abzug ist nicht viel. Geowulf zählt immer gemäß des Levels. Also Mach Holler hat in dem Fall, der wir 19, da er für jetzt kann man auch Level, äh, 19 Kp. Hat es, hätte das Mach Holler Level 100 und würde Geowulf einsetzen, wer kann man ob tot als 100 Kp abzieht. So kann man sich Geowulf vorstellen. Ja, und das sind wieder 19 Kp. Und Mach Holler ist tot. Ja, 28. Bald haben wir einen Kamerupt. So, und im nächsten Teil besuchen wir den Krater, oder Meteorfälle. Ich nenne, Kraterberg heißt der der bei, bei, in Senua ist der Kraterberg. Hier heißt der Meteorfälle. Okay, im nächsten Teil machen wir Meteorfälle. Bis dann. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Und hier gibt es Lunastein. Einzigartig nur. In dieser Edition, dass es hier Lunasteins gibt. In Rubin und Marag gibt es Sonnfeels nur. Und hier gibt es Lunastein. Oder wie die auch heißen. Okay. Glut. Volltreffer. Ich mach mir jetzt gerade so bequem auf meinem Stuhl. Ah. Meteorophel haben sie es gut gemacht. Hyperheiler. Okay. Jetzt ist unser Beutel wieder voll. Zubat. Flucht. Oh Mann. Ich weiß auch welches Item wir jetzt loswerden. Den Superschutz. Oh. Wo ist das? Beutel. Wo ist der Superschutz? Hier. Wenn ich den Beutel öffne, ist die Musik verbuggt. Naja. Egal. Ach. Das hat einen super Trank. Ach ja. Genau. Die Fähigkeit Mitnahme. Das ist gut. Flurster haben wir auch sowas. Guck mal zu Schattenglas. Wieder von Nenka. Und da ist Team Aqua. Was machen die hier? Hä? Während den Meteoriten mit Schlotberg. Hä? Ich weiß zwar nicht wer du bist, aber wenn du dich Team Magma in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleibt sofort stehen Team Aqua. Wir Team Magma lassen euch nicht so einfach mit euren Mistletatten davon kommen. Sogar Team Magma leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend sich mit allen auseinanderzusetzen. Das spielt auch keine Rolle. Wir haben die Meteoriten und so machen wir uns auf zum Schlotberg. Hä? Wir sehen uns, ihr Würstchen vom Team Magma. Und du bist? Schön, du bist also Kevin. Ich bin Mark. Als Kopf von Team Magma widme ich mich hinausvoll der Aufgabe, die gefälligen Pläne von Team Aqua zu kreuzen. Warum? Weil Team Aqua unser aller Sargnagel ist. Wir haben schon etliche gefährliche Dinge unternommen, um die Meri zu vergrößern. Wir Team Magma lieben trockenes Land über alles. Team Aqua unser Erzfeind. Mark, wir sollten Team Aqua verfolgen. Ja, ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auch zu denken, was Team Aqua am Schlotberg anrichten will. Kevin, du solltest Team Aqua im Auge behalten. Leben wohl. Und was ist mit dem Forscher da? Ich, ich bin Cosmo. Ich bin Professor. Irgendwie studiere ich Meteoriten im Laube Wechselfeld. Dann haben mich einige Typen von Team Aqua überredet, sie zu Meteorfälle zu führen. Sie haben mir versprochen, für mich eine Meteoriten auszugraben. Aber ich, Team Magma hat mich reingelegt. Oh, dieser Meteorit, der wird jetzt wohl nie mehr mir gehören. Aber Team Magma, äh Aqua. Was haben sie mit den Meteoriten am Schlotberg vor? Naja, dann sind wir gemäß zum Schlotberg. Mondstein, na super. Okay, muss ich wieder Schattenglas in den Kader geben. Mondstein. Und jetzt wird gehöpft. Hupf, 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 hupf. Und was ist hier? Nix. Weiter. Okay, raus aus der Meteorfälle. Oder 115. Das ist mir gleich Stärke jetzt da drüber rein. Superball. Mordbären, drei Stück. Und ein Schwarzgurt. Mein Talent ist, ziegelsteine mit einer Stirn zu zertrümmern. Schwarzgurt. Minoru. Macholo. Level 20. Level 20. Blut. Energiefokus hat es da. Naja. Okay. Blut. Boah, ich hab keinen Bock jetzt, diesen Weg zu nehmen. Naja, ist jetzt auch egal. Jetzt geh jetzt den Weg und fertig. Ist ja auch der Schnelleste. Und dann müssen wir wieder durch den Metaflottunnel, den wir nix sehen können, weil es so dunkel ist. Oder weil es so neblig ist. Naja, Medizier. Ach, komm. Leck mich. Psychiatacke. Konfusion. Glut. Und tot. Makuhita. Oh, Mann. Na, Energiefokus. Kannst du auf was anderes? Blut. Armstoß. Oh, nein. BAM. Puchtsch. Pch. Okay, Glut. Müsstest machen. Okay, kein Vortreffer. Naja, ist auch egal. Ich habe ein seltenes Pokémon. Warte mal, möchtest du das mal sehen? Sammler. Sengo. Der Rivale von Phoebe Tiss. Ah, Zornklinge. Zornklinge wird immer stärker, wenn man es hintereinander einsetzt. Da muss man aufpassen. Du, du willst mein Pokémon haben, oder? Nein, will ich nicht. Schutz wird nicht mehr. Okay, jetzt gehe ich an den Markt und verkaufe gleich die Items, die ich nicht benutzen werde. Fahrrad, 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 wo ist das Fahrrad hier? Ja, und hier ist der Markt. Und rein in den Markt. Okay, willkommen, kann ich dir helfen verkaufen? Wie Beiler. Die Nuggets, die sind zum Verkaufen da. Top Beta, dafür kriegen wir nichts. Die X-Tumpe verwende ich nicht. Angriffs Plus. Den Ewigstein, den brauche ich auch nicht. Ach wohl, kann sein, dass es sich den Brauch weiß hat. Sternstaub ist zum Verkaufen da. Minipilz auch, glaube ich. X-Angriff. X-Treffer brauchen wir auch nicht. X-Spezial, nein. Schutz. Ne, brauchen wir auch nicht. Mega Block. Zunitrank brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Jetzt gehe ich noch ins Poké Center und lagere den Mondstein und den Ewigstein. Ach, falscher PC. Ach, Quatsch, lau, ablegen. So, Mondstein. Und Ewigstein. Okay. Jetzt nehmen wir uns die Pokémon. All die Items. Ach, fuck. Ep-Teiler. Na ja, okay, den... Okay, Budersand sich auch lassen können. Das hat Lumbrero, Wundersaat oder Schampfglocke, okay. Budersand geben wir Morabbel. Ep-Teiler. Kriegen kaum Morab. Äh, und Wundersaat gebe ich mal Lombero. Die anderen lage ich jetzt noch. Schatten, Glas und Sanfglocke. Okay, so wirtschaftet man mit seinen Items. Und bis zum nächsten Teil. Ciao. Und bis zum nächsten Teil. Und bis zum nächsten Teil. Wir kommen zurück bei Let's Play Pokémon Soviel. Ja, und jetzt, äh, müssen wir den Weg nach, nach, zum Schlotberg machen. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Ah, hier bräuchte ich Schutz, aber es ist nicht so schlimm. Ich hätte den Schutz doch noch einhatten sollen. Ach, was soll's. Ich hab ja die Speedtaste mehr, brauche ich ja auch nicht. Und wieder sind wir in der Blindenhöhle. Ah, jetzt war's nur geradeaus. Und dann sind wir schon draußen. Ups, das war zu weit. Ah, ich heimere uns dann schnell meinen kaum auf und so weiter. Ah, ich heimere uns dann. Ja, super. So, nach oben. Und wie ihr sehen könnt, ist die Seilbahn jetzt frei. Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? So, und wir sind jetzt im Schlotberg. Und wie ihr sehen könnt, kämpft Team Aqua gegen Team Magma oder Team Magma kämpft gegen Team Aqua. Ah, ich spreche mir zuerst den Magma an. Wenn sie die Meer vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Pokémon und Menschen. Ja, jeder wird nass. Oh, Kevin, bitte halte Team Aqua für mich auf. Sie versuchen mit der Kraft des gestorbenen Meteoriten den Vulkan zu inaktivieren. Aha. Okay, hier sind überall, ähm, Fifiens. Ja. Wir von Team Aqua setzen unsere Energie zum Wohle alle ein. Wenn es mehr mehr gibt, dann sind die Wasser-Pokémon glücklich und die Menschen hätten mehr Platz zum Schwimmen. Und ne neue Musik. Haben wir lange nicht mehr gehört. Zugebart, Level 20. Come up, Level 28. Glut. Volltreffer. Fifiens. Und Glut. Ach. Ach, komm. Naja, okay. Das vergessen wir am besten gleich wieder. Auf jeden Fall ist das Fifiun ist tot. Und wir können das nächste Pokémon bekämpfen. Von diesen... Ah, okay. Er hat ja schon verloren, naja. Okay. Okay. Und weiter geht's. Hahaha. Hast du dich schon den ganzen Weg hier heraufgequält? So ein Jammer, es kommt so zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteor-Auffälle bereits unserem Pass gegeben. Oh, das wirst du bereuen. Ein Team-Vorstand. Wolfgang. Canivana. Okay, das muss ich aufpassen. Lombro. Lombro. Energiefokus. Hofft auf einen Volltreffer. Naja, aber Absorber. Hittet ihn. Ganz schön. Mit einem One-Hit-Kill. Level 29. Body-Check. Tackle. Boy-Check ist ja nur ein Update zu Tackle. Und ein Pfiff hier. Come up. Glut. Na, fast ein Kid-Kill. Ach, komm. Sandwirbel hasse ich. Triff sofort. Ach. Ja, komm. Nerv mich nicht. Biss. Carnivana. Dann setze ich Lombro ein. Absorber. Absorber. One-Kill. Ah, da habe ich noch verloren. Gut, dass ich dich nicht schon im Meteorfall herausgefordert habe. Okay, jetzt müssen wir gegen Adrian kämpfen. Und jetzt muss ich aufpassen, der ist ziemlich stark. Die Kraft, die in diesen Meteoriten steckt. Wenn man diese Kraft mit dieser Maschine verstärkt, kann man die Reaktivität des Schlotbergs stoppen. Und dann füllt sich der ausgeübte Krater mit Regenwasser und gibt den Wasser-Pokémon Lebensraum. Du schon wieder. Hör gut zu. Das Meer bringt alles Leben hervor. Wasser bedeutet Leben. Es besitzt absolute Priorität. Da widmet sich Team Aqua der Aufgabe, die Meere zu vergrößern. So können sich neue Pokémon-Arten entwickeln. Wir wollen die Welt zum Wohle aller Pokémon umgestalten. Das ist doch die große Vision von Team Aqua. Ich kann einem stüreren Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich, Adrian, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Und neue Musik. Ok, der ist mit einer sein ... Verrateten aus Adrian. Mach ich auch ... Mach ich auch ... Er ist jetzt schon ... hoch ist Level 24. Glut. Oh, ist zu stark. Level 6 ... äh ... Intensität Level 6 ... Ah, ich glaube, ich wechsle besser. Biss. Ah, Volltreffer. Normal Attacke. Naturkraft wird zu Erdbeben. Steinhagel, okay, genau. Sandwirbel, setzt doch wahrscheinlich einen Trank ein. Jawohl, setzt einen. Gut, dann setze ich ab, sauber eben. Ah, jetzt muss ich einen Moorrabel nehmen. Ja, klar, jetzt macht er mir nach. Was wollte er jetzt, sein Golbert? Okay, dann setze ich ab, gleich neu ein. Okay, bis zum nächsten Teil. Okay. Yeshua, es muss Ihnen sagen. Okay, bei mir mal kurz in der Inflineate. wir kämpfen gegen team aquaboss, adrian Nein, ich kann nicht ständig wechseln. Bodycheck. Nein. Nein. Oh Mann. Nein. Nein. Oh, ich sag doch, der ist stark. Ja, der ist ein starker Gegner für mich. Bodycheck. Ja, ja, nervt mich ruhig. BAM! Normal, sprudel. Solange ich mir noch ein kann, ist alles im guten... ...gutem Visier. Aber wenn der dauernden Superschall einsetzt... Was geht jetzt schon wieder los? Mehr Pech wie ich kann man nicht haben, oder? Ja klar, ich hab volles Pech jetzt. Und wie viel Pech ich hab. Schaut euch das doch an! Ah! Bin tot! Jetzt muss ich wechseln. Magnaium. Hat man schon im letzten Tag gesehen. Jetzt sind wir wie eine Mogel die Beine. Grazvogel. Boah, es ist zäh. Das ist verdammt zäh, das Magnaium. Naturkraft. Steinnagel. Ja! 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 Endlich hab ich mal Glück! Toheido! Sein Trompf. Knirscher. Ich glaub nicht, dass Toheido eine Wasserattacke kann. Mal schauen. Sein Trompf. Sein Trompf. Toheido ist stark. Shit. Leibenschuss! Link halt So Oh man Okay, es wird spannend Oh nein Sieht nicht gut aus Oh fuck Wir haben verloren Ja, wir haben verloren Also ich reset das ganze jetzt Scheiße Vielleicht soll ich zuerst meine Pokémon heilen Ich gehe mal schnell meine Pokémon Er kommt zurück und wir sind wieder im Kampf So du Pisser Ich habe meine Pokémon vollständig geheilt Jetzt müssen wir es schaffen Ah, aber die Position hätte ich noch verändern sollen Bodycheck Ich gebe jetzt alles, was ich kann Um den jetzt fertig zu machen Okay, wechseln ist besser als Tod Naturkraft Steinhagel Nerv euch, jetzt setzt er wieder einen Trank ein Und ich nehme Schluss, dann bis zum nächsten Teil Und ich sage zuerst Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein, nein. Quatsch. Ich mache das anders. Hört sich sehr blöd an, aber ich mache Lombrero. Lombrero hat nämlich Steinhagel aufs Lager. Wenn ich eine Attacke machen will, trifft Superschall. Steinhagel. Einmal noch, aber jetzt wechsle ich besser. Jetzt brettet er mit seinem Flügelschlag auf mein Lombrero ein. Ah, Quatsch, vertippt. Ah, das passiert jedem doch mal. Ah, Bodycheck. So weit so gut. Es bleibt nur noch sein Tohairo, das uns geküllt hat. So, Heido. Oh, Mowgli. Steig zurück. Absorber. Oh, oh, oh. Ich weiß ja sofort. Er will Volltreffer machen und dann unser Pokémon mit Volltreffer angreifen. Aber es wird nicht gelingen. Ja, und ihr seht, wie viel Knirscher schon abzieht. Er setzt ja einen Trank ein. Ja, jetzt kommt der zweite Supertrank. Ja, Knirscher. Ah, das war, weil die Verteilung von vorhin gesenkt wurde. Au, 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 au. Au, au, au. Geht wahrscheinlich drauf. Jawohl. Mal probieren. Überlebt. Es gibt viele EP. Jawohl, wir haben ihn. Er hat 30. Okay, wir haben ihn besiegt. Wie bitte? Ich, Arran, wurde ganz hiltheitig besiegt. Entwickelt sich 33. Äh, mein, 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 ach mein, ach mein, ach mein Feuerpokémon. Ach, was soll's, ich werde für heute meine Pläne am Schlotberg vergessen, für heute. Niemand wird sich, niemand wird uns jemals stoppen, Team Aqua zu beziehen. Vergiss das nicht. Kevin, mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Aqua durchkreuzen, aber dieser Sieg bedeutet nicht, dass sie ihre üblen Pläne aufgegeben werden. Äh, wir werden ein wachsames Auge auf Team Aqua haben und sie weiter verfolgen. Wir werden uns wiedersehen. Immer ganz cool mit den, mit den Händen in die Hosetasche. Naja, aber jetzt können wir nach Bad Lauerstadt. Dann müssen wir einfach nur diesen Steilpass runter. Die Trainer mache ich alle später. Naja, dachte ich mir schon, dass eins kommt. Come up, gegen, come up. Sehr effektiv. Okay, wir kommen jetzt an der vorbei. Ha, haha, jetzt musst du noch runter. Okay. Und wir sind in Bad Lauerstadt. Danke, so eine Pokermin sind wieder top, für jetzt kommen jederzeit wieder vorbei. Und hier kann man auch baden. Bringt zwar nichts, aber naja. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es in den heißen Sand bei den heißen Quellen vergrabe. Also das reicht offensichtlich nicht aus. Dieben erzählte mir, dass man es zusammen mit dem Pokémon tragen soll. Du bist dann drin, nicht wahr? Und deine Pokémon strahlen Vitalität aus. So, was meinst du? So, wirst du das Ei mitnehmen und zum Ausschlüpfen bringen. Aus dem Ei kommt Isso raus. Hier ist auch die Arena. Die Arena machen wir im nächsten Teil. Im nächsten Teil machen wir die Trainer vom, von dem, vor dem Stallpass. Ich glaube, ich habe meine schon kalt. Ah ja, habe ich. Also wir haben es zum nächsten Teil. Ciao. 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 So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Sofía. Ich habe mich beschlossen, erst die Arena zu machen, weil dann können wir die neue Pokémon... Oh, nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Wie mache ich das jetzt? Alter. Ah, das ist jetzt mies. Jetzt muss ich das komplett blind machen. Naja, egal. Schneckenmacklevel 22. Intercität. Und Kütke. Also ich habe mir beschlossen, erst die Arena zu machen, weil wenn wir die Arena gemacht haben, dann können wir ein paar Team-Pokémon fangen und die können wir dann gleichzeitig am Stallpass später trainieren. Come on. Willkommen, Bruder. Und auf Wiedersehen. Schneckenmack. 22. 22. One-Hit-Kill Der Schweiß lief mir in die Augen Na super Den Nebel hätten sie echt weglaufen können Hier ist was Aber nicht führe ich mich hier nicht Oh nein Und hier sind wir wieder im Eingang Na klasse, das ist echt super Ah, okay, ich muss mir Notizen machen, wie ich das denn machen kann So, willkommen zurück, ich hab mir jetzt die Vorlage von dem anderen Let's Player genommen Und laufe jetzt den Weg, den der andere Gang ist Bis diese Weise finden wir schon den Weg Keckleon 24 Kann Flammenwurf Machen wir lauter So, jetzt Ah, jetzt ist ein Bodentyp Finte Egal, Intensität, wirke auch gegen Boden Also ich überspringe das Gelaufe dann Und mache jetzt dann nur die Trainer Nehme ich dann auf So, willkommen zurück Äh, ich hab jetzt den Weg gefunden Willkommen Halt, warte Hallo, du bist wegen von Trainer Wie schön, dich hier zu sehen Ich bin verantwortlich für, äh Warte Ich bin Flavia Ich bin die Arena Letzern hier Blablablabla Und los geht's Diese Arena setzt Feuer ein Schneckmark Auf die Trainer muss ich leider verzichten Aber egal Intensität 8 Sehr effektiv Schneckmark Intensität Intensität 9 Ja, wieder ein Wornitzkel Jetzt kommt ihr Kürtel Amnesie Energiefokus weg Schwerpp, kann man mit Energiefokus vergessen und lernt Amnesie Kürtel Dieses Pokémon kann Hitzekoller Ah, Bodyslam Fuck Stirb Hm, er setzt ein Trank ein Nein Ach, ganz knapp Hypertrank sitzt ein Naja Oha, jetzt zieht's wenig ab So Ah Musste ja irgendwann mal kommen Okay, ich wechsel Morabla 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 Vorher bekämpft man am besten mit Wasser Nein Nebenschuss Oh, damit Zeitwankern Anziehung Also Schön, sehr schön Das ist nicht sehr schön Ja Ja, ja, ja Nebenschuss Scheiß, scheiß drauf Na los Na los, du Schwurzel Okay, jetzt Aquaknarre Greif ihn an So, so ein Verräter Scheiße Und jetzt Ich setz ungern Lombrero 1 Oha Alter, ist schon wieder Paralyse Mogelheap Bam Check zurück Zum Glück Äh Ich glaube, jetzt eben kommt bei Naturkaufshaus, oder? Autsch Naja, immerhin senkt es den spitze Angriff von der Come on Überlebt uns jetzt Okay Aquaknarre Super Super Ah Ah Ich habe hier nur einen Beleber, also kann ich euch angreifen Ach Dreschpflege ist fies Je stärker das Programm geschwächt ist, desto mehr zieht Dreschpflege ab Das ist nicht gut Ähm Nein Vertippt Obwohl, ich kann Mogelib einsetzen Patschung Jawohl Vierter Orden Piu Wir haben die nervige Arena Hitze Orden Ja Jetzt können wir stärker ansetzen TM50 Hitze Koller ist es Okay, jetzt müssen wir nur noch hier raus Oh Gott, ich laufe jetzt irgendeinen Weg So Ah ja Sehr gut Nein, nein Da ist ja noch ein netter Ausgang Oh Mann Und jetzt So Ah Junge Ich muss hier raus Lass mich da durch Verdammte Mauer Ja toll Ah Komm Ja Endlich Endlich Nein Ich will speichern Ah Es gibt ja uns den Ding Damit wir in die Wüste können Schatten Irgendwas um Wüstenglas Ja genau Was ich da gemacht habe Ich habe da die ganzen Felder, die ich mit der Laufung kann auf einen Zettel aufgeschrieben Also es ist echt brutal was ich da gemacht habe Da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt und habe hier nachgeschaut in YouTube Zum Glück gibt es YouTube noch oder irgendwo irgendwann wird es wahrscheinlich nicht mehr geben Wegen Urheberrechts oder so ein Scheiß glaube ich Naja hoffen wir dass es nicht so passend so wird So Jetzt speich ich gleich zweimal Okay bis zum nächsten Teil Und dann 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 8 9 9 habe ich So, willkommen zurück zu der letzte Welt, Pokémon so viel, nachdem wir den Albtraum mit von Bad Loverstadt jetzt haben, fangen wir uns den Knackli an, dafür müssen wir zuerst in die Wüste, na, hier gibt's ein Item, naja, egal, so, da wir das Wüstenglas zusammen können wir auch da rein, da können wir auch gleichzeitig noch trainieren, da wollen wir uns erst die Fossilien hier, Clown Fossil, da kommt Amaldo raus, Wurzelfossil, da kommt Willi raus, Amaldo ist geiler, ne, mit das Clown Fossil, und das andere verschwindet an dem Sand, ja, endlich, endlich, das erste, warum sag ich endlich, naja, egal, Sandsturm tobt, Glut, na, da, komm, ob ein Bodentyp ist, wirkt sein Stürmer auf ihn nicht, okay, versuche ich's mal, Superball, yes, Knackli an Ameisenlöwe, nein, okay, ok, 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 ok wir können uns gleich ein fahrrad holen haben wir schon dabei sind wir brauchen ein spezielles fahrrad brauchen das kunstrad wollen wir uns so schnell ja okay wie lange braucht es eigentlich noch es dauert noch okay dann tue ich in die box sein jetzt ist knackel an was wir gefangen haben das tauschen wir jetzt mit dem ei okay jetzt haben wir uns gleich das kunstrad ja so mit dem kunstrad können wir spezielle andere einrichtungen hochklettern wie zum beispiel sogar wände oder so erinnert uns fast so also fast so ähnlich wie kraxler in den vierten generation ups sorry habe ich verzippt und da kann man sowas machen kann auch sowas machen so hubsen ja und zack der nachteil im kunstrad ist es ist nicht so schnell wie das eilrad und hier sind wir hier gibt es auch trainer auf dem schluckberg wir machen uns erst den fahrt hier steilpass ich zeige euch erst schnell wie wir das jetzt machen wir nehmen wir das rad dann können wir hier so hoch den ganzen steilpferd können wir so hoch gehen so können wir auf dem schluckberg gehen ohne die seilbe zu benutzen und asche kann man hier auch sammeln kam auf wegen kam auf eigentlich wird die knacklion einsetzen okay kam auf die zeit als ep teile träge ist vorbei jetzt kriegst du nämlich knacklion den ep teiler das kriegt nämlich knacklion den ep teiler so jetzt zum knacklion auch an erster stelle entwickelt sich level 30 zu wie brava glaube ich so und hier kommen auch hoch zack und sonst sind wir wieder auf dem schluckberg achja und hier kann man auch wootkekse kaufen von der dame da oder lava kekse ok dann fangen wir an das ist ein wanderer und bis zum nächsten teil und bis zum nächsten Mal Willkommen zurück, wir machen gerade den Stallpass, die Trainer. Pupanze, Boden Psycho, er hat die Fähigkeit Schwebe, habe ich gerade Finte einsetzen, haha, Finte trifft eh immer, also juckt es mich nicht, ob die Genauigkeit auf Null ist, sehr effektiv, Ah, voll drüber sogar, ich noch mit Finte, aah, Finale, überleb, du Arschloch, okay, das Knacklium habe ich überschätzt, Gut, das Pupanze hat halt Finale eingesetzt, das ist der Scheiß gewesen, hm, Abgeschnarre. Pupanze ist auch leicht zu verwechseln mit einem Gestein-Pokémon, aufgrund seiner Form. Okay, müssen wir uns schnell heilen, ach, machen wir die noch kalt, direkt mich auf. Picknickerschlampe. Knilz. Moment, ich tu meinen Mike wieder, jetzt, ah. Ah, komm her. Ah, ne Tegler-Tagel, sehr schön, ich hatte wirklich Angst. One Hit Kill. Was jetzt, noch ein Pflanze, ok? Soll mir rechth' sein. Glutz Wablu Flug, normal Lassen wir mal um Berero ran Muglip Steck zurück, ich werd's erwarten Äh, Kratzeri Naja, Steinhagel hätte ich auch einsetzen können Durch Naturkräfte Naja, ist doch egal Das hätte den auch Und Level Up müsste es geben, jawoll Oh nein, das liegt am Boden Es ist doch so uneben Ich bin so cool Ich hab ein Fahrrad Hey, schau dir mein Fahrrad an, Oma Alter Das muss ich üben Okay, und jetzt sind wir wieder Ja, boop, 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 boop sein es sind ja nur drei jetzt gehe ich runter und fahrrad ist sehr schwer zu wo es zum meister arbeit guter wort zum trainieren camper evald zigzags finde überlebt war okay wechsel Kopfnuss Und zack Und Absorber Gib mir meine KP zurück Und Schwalbini Flug nochmal Glut Okzu kipps auf der meiste erste Und tot Okay Und im nächsten Teil Machen wir die Träne auf dem Flotberg Noch schnell speichern Ok bis zum nächsten Teil Pau Und dann glaubebi Wir drangen Pau Auf 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 Ap Auf Auf Vielen Dank. Vielen Dank. Sollte ich in den heißen Quirin gebadet habe, fühle ich mich großartig. Ich bin sicher, ich werde gewinnen. Seid ihr mal nicht zu sicher. Mit der einen Pokémon kommst du nicht weit. Mh... Knackleon ist immer noch zu schwach. Okay, Knarre und das war's. One-Hit-Kill. Okay... Boah, außerhalb des Meisters ist es auch saukalt. Nee, du bist ja an einem Vulkan, da ist es nicht kalt. Endlich bin ich am Stubbär angekommen, jetzt will ich kämpfen. Sylvia mit einem Knilz. Ja, ich glaub, das könnt ihr eh sogar killen. Mit meinem Team, also... Nicht, dass ich sagen will, dass ihr nichts könnt, aber... Ja, vergiss das, was ich gesagt hab. Sag mal einfach, das kann jeder killen. Glut, glut, glut. Okay, der nächste bitte. Ist da noch einer? Nee, okay. Hier sind aber noch welche. Ich war über den heißen Quellen und habe meine Mythen genommen gefrischt. Jetzt fühle ich mich richtig stark. Oh ja, das heißt aber nicht, dass du gewinnen kannst. Midi-Tipp, Psycho, Kampf. Kampf, Kampf, Kampf. Finde kann man nicht einsetzen, da Kampf den Findenangriff neutralisiert. Lombrero. Oh, Kraftreserve. Mogelieb. Äh, Naturkraft, das müsste Schein-Noble sein. Ja, nicht zu effektiv. Aber, kann zurückschrecken. Ja, ganz, wie ich gesagt hab. Absorbe. Und halt die KP auch wieder. Absorbe. Und Level 22. Makuhita. Auch ein Kampf. Hm, Kratz-Furie. Ach, Nachmacher. Eine Kampfattacke. Ne, ne. Normale Attacke. Ah, ja, so ist es sehr schön. Gut. Absorbe. Tot. Du, meine Güte, wer bist du denn? Ich bin dein Vater. Ah, hier ist noch eine. Ich habe voll mit Baby, ich hätte es nicht, dass ich muss kämpfen. Aha. Schönheit. Mit einem Pokémon. Mehrere. Äh, mehrere, mehrere, mehrere. Absorbe. Absorbe. Tja, das war's mit deinem Walzer. Geht daneben. Da kann ich mir nichts dagegen machen, ne? Ja, 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 ja. Walzer, kann so was anders? Absorbe. Moment, ich muss kurz Schluss machen. So, ich bin wieder da. Äh, wo waren wir? Ah, okay. Was ist hier? Ein Meteorit steckt in dieser Meteor? So, ich bin wieder in die Vorrichtung des Meteoriten nehmen. Ja. Meteorit erhalten. Ja. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich glaube, dem muss man den Typen, das ist die Meteor-Auffälle wiedergeben. Hupf, 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 hupf. So, da habe ich noch die Pokémon. Okay, dann, 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 was machen wir jetzt? Genau, im nächsten Teil machen wir die Wüste. Okay, ich fahre noch schnell hin. Äh, 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 äh. So, die Wüste. Die nehmen wir uns zum nächsten Teil vor. Noch speichern. Okay. Dann, bis zum nächsten Teil. Dann, bis zum nächsten Teil. So, wir kommen zurück. Wir machen jetzt die Wüste. Das Wüßenglas steht echt gut, aber ich bin sicher, mir steht es besser. Ja, bist du schwul oder eine Trans oder sowas? Okay, Transvestiz ist sie dort. Sandern. Sandern, naja. Okay. Moment, ich mal laute, damit ihr was hört. Okay, jetzt da. Angriff. Erstmal wechseln. Jetzt wirst ihr was hören. Lombriro. Oh, Schlitzer. Okay. Absorber. Der Sandsturm ist immer aktiv. Solange wir in der Wüste sind. Aber mich wird echt interessieren, was bei Naturkraft rauskommt. Erdbeben, glaube ich. Ich schaue mal nach. Der nächste Hit ist eh ein Kill. Erdbeben, ja, dachte ich mir. Okay, das war's mit Sandern. Bam. Ja, das war's mit dir, du Sranse. Okay. Ich mache ein Picknick in der Wüste. Hier findet man überall Trainer und so kann ich hier auch Kämpfe genießen. Tja, in der Wüste Camping machen. Respekt, Respekt. Würdest du auch auf dem Vesuv Camping machen? Ja, ich wollte's Lombriro, aber was soll's. Klar, come up, schafft es auch. Braucht ihr noch ein paar, zwei, drei Level bis zur Entwicklung. Intensität. Ah, das ist bei der Sandwirbel. Intensität sieben. Schlitzer. Schlitzt mein Pokémon ruhig aus. Schlitz dich selber auf. Pupanzé. Pupanzé. Oh nein. Schlechte Erfahrungen. Lombriro. Komm her. Dann lernt Lombriro eigentlich Lehekentanz. Das würde mich echt interessieren. Wir schauen danach, nachdem ich das gemacht habe, nach. Absorber. Und danach noch ein paar Teile hoch. Das muss, glaube ich, Part 41 sein. Ich hab gerade 30 hochgeladen. Muss ich mal wieder ausgleichen. Oh, morgen spielt der FCA. Also meine Heimmannschaft, der FCA Augsburg halt. Hoffentlich gewinnen sie. Dann können sie wieder auf Verte BSC Berlin nachhoof holen. Das wäre echt geil. Die spielen da daheim. In der Impuls Arena bei mir. Das wäre ich bei mir direkt um die Ecke. So ein paar. Zwei Kilometer, glaube ich, so rum. Zwei, drei. Mein Freund geht da auch hin. Hat schon Karten besorgt. Und hoffentlich gewinnen sie. Aber zurück zum Pokémon-Spiel in Popanze und Lombriro. Absorber. Ah, Turbodreher. Die schwächste Normalattacke. Sehr schön. Mach ruhig weiter so. Turbodreher ist total scheiße. Na los, mach ruhig weiter. Stört mich nicht. Ne, Umklammerung ist sogar noch schwächer. Also ein paar Taken sind echt unnütz. Wie Turbodreher, Umklammerung oder Platscher. Oder, 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 oder. Nassmacher und so. Lebenssohle. Na, kommt drauf an. Ah, der Sandsturm nervt mich. Und jetzt geht die auch noch daneben. Anscheinend senkt der Sandsturm die Genauigkeit. Absorber. Sehr effektiv. Und die KP wurden wieder aufgefrischt. Ja, ja, vergifte ruhig mein Lombriro. Gut, 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 gut. Ah, Gipsstall. Leckt mich doch am Arsch. Okay, jetzt ist es ätzend. Jetzt ist es ätzend für Lombriro. Jetzt wechsle ich. Mora, willkommen her. Tja, das schau ich mir überhaupt nicht. Abknarre. Sehr effektiv. Und das ist Sander und Hedma. Ach, der hat noch eins. Oh, Mann. Ach, der. Oh, ich hab schon ganz vergessen, was für ein Trainer das ist. One-Hit-Kill wird das. Und tot. Jetzt heil ich erst mal mein Ding. Na, Feuerheile bringt nichts. Heilt alle Statusprobleme. Gut, dass ich den Lava-Keks gekauft hab. Und bei dir geht's. Gibt's hier Items. Hier müsste irgendwo ein Sonderbomben geben, das weiß ich. Ach, diese wilden Pokémon nerven mich. Flucht. Ach, komm. Und endlich geht doch. Wenn da Knackleon mit Aussichtslos kommt, die Fähigkeit, dann bin ich so sauer. So. Ich hab keinen Bock mit euch Nieten zu kämpfen. Den haben wir, glaub ich, schon, ja. Hier ist nichts. Und da ist der Sonderbomber. Noch eine Trainerin. Tja, die Fossilien, die hab ich schon gefunden, meine Liebe. Und weg. Schön, dass du mir in den Gedanken bei Fossilien warst. Ah. Popanzel. Ey, du. Block hier nicht mehr den Weg. Sollte als Jugend. Ja, und so nach Antikorien. Jetzt werde ich herausgefordert. Ruinen-Maniac. Ja, hinterher in der Nähe gibt's auch Ruine. Nee, Ruine. Ich hab nichts gegen Schaufler. Ich hab nichts gegen Schaufler. Ich hab nichts gegen Schaufler einsetzen. Es wird sogar doppelte Stärke, wenn er eh das Schaufler einsetzt. So. Tja. So, das ist hier nichts Wunderbares. Hm. Hier gibt's ein Item. Sandsturm. Das ist der Sandsturm. Okay. Ich glaub, da hätten wir schon alle. Ich bin schnell, als ich dachte. Gut, dann gehen wir jetzt nach Blütenburg City und fordern Norman heraus. Okay, bis zum nächsten Teil. Hier, ich glaub, ich kann nicht mehr den Weg. Also, wir sehen uns im nächsten Teil in der Vor der Arena. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist dieses UNNÖTIG! UNNÖTIG! Genauigkeit ist UNNÖTIG! Ja, jetzt setzt er ein Trank ein. Na, doch nicht. Zum Glück. ACH! Ich überspringen! Was seh ich? Der Gegner setzt Anziehung ein. Ja, leck mir mit Gesang. Also die Pokémon von den Trainern, die haben schon fiese Taktiken. Ja, genau. Deswegen hat er auch seine Genauigkeit erhöht, weil Abgesang ist nicht so genau. Ja, Volltreffer. Wach auf, du Penner! Steh auf, Rock! Steh auf, du Penner! Ach, Knack, Leon, komm her! Das schaffst du! Ich glaub an dich! ACH! Nein! Kämpfe, Knack, Leon! Kämpfe für mich! Greif an! Wenn du angreifst, bist du cool, wenn nett bist du scheiße! Greif an! Na los! Greif an! Sehr, sehr schön! Okay, ich mag dich, Knack, Leon. Sehr schön. Gute Arbeit. Du bist ein bisschen stärker, sehe ich. Ach, diese Tränen sind so hart. Raum der Verteidigung steht auf dem Schild. So, nächster Trainer. Ich stärke die Verteidigung, das so rücksichtslose kann ich angreifen. Geradax. Ja, Morave. Oh Mann, der schläft ja noch. Ach, war Knarre. Ach, ich sag, wer... Ach, Gott. Okay, okay. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Hey, du nervnisch! Glut! Ah! Wie lässt du mich verarschen? Mann! Kack! Fiss dich doch nicht an! Oh Mann, schreck zurück. Ja, klar. Mach ich so lange, bis du keine RP mehr hast. Ich hab Zeit. Ich weiß, das ist eine Verschwendung, aber das regt mich auf. So, Glut, komm her. Ja, 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 nervnisch. Wenn es keiner RP mehr hat, kannst du auch nicht angreifen. Ah, scheiße. Oh, ist die B-Taste. Ah, hier ist die B-Taste. Ja, ja, ja. So. Intensität. Ah, das war's mit deinem Kopfnuss. Keine RP mehr. Du tust mir leid. Nantol, das zweites Schwester. Ah, doch noch RP. Naja, von mir aus soll mir recht sein. Je weniger RP, desto besser. Morgelieb. Du, 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 du. Und nochmal. Nervt nicht, nervt nicht, nervt nicht, nervt nicht. Absorber. Na super. Ah, ich hasse dich, du scheiß Gerdachs verrecke. Grip hier in der Hölle. Ah, das war schön. Wegen dem Scheiß habe ich jetzt sieben Tränke, glaube ich, verschwendet. Okay, jetzt muss ich heilen. Ich unterbreche kurz. So, und hier bin ich wieder. Wir sind jetzt im Raum des K.O.-Treffer-Raum. Ich werde es dir nicht leicht machen, nur weil du das Kind unseres Leibniz bist. Ich werde dir beibringen, was es für einen Pokémon bedeutet, einen kritischen Schlag zu erhalten. Er hat einen Sengu. Und greift mit Schlitzer an. Sengu. Bodycheck. Andrus Plus. Erhöht die Volltreffer-Quote. Und Bodycheck. Das müsste ein Volltreffer sein, des Gegners. Ja, Volltreffer. Deswegen heißt er auch K.O.-Treffer-Raum. Oh, ein K.P. Und Level ab. Noch drei Level. Bis zur Entwicklung. So, und hier sind schon eine Leute. Nein, noch nicht. Erst besiege ich die anderen. Und ich muss Schluss machen. Bis zum nächsten Teil. Ich glaube, ich bin Vorsitz. Die anderen. Ich binropa noch nicht. Ich bin missions Und ich kann eins auf den Eнич immer verfolgen. Und ich bin ich天 1AO-R-Canü. Und ich binBN. Bis zum nächsten mal oben. Und jetzt mache ich alle vídeo- Noodles am drei我ürgen. Vielen Dank. Willkommen, wir sind in der Arena von Blütenburg City. Raum der Stärke. Als Arena hat es uns angewiesen, alles zu geben, um dich zu besiegen, auch wenn du das Kind unseres Leitzes bist. Sengo, hat man gerade gesehen, im letzten Teil. Das ist Volltreffer-Pokémon. Ach, super, ich habe keine Tränke mehr. Naja, muss ich angreifen. Oh, Angriff, X-Angriff. Wahrscheinlich hat er... Oh, das ist der stärkste Trainer. Das ist der stärkste von den allen. Jetzt kommt wahrscheinlich... Ähm, ähm, Schwertanz. Okay, das muss ich schnell besiegen. Das muss ich echt schnell besiegen. Zornklinge macht er. Okay, jetzt setzt er wahrscheinlich einen Trank ein. Ne, doch nicht, zum Glück. Volltreffer, doch nicht. Na, super. Naja, das war's dann wohl für Sengo. Und... TACK! 25 Samtgrab. Naja, und hier ist auch wieder der zweite Arena-Reiter. Also, das Schild zum... Das zweite Schild zum Arena-Reiter. Aber ich glaube, einen Raum gibt's noch. Und zwar ganz am Anfang. Hier, glaube ich. Aber ich heile meinen Pokémon noch schnell. Ja, heilen. Ah, ja, ja. Dieser hat man da ein paar drin gekaufen. Bei den Norman haut echt rein. Der hat einen Leta King. Und Leta King ist das... Ist das... Naja, von den Werten her das zweitstärkste Pokémon. Das erste ist Arceus. Oder Chaos. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Initiative Raum. Die Fähigkeit, mit dem Gegner einer Attacke zuvor zu kommen, all das allein gibt's auch schon einen enormen Vorteil. Meinst du das nicht auch? Ine Koro. Und Lehmenschuss. Wo ist Lehmenschuss? Hier. Und die Initiative sinkt gleich wieder. Das ist sehr gut. Steh auf, Frog. Das hat man doch schon mal. Zumindest sogar... Ja, noch ein... Das war sogar auch Freundin in Ene Koro. Nein, so geht doch. Was für ein unglaublicher Kampf. KP's Sauger. Den hat man noch nicht. Beschwende die kostbare Zeit nicht, damit die Fähigkeiten eines Pokémons zu blockieren. Ja, Gerardox. Ja, Gerardox. Poli-Check. Mega Block. Ich glaube, ich werde dann später cutten und mir Tränke holen. Raum der Stärke. Da waren wir, glaube ich, schon. Ja, genau. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Raum der Verteidigung. Mit hier. Hier waren wir auch schon. Raum der Erholung. Hier waren wir noch nicht. Ja, wenn du den Sieg in greifbarer Nähe siehst, füllt dein Gegner KP auf. Kannst du dir vorstellen, wie man sich so in einer Situation fühlt? Ja. Gerardox Morable. Na, super. Okay. Mogelieb. Absorber. Absorber. Nein. Oh, Mann. Intensität. Intensität. Hallo. Ah. Und jetzt füllt die KP auf. Ganz wie er es sagt hat. Kill, 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 kill. Nein. Oh, Mann. Na, super. Was mache ich jetzt? Ah ja, ist jetzt noch ein Super-Trunk-Ein. Hm. Intensität 10, bitte. Ah. Ich glaube, den Kampf verliere ich. Hm. Knack, Leon. Zeig, was du von mir gelernt hast. Nein. Oh. Nein. Oh, Mann. Den Kampf haben wir verloren. Okay. Jeder verliert mal. Egal. Und hier sind wir wieder. Jetzt ist nichts passiert. Wir haben noch ein bisschen Kohle voran, aber es ist jetzt nicht so schlimm. So, du Pussy-Heiler. Okay. Ich glaube, wir werden auch verlieren. Okay, ich nutze die Zeit und hole mir jetzt ein paar Tränke. Okay. Ich glaube, wir werden auch nablieren. Ich bring cum Áfondo-Ker. Okay. Ich bringe mich über nachdenken. Okay. Okay. Ich bringe dich mit meinem ZT-H-Ein. Ah. Okay. Danke. Alright. Be wake. Gonna win. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 BAM Jetzt sollte ich den Trank einsetzen Power Punch Nein Mist Mist Egal, er muss vorlinzen Dem Schuss Es hängt wieder seine Initiative, aber der hat gar eh kaum Und dem Sule Äh, Quatsch, vertippt Ich wollte Aqua Knarre einsetzen Jetzt setzt sich Leben Sule ein Naja Egal Aqua Knarre Wo ist denn dein Fokus? Oh, du hast ihn verloren, das tut mir aber leid Das sollte mal Fassade oder sowas einsetzen Mein Gott, der hat einen Data King Sehr viel Power, aber er nutzt es nicht Und Das wird der Todesstoß Das war's mit dir Ich kann es nicht, ich kann es kaum glauben Kevin, ich habe gegen Kevin verloren Das wird die Verteidigung Und wir können Surfer einsetzen Jetzt können wir nach Neumaltenfroh Und alle anderen Surferwege Wie nach Forsterhafen und so Die machen wir auch dann später Jetzt kriegen wir von den Eltern von Heiko ein Die Vm3 Surfer Die bringen wir dann zum Pex Lombrero dabei So, ich glaube die Eltern von dem Heiko sind hier drin Hallo Kevin, unser Heiko ist viel Robuster geworden seit ihr in Wiesenflur ist Jetzt feiern wir alle da in dir Als Heiko den Ort verlies hast du ihm geholfen Sein Pokémon zu fangen stimmt's Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht Okay Bringen wir ihn gleich Self herbei Zum Pex Ja Ja Ach, war Knarre Und Lombrero lernt auch Surfer Ähm, Mogli Okay Das war's dann Wir sehen uns im nächsten Teil Ich renge Okay Ich rächere mich vor Wir sehen uns im nächsten Teil Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Das bringt... ok auf dem magnitilo muss ich aufpassen ich glaube das wechsel ich besser kam er und habe ich ja ja ich war mit dem pokestern deswegen ist mein kammer beschädigt und wie braver wie braver wie braver halt das kammer obgleich top genösung vor folge kann die zu können die zwei erinnert also können wir keine sorgen zu machen sie strahle ein mega sauger der drachen typ gleicht ist wieder aus wer ist nur ein knackle unter dem problem server beschädigt alle pokémon soweit ich weiß okay es muss ich braver auf wechseln zum tex wort es kann toxin nicht schlecht ja wird meint so ein beschädigt in perl diamants so silva und herz gold beschädigt sie in anderen sehr schön da brauche ich einfach nur server einzusetzen und das erste hätten wir der schützschild schützt ihn erdbeben kommt aus würde nicht machen und level 25 5 level noch bis zum magneton dann tache ähm donnerblitz zack hast du dich gut mit sonnenmüchen geben nein leck mich fick dich verpiss dich Könnenblitz das bringt dir nichts tsch tsch antans one hit kill das schaffen wir auch noch naja dachte ich mir akkanal und das dachte mir auch doch 10 kp goldini schon wieder kann goldini in die wasserattacke ich glaube es kann nur kaskade aber kaskade ist nicht so besonders nervt man erst auf einen hohen level level 30 schätze ich mal super schade okay jetzt hätte ich nie bei allen weil ich habe keinen bock drauf auf die scheiße ich weiß das war eine verschwendung der überall aber das regt mich halt auf wird mein vater nicht schlafen würde ich mich jetzt aufregen ja jetzt 26 4 level funken gesprungen donnershock weg und da ist ein item ap plus das kann nur süßig sein und hier ist noch ein angler angler armen tentacher ups haben mich vertippt umklammerung eine nutzlose attacke das einzig gut an umklammerung ist dass es den initiativwert sinkt und tot das kann schon wieder und hier ist der der die tut dass die 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 1-Hit-Kill Ja, ein Tacher Ich muss schneller machen, weil der Teil ist gleich vorbei Okay, das war's, 27 So, in der nächsten Endteil 50 werden wir do T-108 machen �te 2-Hit-Kill Wir kommen zum 50. Teil Jubiläumsausgabe. Jetzt machen wir Route 108. Donnerblitz, naja, Flügelschlag, nervt mich nicht. One-Hit-Kill. Ahoi, da wirst du auch zum Schissrack her. Ach, ein Schwimmer, wieder weit zu erwarten. Mit dem Karnevana. Selben Level wie mein Magnetilo. One-Hit-Kill. Lechter Kampf. Also, ein Magnetilo habe ich da auf dem Team gehabt. Und hier in der Wasserroute trainier ich auch erst immer. In der Regel. Ah, Blubstrahl. Zack, sehr effektiv. Ja, kein One-Hit-Kill. Nimm ich mal Ultraschall. Nimm ich mal Ultraschall. Ja, na super. Das bringt dir gar nichts. Oh Mann. Funkenschwung. Äh heh heh heh. Giftattacken wirken nicht gegen Steu-Pokémon. Und so und diese Schiffsrack. Magnetilo. Donnerblitz. Der Schiffsrack machen wir aber erst, nachdem ich die Träne hier außen aufgeräumt habe. Damit ich einen Heilungspunkt frei habe zu Faustauhafen. Dann kann ich meine Pokémon immer heilen. Wo sie eh bald. So, er wird 28. Meryl. Ist immer noch verwirrt wegen dem Superschall. Zack. Und tot. WALMAR. Und wieder zur Notar- Ach, hat keine AP mehr. Schön. Äh. Nagnetilo, Donner... äh, ein Funkensprung. Wirds wahrscheinlich überleben. Ah, doch nicht. 2 level sehr schön jetzt ist schiffsfrag geben aber noch mit rein erst später räumen wir noch diesen hier auf durch die sieben weltmeere willst du schwimmen sieben weltmeere sind zu gold von mexico atlantische ozean atlantische indische pazifische mittelmeer und die schwarze mehr glaube ich habe ich ja ne ich glaube nicht nein ausgerechnet wenn ich anfangen zum wasser von zu reden macht eine scharke wasserattacke das ist schicksal und klammerung oh gott okay so ein pecks eine bodenattacke brauche ich jetzt nehm schuss also geht doch fast er wird siebenunddreißig ach ich vermisse meinen marktilo jetzt schon polyjack naja dann so schlimm wir sind eben fast in fausterhafen wenn ich mich nicht irre ich schaue mal schnell oh nein da ist ja noch eine rute nein oh hurensohn oh da ist kevin scheiße er ist genauso wie ich und lichtattacke und doch so viel schaden tot mal schauen ob es vorsichtig vorsichtig gut und ein normal vorsichtig pelipper ja was soll es ach fuck ja das dreht sie im kreis kann man so kann man ganz leicht ausrechnen den haben wir schon besiegt und rote 180 glaube auf der waren wir ja ja das sehe ich mir für die tränen auf lass mich fliehen du scheiß teil ach den haben wir schon die haben wir noch nicht die glinde sepa wasser typ wird so seedracking ein drachen pokémon kann man aber nur durch tausch durch einen kingstein bekommen und wir können hier nicht tauschen da es ein emulator ist das ist maryl dass die jetzt haben wir ein magneton so und roto 107 ja kenne ich ein pokémon die schwach und ein schwaches zugleich ist er super schwach anna blitz ich hätte ein donnerblitz machen sollen hätte ich mir aufheben sollen was so ist so oft wäre ich dann mit sonnet einsetzen bis wir in forsterhafen wieder sind ich hasse das wir kennen es immer mit pokémon meine schwester und ich blablabla so machen wir das jetzt ob strahl es bringt ihm nichts noch ein zentara stellt sich uns in den weg funken sprung und falls ich überlebt finde oder umgekehrt halt wie war schneller ein level noch fällt mir gerade so oft einmal magneton den haben wir glaube ich schon oder ich glaube das muss der letzte sein ein pokémon wird schnell vorbei sein und der blitz so doch noch nicht der letzte blitz donnerblitz donnerblitz hat diese paar kpp noch nein das drin das entwickle ich jetzt noch das pokémon entwickle ich noch dann kann ich eigentlich in der grannithöhle auch noch machen das entwickle ich noch und selbst wenn das wenn ich überziehen muss das sehe ich nur da ein so jetzt sei der 30 entwicklung magneton magneton so im nächsten teil machen wir die schusswrack da werde ich die rote edition wahrscheinlich nur netz fertig machen aber ich mache den nächsten teil nur damit es am schluss angezeigt wird welcher teil dann kommt damit ich weiß was ein teil also dann bis zum nächsten teil die Vielen Dank.